Hallihallo many Leute und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Relife Online Livestream auf dem Kanal des Hundes. Wir sind wieder weg am Start. Heute als Sven Rumpe, natürlich jetzt noch off duty, gerade noch frisch aufgewacht in diese Uhrzeit. Einfach mal um 18 Uhr aufwachen. Wer kennt es nicht? Bei mir alltäglich. Nee, auf jeden Fall Leute, wir sind wieder weg und ich freue mich drauf und ja, wir starten durch. Ach ja, wer es noch nicht wusste, der könnte kostenlos ein Like schon mal da lassen, kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Würde mich sehr happy machen, wenn ihr das machen könntet. Kostet nämlich nichts, es ist kostenloser Support und der ist ja kein Mord, sagt man so viel. So, starten wir mal durch. Ich brauche mal was zum Anziehen. Am besten ich ziehe wieder meinen wunderschönen Anzug vom letzten Mal an, den ich anhatte. Jawohl, so meine Hose, wobei ich muss mich erst mal fertig machen. Hoppala. Ja gut, ich mache mich erst mal fertig. Ich glaube, ich werde mich jetzt erst mal auf die Dusche begeben oder so. So, da brauchen wir, ähm, äh. Ah, ist das schön. Äh, warte, warte, ich habe was falsch gemacht. Ich muss eigentlich zuerst aufs Klo. Warte, man geht ja zuerst aufs Scheißhaus und dann geht mir das duschen. Ach, egal. Ja, gut, dann drücke ich mal durch. Ah, so. Wir warten jetzt einfach ein bisschen. Ach, in der Zwischenzeit habe ich was für euch, liebe Leute. Äh, Hashtag Werbung. Schaut gerne in meinem Shop vorbei. Äh, da gibt es ja neue Sachen und neuen Stuff und, äh, es wird ein Black Friday geben, so wie es aussieht. Ähm, da könnt ihr auch vorbei, Wobbeln. Da läuft jetzt ein Timer ab. Müsst ihr mal gucken, wie lange das, äh, läuft. Dann gibt es nämlich auch gratis Sachen beim Stellung dazu. Wobbeln auf jeden Fall im Shop vorbei. Äh, xym.com slash shop oder shop.xym.com. Geht beides, würde mich sehr hart freuen. So. Bin ich jetzt fertig? Ich brauche, erbrauche noch ein bisschen. Nein! Was ist denn jetzt passiert? Habe ich mich gerade zu Tode geschissen? Was ist jetzt passiert? Was ist denn los? Also entweder ich habe mich gerade zu Tode geschissen oder ich weiß auch nicht. Was ist denn jetzt gerade passiert? Ich habe es gerade einfach rausgewuppelt. Ich habe, ich habe meinen Router heute extra frisch gestartet, Alter. Schallt, hat mir die Reiz dann rein oder was? Also irgendwas kann da nicht, äh, richtig laufen, ey. Das gucke ich jetzt aber mal an, was mir jetzt gerade passiert ist. Ich muss ja mal gucken. So starte ich meinen Stream sehr, äh, sehr lieb und schön durch, ne? Ach, ich gehe nochmal rein. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. 5M. Dasselbe wie gestern. Ja, gestern ist das Server auch abgekackt. Ich weiß nicht, um was das liegt. Vielleicht, äh, werden wir gedidosst. Vielleicht, äh, funktioniert der DDoS-Schutz nicht. Ach, Soundpack muss ich reinmachen. Uiuiui, das habe ich ganz vergessen. Ja, immerhin etwas. Ich glaube, wir werden gedidosst oder so, weil wir haben einen fetten DDoS-Schutz vorgeschalten. Also eigentlich sollte da nichts mehr passieren. Aber es ist sehr komisch. Ich starte den Stream und der Server ist heute, wir haben ja extra geguckt. Der Server ist den ganzen Tag nicht einmal abgeschmiert. Und seit ein paar Tagen schmiert der uns ab oder so, gefühlt. Das habe ich mal reingeguckt. Äh, also entweder wir haben, äh, irgendwas mit dem DDoS-Problematikum. Oder ich weiß auch nicht. Ähm, weil wir sind ja gerade erst vom Host gewechselt, ne? Das ist der Sound, aber ich bin der. Mal kurz gucken. Alter, das ist schon strange. Weil ich starte den Stream und Server direkt offline. Aber wir werden mal gucken. Wenn ich jetzt wieder reingehe und den zerschallert 50 Mal, dann weiß ich, dass irgendwas nicht stimmen kann. Dass das von außen kommen muss. Dann kommt das ja nicht von mir. Ach, das hätte ich mich gerade zu Tode geschissen. Dachte ich zuerst. Das ist das Erste. Soll ich machen mal Soundpack rein? Immerhin etwas. Ich habe das Soundpack vergessen. Immerhin konnte ich jetzt die Vorbereitung wieder gut treffen. Weißt du, das wäre so typisch. Na, wir schauen mal rein. Würde mich mal interessieren. Weil das kann nicht sein, dass der Server... Oder es ist... Äh, nee, das kann auch nicht sein. Weil wir halt gestern DDoS gehabt. Nee, um das geht es ja nicht. Es geht ja darum. Ähm, nicht, dass 5M gedidoßt wird. Sondern das komische ist, der Server kriegt einen Network Thread Hitch. Und dann ist der ganze Server down. Oder es ist jemand auf dem Server, der irgendwas macht. Ich weiß es nicht. Hm. An Scripts haben wir nichts verändert am Server. Und der restartet. Also seit gestern haben wir das. Restartet der dann, weil er irgendwie Network Hitch bekommt. Und das macht gar keinen Sinn, aber... Das war gestern bei Andel auch passiert. Zweimal hintereinander. Also entweder... Ja, wir müssen mal gucken, woran das liegt. Ich meine, wir könnten sonst auch einfach das Server wieder switchen. Wieder zum anderen Server zurück und dort gucken, wie es da läuft. Das ist halt schon sehr strange, ne? Finde ich. Schon strange. Aber wir gehen jetzt nochmal drauf. Wir wuppeln drauf auf den Server. So, ich bedanke mich erstmal bei... Alter, Schuppi für 20 Euro. Einen wunderschönen guten Tag. Alter, vielen Dank. 20 Euro Superchat. Stefan Köbler, danke fürs SIP werden. Danny Posselt, danke für 10 Euro. Serhat 55 mit einem Euro dabei. Jana Knobloch, danke für 10 Euro. Auch vor zwei Minütchen der Gunther. Kannst du mich und meinen besten Freund Lenny grüßen? Müssen wir den Gunther und den Lenny natürlich. Dankeschön, Gunther, für 90 Cent. Der Dr. Leverkast. Lieblende Videos, vielen Dank. Danny Posselt mit VIP, dein Zockerboss. Kannst du mal wieder Tau Unite zocken? Maybe. Demnächst mal wieder. Johnny1,7. Steven KH, danke, dass du... Was? Kannst du bitte mich grüßen? Heute kam auch meine Bestellung aus meinem Shop, aus dem Shop. Kuss getraust an Johnny, was auch immer du hast. Gute Besserung. Liegt gerade im Krankenhaus, schreibt er mir. Maximilian, danke schön fürs Wippeln. Vielen, vielen Dank. Max, danke für 2,49. XMTDark, danke fürs Wippwerden auch. Vielen, vielen Damen. Also da muss ich jetzt mal gucken, woran das liegt. Ja, das hat er hier auch wieder nicht gespeichert. Das ist super. Jetzt habe ich hier noch mein Dings drauf. Mein Geld, was nicht mehr gehört. Perfekt. Weil wenn der Server crasht, speichert er ja auch nicht, ne? Jetzt bin ich auch am Arsch der Welt sicher, ne? Ja, siehst du, bin ich am Arsch der Welt. Ja, perfekt. Das muss ich mal ein Set Money machen. Schauen wir mal, wie das heute läuft. Ob das jetzt öfters passiert. Wenn es jetzt nicht öfters passiert, dann muss ich echt überlegen, woran das liegt. Wenn es jetzt öfters passiert, dann weiß ich eh, woran es liegt. So, wo waren wir? Wir waren, äh... Ah, mein Auto steht ja auch nicht mehr da. Ja, natürlich. Ich setze alles weg. Das ist ja kacke. Ich habe mein Skateboard dabei. Belastend. Hart belastend. Aber no atmen, weil ich jetzt hier nur so reinschalte, mein Auto ist weg. Das muss ich aber meine Kleidung, meine Weste, ah, das ist mal, das ist mal, das ist mal echt geil, so durchzuschaltern. So, also ich muss mal hier. Sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen abgelenkt bin, aber ich muss jetzt erst mal gucken, woran das liegt. Und woran das liegen könnte. Das kann halt echt nicht sein. Wir haben nichts verändert. Also entweder, ähm, es ist, es liegt, wobei an 5M kann es ja nicht liegen. Warum sollte der, der ein, äh, Network Thread, äh, Hitch, reinschmeißen? Es ist schon strange. Also ganz verstehe ich das nicht. Ja gut, jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt da zurück? Ich habe nichts, ich meine, ich könnte mich jetzt hin-TPen, aber die anderen Spieler müssen ja auch jetzt irgendwie wohin, ne? Oh, das ist noch die Frage. Ja, eigentlich, äh, der, äh, der schnellste Weg war eigentlich Richtung Parkplatz runter. Hier runterlaufen eigentlich. Den ganzen Weg runterlaufen wäre eigentlich die beste Lösung. Und ich, ich habe mich heute extra mal schön ins, ins Ding reingeschaltet, weißt du? Dank für nichts. Einfach danke für nichts. Ein Taxi, ja, Taxifahrer ist jetzt keiner da. Es sind ja alle, es sind gerade alle Leute vom Server raus. Es sind ja gerade alle raus vom Server. Ich weiß ja nicht, was ja gerade passiert ist. Warum es, warum es das gibt, das Problem? Aber das war gestern auch schon. Und das hatten wir nie. Das hatten wir legit noch nie gehabt. Aber ich, ich könnte, wisst ihr, was ich mir vorstellen könnte, dass, ähm, dass in dem Moment vielleicht der Didos-Schutz greift, aber dann ist das schlecht, weil unser davoriger Schutz, der war besser in dem Fall, sollte der Didos greifen. Ich werde, ich werde mal beim Hoster fragen, ob das vielleicht daran liegt. Ich meine, wisst ihr was, ich schaue mal schnell rein, ähm, ich kann ja mal reinwuppeln und mal gucken, was da steht. Äh, aber, äh, äh, weil von, von nichts kann es ja nicht kommen, denke ich mir. Das muss ja von irgendwo kommen, wisst ihr, was ich meine? Das kann ja nicht von, von irgendwo her kommen. Das ist das, was ich meine. Schauen wir mal. Äh, zack. Statistik. Mal gucken, ob da eine Statistik, was drin steht. Lass uns mal laden. Ja, jetzt muss ich erstmal den ganzen Ding runter meddeln. Jetzt gab kein Bock, Bruder. Äh. Ne, kein Taxifahrer weiter und breit. Ich kann, also ich habe auch kein Skateboard oder so dabei. Ich habe nichts, Alter. Ich habe gar nichts. Ja. Ja, aber das liegt, das liegt nicht auf, auf 3.0 gefixt, schön wär's. Aber es liegt nicht am, nicht am, 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 am Server selber. Das wüsste ich ja, wenn es da anliegen wird. Wir haben nichts an den Scripts geändert, gar nichts. Und der Server lief stable, 200, über 200 Spieler stable, no problemoko. Und jetzt 70 Spieler vorhin gewesen. Ich meine jetzt mal 73 vorhin, 70 Spieler. Und zack, boom, ist der Server offline. Also da, da kann was nicht stimmen. Da muss irgendwas beim Server sein. Frage ist, was ist es, ne? Das können so viel sein, weil du kriegst halt wenig Informationen raus, um was das liegen könnte. Ja, ich, äh. Ich meine, ich könnte jetzt eine Abholung uns holen. Ich kann nicht mal in Funk rein. Ich kann ja, ich kann ja nicht mal in den PD-Funk. Ich bin ja off-Duty, Leute. Ich kann, ich kann wirklich nur zu Fuß gerade gehen. Da habe ich überhaupt ein Handy dabei. Ja, mein Handy habe ich. Da könnte ich höchstens den Chief anrufen oder so oder fragen, ob mich mal abholt. Ja, ich gehe jetzt einfach alles zu Fuß. Ist mir egal. Ich gehe, ich gehe jetzt einfach zu Fuß nach Hause. Jetzt ist sicher, mein Auto ist ja sicher jetzt auch abgeschleppt. Mein SUV, den ich heute fahren wollte. Mein Geld ist auf Null. Ah, ist das nervig, ey. Ne, ich gehe jetzt zu Fuß einfach. Es hilft nichts, Leute. Es hilft nichts. Ich könnte, ich weiß, was ich rufe mal an. Das ist die einzige, einzige Möglichkeit, wenn ich hier so einen Anrufe. Ich weiß nicht, ob jemand im Dienst ist. Aber ich kann ja, glaube ich, nicht mal. Kann ich überhaupt unter Shops, kann ich da wen anrufen? Ja, das, meine Kollegen konnte ich halt anrufen. Aber ich weiß halt auch nicht, wer da gerade da ist, ne? Das ist die komplette Kollegenliste. Ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt natürlich alles durchprobieren. Aber bis ich da alles durchprobiert habe, komme ich schon drüber an. Wisst ihr, was ich meine? Ja, egal. Machen wir halt einen Joggingausflug zum Hauptplatz. Kann ich verstehen. Machen wir das einfach. Safe gibt es einen Hacker, der sowas wie Streams halt nur mit Servercrash ist. Könnte ich mir aber auch wurschen. Weißt du, warum das strange an der Sache ist? Wir hatten das nie, Andal streamed. Es kommt, so. Weißt du, zweimal hintereinander. Heute in der ganzen Sache auch nichts gewesen. Ich starte den Stream. Der Stream läuft zwei Minuten und zack, ist es weg. Es erinnert mich so ein bisschen an die alten Zeiten, wo wir noch keinen Schutz hatten. Wir noch keinen DDoS-Schutz hatten. Wisst ihr da noch, dieser eine Typ, der die ganze Zeit DDoS hat. Und wir sind ja jetzt, wir sind jetzt zu einem anderen Server-Hoster und haben einen noch besseren DDoS-Schutz uns geholt. Der noch besser ist, als er davor. Kann natürlich sein, dass der so seine Problemchen hat, der der andere vielleicht nicht gehabt hat. Wisst ihr, was ich meine? Und vielleicht doch irgendwie in einer Hinsicht schlechter sein könnte. Weil dann zwitsch ich aber ganz, ganz schnell wieder zum alten Schutz rüber. Das könnt ihr mir glauben. Nass so sein sollte, wenn das wirklich ein Angriff ist. Aber ich weiß halt auch nicht. Das ist halt immer die Frage, was liegt sie? Was liegt sie? Aber wisst ihr, was ich mach mal? Oh. Das steige ich mal lieber nicht ein. Das steige ich mal lieber nicht ein? Oder soll ich nochmal fragen, ob er mich mitnimmt? Nee. Ich lasse ihn mal. Ich lasse ihn mal fahren. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Könnte, könnte Mafia sein. Ich weiß es nicht. Kein Plan. Angugt hat er mich. Ja, gleich haben wir es geschafft. Mit einem schönen Anzug. Gleich haben wir es geschafft. Ich glaube, der will mich mitnehmen. Kann das halt. Ich fragte mal. Hallo? Hallo, soll ich es irgendwo in Mitte nehmen? Wenn Sie zum Hauptplatz fahren, dann gerne. Ja, steigen Sie ein. Dankeschön. Sehr nett von Ihnen. Den kenne ich nicht. Ja, vielen Dank. Mein Auto stand da hinten und jetzt ist es kaputt gegangen. Kein Problem. Jetzt waren da fünf solche Autos übrig beverwirrt. Ah, ja, immerhin muss ich die letzten Meter nicht selber gehen. Was? Wahrscheinlich direkt bei der Garage, oder? Ja, bitte, wer sendet. Das ist ein toller Stream-Anfang. Soll ich mir das nicht vorgestellt. Ja, passiert, ne? Ja, bitteschön. Ja, vielen Dank. So, moin. Und ich wollte zur Versicherung eigentlich, weil da mein Auto entsteht. Aber ich habe ja eh kein Geld dabei. Na gut, dann nehme ich, äh, was nehme ich denn dabei? Ich wollte nämlich, dann nehme ich einen GT3er essen. Ähm, dann hole ich ein bisschen Geld schnell. Und dann, bevor ich dann Richtung... Alter, das macht mich fertig. Äh, die Tastenbelegung ist anders als auf 3.0. Das macht mich komplett fertig. Die ganze Zeit eine andere Taste zum Anschneiden drücken. Ähm... Und da ist schon eine Verfolgung im Gange. Perfekt. Ich brauche ein bisschen Geld. Dann hole ich mal mein Auto zurück. Oder ich kaufe mir ein... Ich möchte heute nämlich... Ach, boah, nervt das. Tastenbelegung nervt. Ich brauche ein bisschen Geld, damit ich mir wieder mein Auto rausholen kann. Und dann, äh... Ja, 20.000 sollte reichen. Oder ich kaufe mir ein neues Auto. Aber ich muss ein bisschen Geld. Ich will mir heute ein GT3er kaufen. Das ist eigentlich der Plan heute. Das ist eigentlich GT3er kaufen. Das ist der Plan des Tages heute. Das ist der Plan des Tages. Ja. Einen echten GT3er kaufen. Ja. Überleg ich nur... Äh, dann müsste ich aber das Auto hier... Ja, dann hole ich mir schnell Fahrrad. Machen wir das so. Machen wir schon mal ein Fahrrad. Weil mein Plan war es halt so, ich wollte heute ein bisschen Offroad mäßig fahren. Weil ich fahre ja sonst nie Offroad, ne? Ganz selten. Und, äh... Warte halt, bis einer beim Autohaus da ist. Und wenn der beim Autohaus da ist, gehe ich mir in den GT3er kaufen. Und dann gehe ich heute ein bisschen, äh... auch auf Streifel fahren, auf dem, ähm, auf der Straße. Also ich mache heute beides. Heute gibt es Landeinheit. Landei und, ähm... Auf Straße unterwegs. Ich mache heute beides einfach auf ihren Bruderbasis. So, aber wisst ihr, was ich schnell mache? Ich, äh... Stopp mal schnell was. Das ist halt immer so blöd, wenn du Server-Hoster bist. Also Server-Betreiber bist. Es gibt ein Problem und du streamst. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Dass es zu Fehlern kommt. Genau sowas hasse ich. So, ganz kurz, äh... Kurz reingehen und was checken. Eieieie. So, ganz schön was stoppen, nämlich. Ähm, ein Script stoppe ich mal. Aus... Beinem Interesse. So, dolla. Ja, läuft da nochmal durch. So, ich mache mal. So, ich habe mal ein Script gestoppt, wo wir eine Idee hatten, was es sein könnte, was es verursacht. Aber 100% sicher bin ich Mel trotzdem nicht, ne? Das ist eben das Problemchen. So, das ist schon mal normal. Ähm... Ach, komm. Passt gut. Schließe ich das? Das schließe ich. So, dann muss ich nochmal wo hinschreiben. Boah, ist das nervig, ey. So, das haben wir auch. Äh... Ne, 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 ne. Gut. Ich habe mich noch ein paar Sachen gekümmert. Dass ich das ein bisschen preventen kann, dass nicht nochmal sowas passiert. Aber ich schaue mal. Da weiß ich Bescheid. Man muss ja alles testen. Das ist halt das. Äh... Betreibst du den Server, du hast immer Kopfschmerzen dauerhaft. Das ist wirklich schrecklich. So, fahren wir mal Richtung Versicherung weiter. Das müsste er sein. Also abgeschleppt ist der Wagen sicher nicht. Der muss versichert sein. Der kostet... Ah, 5000 Dollar wieder für nichts rausschmeißen. Perfekt. Genau mein Humor. 5000 Dollar. Jetzt sind sicher alle bei der Versicherung unten. Alle. 100%ig. So, ich muss mal gucken, was ich nicht vorgelesen habe. Sorry, Leute. War gerade sehr abgelenkt jetzt die letzten... Oh, das ist hochgegangen. Perfekt. Marlon, Liska, danke schön für 1 Euro vorm Stream schon. Mixix ist auch wieder am Standang von Euro. XMT, the Dark Dark, verswippt werden. Boah, was ein Einsatz heute, ne? Off-Duty seit 20 Minuten Off-Duty-Einsatz. So, ähm... Max, danke schön für 2,49. Vielen Dank. Vielen Dank. So, dann, ähm... Maximilian, danke schön für das Vip, Werner, Johnny. Ich liebe ihm... Das haben wir vorgelesen. War ich bis hier unten, ne? Äh, Serhard. Danke schön für 1 Euro auch, lieber Serhard. Vielen, vielen Dank. Das haben wir auch vorgelesen. Hier war ich, äh, stehen geblieben, glaube ich. Hier beim... Stefan Köble mit VIP. Danke schön. Jana Knobloch, danke mal für 3 Euro. Äh, danke nochmal an Jana. Und nochmal mit dem 10er. Justin Haas ist auch dabei. Oh, ich wäre doch fast überfahren worden, geil. War aber auf der Mittelspur, ja? Das war meine, hier. Oder? Ja, das war meine. Da war eine gelbe Linie. Meine Spur. Ja. Fast überfahren worden von einem Lamborghini-Fahrer. Aber ich glaube es nicht. Das wäre es gewesen. Jetzt nochmal eine Stunde Krankenhaus-RP. Würde ich hart fühlen, ne? Würde ich richtig hart fühlen jetzt. Wer würde es jetzt auch fühlen, jetzt erstmal ins Krankenhaus zu laufen? Hui. Diese Kamera wieder am Poppes. Wir sind gleich da. Wir haben es gleich geschafft. Jetzt noch zum Beach. Da bin ich wenigstens wieder überfahren. Und da hole ich mein Auto raus. Bin ich heute auf Streife von der L. Höchstwahrscheinlich. Außer ich habe beim PD noch irgendwo ein Auto unten stehen, was ich verwenden könnte. Ich glaube, ich hole vom PD einen Offroader. Ja, ich glaube. Aber ich brauche ja was zum Windfahren. Egal. Ich hole jetzt einfach raus und fertig ist. Wird schon passen. 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 So, Matthias. Schnittkern, Joel sind wirbt geworden. Stefan, Köberle und Sascha. Meurer Dank für eure Drohnis. Guten Abend. Kannst du mich bitte grüßen? Sascha grüßt man natürlich. Sehr gerne. Maximilian. Mit 1 zu 7 vor. Jetzt kann ich das vorlesen. Auf einen Geinstüben, Alter. Vielen Dank, Maximilian. Der Stream fängt schon gut an. Einfach 107 Euro vor Maximilian mit ehrenhaften Fees. Ich hau auch nochmal hier einen fetten Leiter raus. Auf diesen Punkt. Lieber Maximilian. Vielen herzlichen Reiz. Damen. Der ist für dich. This is for you. Ah. Warum geht das Fahrrad? Das ist falsch. So. Tocken wir mal hier an. Und dann. Schau mal mal. Was der los ist. So. Fake Cop. Ist das illegal hier zu fahren? Ich glaube nicht. eine straße eingezeichnet oder ist das hier illegal ist ein radweg vielleicht eingezeichneter gehweg also war glaube ich ein gehweg so muss ne so chasen bauer 7 johann fangen dann für swippeln mario rs auch wieder am start dankeschön luka danke auch danke für den euro jonathan hoffen noch mal endlich kann ich dir sagen ist der beste vielen damen und toxik tigerchen leistens immer mega toll ja hoffentlich bleibt das jetzt so dass der mega toll bleibt und nicht wieder abschmiert hoffentlich jetzt wird noch der router fehlen ich darf so nichts ist dass du nicht verschreien war auch viel zu schnell gucken ich sollte vielleicht ja ich muss mich schon dran halten ich halte mich mal dran ich glaube ich hole mir vom pd eine offroad und ich glaube mit dem fahr ich nicht das ist mir ein bisschen komisch ich glaube mit dem legt es mich sonst heute auf den kopf wenn ich damit auf streife fahr dann fährt sich ganz komisch mag ich nicht kalender post autogrammkarte sind super angekommen bis der allerbeste noch weiter so freut mich dankeschön passqualle die passqualle so joel luka danke fürs hitwerden mixix auch noch mal ein euro floribo danke für den euro killer hans danke für den euro und jacks official blumen langer 455 wie finn auch mal danke für 140 und den bart und alles ohrgedanken so als habe ich alles vorgelesen was es ging ja ging nicht mehr alles vorgelesen auf ehren oder was hinter mir schau mal was da fährt ein chirurg einfach hinter mir heftig gönnt er sich ja das war wieder so typisch so wir parken ein leute wir sind da endlich nach 25 minuten haben wir es geschafft heute 100% kranken aus rp also wenn es so weiter geht mit also wenn es so weiter geht bezüglich hier dings genau bezüglich dings mit dem pechstrennen dann wird es auf jeden fall passieren dass es mich heute aufs dach legt ich schau noch was ich da in der garage ach ich muss mich erst einmal on duty melden aber ja was erst mal on duty meine damen und herren und dann geht es erst los so autos verkäufer jetzt genau jetzt alter na gut bevor er dann später nicht mehr da ist dann machen wir das noch vor dem dienst hätte ich gesagt das habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht dass der schon da als autos verkäufer da fahr ich schnell hin weil wenn ich jetzt in den dienst gehe und er hat später den gtr und ich komme nicht mehr hin weil keiner mehr da ist dann wäre es blöd nehmen wir den ja passt schon denn der wagen ist ok war ein bisschen undercover vor ja weil das jetzt gerade sehr wichtig dass sie noch vor dem dienst mehr gtr aber dann kann ich die spieler fahren dann kann ich den jetzt schon kaufen da muss ich mir nicht mehr zum autos ist was ich meine das ist ja perfekt jungs und mädels perfekt tank ist gleich leer ich ja da fahr ich extra schneller hin wird schon keiner merken oder ich mache tempomat 100 ich habe ja mein kollege auf der autobahn mit über 200 geblitzt oder von polizei also ob das ein echter kopf war könnte auch ein fehlkopf gewesen sei ich bin mir unsicher ja da steht immer noch da was macht er denn das ganz strange man muss da roi sei mir dank für zwei euro vielen dank so sieht man gleich da und dann hoffen wir dass unser gtr da steht ich freue mich was der kostet ich habe ich habe keine ahnung ich habe 360.000 auf der bank liegen ich weiß aber nicht ob das reicht für den gtr mit vollem tuner ich glaube das reicht aus die strecke ist fies richtung autohaus jedes mal erwischt es mich hier die strecke ist fies richtung autohaus jedes mal erwischt es recht ran fahren ja so wir müssen managen das ist halt wenn was nicht richtig läuft dann muss man sich drum kümmern ich hoffe ich fahre da weg warte ein autohausverkäufer ist aber da aber es ist ah der ist da oh gott sei dank ist er da wo bin ich froh ehrenhaft nur warten bis der eine kunde fertig ist und dann kann ich mein gtr hier kaufen und ich bin schon wieder draußen also da kann doch was nicht stimmen server crasht oder irgendwer macht ein server crash herein ich weiß es nicht schon wieder das kann es doch nicht sein oder dass das kann nicht sein wenn ich streame der server läuft den ganzen tag durch den ganzen tag läuft er durch das server also irgendwas kann nicht stimmen also entweder ist das irgendwann mit irgendeinem script kitty bei uns drauf was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann also ich muss mal ich muss mal schreien warte mal schauen wir mal ich gehe mal hier durch wuppeln das kann doch nicht wahr steinern oder ich schau mal schnell gestern war es nämlich auch schon behandelt so das ist schon strange sehr komisch was könnten das sein das ist aber auch nicht nee 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 aha das ist der sound auf der spende ja das ist aber wieder genau dasselbe also ich check das mal schnell ab was der was der da gemacht hat ich hab ja ich jetzt habe ich da so einen error code das kann ich mal gucken was der gemacht hat ja das muss jetzt live gedebugged werden das ist der sound auf der spende entweder das ist ein script was hier durchradelt oder ich weiß auch nicht irgendwas muss das ja sein hm hm was könnte das sein herrscht hm 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 ich glaube keiner was das sein könnte ne ich such da grade ich such gerade aber es ist halt so hart nervig weil du es speichert ja nichts du gehst wohin und es speichert ja nichts hm 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 Ja, Network Threatage, die ganze Zeit, Network, Network, Network. Also normal ist das nicht, vor allem ist es halt nicht normal, dass der Server seit der ganzen Sache durchläuft, ohne Probleme. Ich mache einen Stream an und genau fünf Minuten nach dem Stream passiert das und jetzt wieder. Also kann mir keiner erzählen, dass das normal ist. Das kann auch, und gestern bei Annel auch so. Der Server ist gestern ganz normal durchgelaufen, seit gestern auch wieder zack und weg war er. Also ich habe keine Ahnung, woanders liegen könnte. Wir könnten nur probieren. Was können wir probieren jetzt? Das ist die Frage. Wir können jetzt natürlich den anderen Server anmachen, aber das ist jetzt auch kacke. Bringt sich ja nicht viel. Das ist der Sound auf der Spende. Ah, warte mal. Da habe ich gerade was gefunden. Ah, nee, nee. Das ist es nicht. Ich finde den Scheiß jetzt mal, so muss ich mir was anderes heute einfallen lassen zum Livestream, was ist ja echt kacke. So macht das ja gar keinen Bock. Und wir wollen mal gucken, was wir jetzt angehen werden, Leute. Also entweder wir zocken jetzt was anderes, bis das hier behoben ist. Also das könnten wir machen. Oder Was ist das denn hier? Das ist, äh... Ich mach schon mal was. Das kann ja echt nicht wahrsteinern, du. Ich mach schon mal was. Das ist jetzt die Frog, ne? Okay, nee, Lidos ist es nicht, nee. Ich mach schon mal was der macht, zack. Also ein Lidos ist es mal nicht. Das ist es nicht, nee. Das ist schon mal, das ist schon mal sehr gut in dem Fall. Aber ich hab, ich hab ne andere Vermutung, was das sein könnte. Und das ist in dem Fall nicht gut. Das ist keine gute Vermutung, die ich jetzt habe. Wißt du, was ich meine? Ähm, m-m. Das ist immer, komischerweise, wenn das Stream an ist. Ja, das ist, äh, das, was ich vermute, ja. Wißt du, was ich vermute? Ich vermute, wir haben jemanden auf dem Server, der so einen Server-Crasher oder sowas anhat. Und ich muss ja, ich muss ja auch zugeben, das Framework, was wir jetzt am Laufen haben, ist nicht das sicherste. Es ist ein uralt Framework. Da kann jeder Scheiße mitbauen. Und wenn du dann mit einem Server-Crasher online kommst, dann war es das gefühlt, ne? Und ich habe das Gefühl, dass es einen User gibt, der hier, äh, irgendein Programm fährt, dass sobald wir streamen oder sowas, der den Server-Crasher reinballert. Das ist, das ist was, das kommt nicht von außen, das muss vom, äh, intern von irgendjemandem kommen. Ich meine, ich könnte jetzt, ich könnte jetzt mal gucken, wer ich glaube, wer es ist, und den dann ausschließen und probieren, ne? Oder ich, äh, lass was durchlaufen und gucken. Aber ich, ich, ich gucke mir da gerade so ein bisschen die Log an, wenn da ein bisschen auffällig ist. Ähm. Ja, ist halt, ist halt problematisch, ne? In dem Fall. Das ist irgendwie aus den eigenen Reihen. Das, äh, ich denke mal, weil wir haben jetzt die, die, äh, die Bewerbungsphase offen gehabt. Da wird sich irgendein Bewerber wohl eingeschlichen haben, der uns auf den Sack gehen möchte. Das glaube ich eher jetzt gerade. Dass das irgendeiner ist, der das richtig hat, auf den Sack gehen möchte. Weil das, äh, das hatten wir nie, das Problem. Gab's nie. Niemals nie und niemals. Ich meine, das, was wir jetzt machen könnten, wäre jetzt meine Idee. Okay, wir schauen, wer die letzten Tage, das ist jetzt, so meine Idee, ähm, gewitelistet wurde. Und den, da hauen wir mal die Leute auf eine Whitelist und schauen, ob es weg ist. Und wenn es weg ist, dann müssen wir es dabei belassen fürs Erste. Weil das ist halt schon hart, ne? Aber ich kann mal gucken, wie jetzt alles gewitelistet wurde. Weil das hat's halt, gestern hat's ja angefangen, ne? Wobei ich muss sagen, auch gestern war, glaube ich, der erste Stream wieder von Andel. Also es kann auch schon ein paar Tage her sein. Aber die Vermutung ist, die Vermutung ist, dass das einer aus den eigenen Reihen ist, der das, der diese Angriffe fährt, ne? Weil von außen kann's mal nicht kommen. Es ist irgendeiner mit Mod-Menü. Da kann ich hier auch mal durchgucken, ob ich da was finde. Das war um... Ja, da muss man halt gucken, ne? Ja, die Frage. Jetzt kann ich leider nicht viel machen, Leute. Tut mir sehr leid. Ich muss jetzt mal ne Lösung finden, wie wir das am besten angeben. Ich kann mal was gucken. So, schauen wir mal. Da gucke ich mal schnell was. Das war... Wann sind wir denn gejoint? Das ist die Frage aller Fall. Ich meine, es ist zwar assi, aber der Host hat's mir jetzt auch mal gesagt, dass das kein Angriff ist. Da muss es ein Angriff von innen sein, weil das kann nicht sein, dass der Server... Wir haben nichts verändert. Seit Monaten. Normal läuft. Seit Monaten keine Problems. Nie was gab. Nie. Und auf einmal, zack. Und dann passiert sowas. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt nicht normal. Da muss was sein. Das geht nicht. Dass das auf einmal... Ne? So, das war ich hier rum. Um wieviel Uhr haben wir den Stream begonnen, um... Genau hier... 18, 8, 18, 8. Um 18.08 war das, wo wir alle einen Timeout hatten, ne? Da hat es uns ja alle rausgeschallert. Drum and Dreh. Muss das gewesen sein. Oh, das ist immer so blöd zum Gucken, ey. Ich schau mal. Da, zack. Ja, jetzt findet man die Leute, die das sein könnten. Das ist halt die Frage. Ah, ja, ja, ja. Warte, warte, warte. Vor 37 Minuten, das war 18, 7. Ich habe gerade das gefunden, was das Problem ist, glaube ich. Ich habe es gefunden. Ich vermute halt, dass es das ist. Ah, nee, das ist... Da ist er neu gestartet. Ich sehe es gerade, ob er da ist er neu gestartet. Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Boah, ist das hart, nervig, ne? Ich habe eine Vermutung, was es sein könnte, aber es ist halt nur eine Vermutung. Ich zeige das mal schnell ab. Ja, muss halt einer von den Neuen sein, ne? Hm, ich frage diese... Hm, ich frage diese... Wann hat man es angefangen? Äh, gestern bei Andalim Stream, ne? Ja, ich könnte jetzt nur... Ich könnte mal gucken, wer jetzt als letztes da angenommen wurde und schaue, wer jetzt alles reingejoint ist. Das ist eine Idee, die ich jetzt machen könnte. Wer genau in dem Zeitpunkt halt so circa reingejoint ist. Also ich schreibe mir das hier mal auf und dann könnte ich gucken. Weil das sind nur ein paar Bewerber von dem Dings hier, ne? Dass das jetzt vorübergehend gemacht ist. So, jetzt haben wir den... Ja, da könnte ich auch nochmal mitgucken, hier. Jetzt schauen wir mal, wer alles online war. Jetzt die letzten paar... Oh, das ist ja so ein Aufwand, den ich mir gerade hier mache. Aber geht ja nicht anders, ne? Es geht heute nicht anders. Leider. Es gibt leider immer Leute, die einen auf den Sack gehen wollen, ist das Problem. So, mal denn jetzt, das ist der 17. So, muss ich gucken. Bei Andel war ja gestern exakt dasselbe. Ja, aber so kann ich das ja auch nicht sehen, ne? Das ist ja auch kacke. Das ist ja richtig beschissen. Ja, hochgefahren ist wieder alles, ne? Hochgefahren ist ja alles. Das passt ja. Ach, Leute. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt überhaupt jetzt angehen soll, ob ich das später mache. Einfach auf entspannt, weil eigentlich möchte ich mir das nicht zerstören lassen. Ich wollte heute auf ganz gechillt zocken. Aber, ja, was willst du machen? Wenn ich jetzt wieder online komme, kommt der wieder rein und kackt mir in Instagram. Weißt du, was ich meine? Das ist das Problem. Bis wir das behoben haben. Also, ich könnte jetzt nochmal ein drittes Mal reinkommen, aber es ist doch dieselbe Scheiße dann im Endeffekt. You know? Also, viel können wir da jetzt nicht machen. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist erstmal die Leute aussortieren, die jetzt auf der Whitelist sind. Die könnte ich jetzt hingehen und den... Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache das Folgendes. Ich nehme einfach mal hier... Ach nee, warte, das passt schon. Alles noch Bewerberrolle, Bewerber, Bewerber. Die haben ja alle kein Ding bekommen. Alles noch Bewerberrolle hier. Ich bin gerade verwirrt, warum steht da Bewerber 4.11.? Die haben das noch gar nicht ausgestellt bekommen. Ne, dann kann das aber auch nicht sein. Ja, egal. Ich gehe jetzt nochmal rein, aber es wird sich nicht viel bringen, Leute. Wird sich halt nicht... Also, ich sage es, wie es ist, das wird sich nicht viel bringen jetzt. Das wird wieder passieren. Das wird einfach wieder passieren. Aber wir gehen mal rein. Wir schauen mal. Ich muss halt eine Ankündigung machen, das derzeit problematisch ist, weil das... втор... ... ... ... ... Ich habe es unter dem Newspaper geschrieben, dass es derzeit Problematiken gibt. Bei Andrew war es gestern auch zweimal. Aha, warte. Ah, ich glaube wir haben ihn, ja. Schauen wir mal. Ist er das? Also wenn das der Typ ist, dann lache ich mir einen ab. Ich glaube wir haben ihn gerade gefunden. Warte, habe ich gerade bekommen. Das wäre natürlich... Das wäre natürlich super, ne? Das könnte was sein, ne? Das könnte was sein. Ich meine, ich könnte mal gucken, ob der online war in dem Moment. Weil dann könnte der das sein. Ich schaue mal schnell. Das check ich noch schnell ab, bevor ich jetzt mal auf den Server gehe. Wie hat es alles spawnen? Check mal schnell, Leute. Aventiertes Mal. Der war aber nicht online zu dem Zeitpunkt. Der war zu dem Zeitpunkt nicht online. Mh, mh. Ich schau mal auf den Kopf. Ich schaue mal auf den Kopf. Ich schaue mal auf den Kopf. Nee, das ist es auf gar keinen Fall. Ja, Alter, finde mal den Punkt, ne? Wann war das jetzt hier um 18 Uhr? Dinger, oder? Ich glaube, wir sollten hier stehen bleiben, aber wir werden ja eh hier wieder aufwachen. Ja, genau, genau, und jemand hatte mein Auto. Boah, macht hier heute Musik an. Jetzt sind wir alle da, ey. Boah, ist das kacke. Äh, Jimmy? Alles gut? Alles gut, bin auf dem Gesicht gelandet. In dem Fall ist es auf 3.0 wirklich gefixt, weil es nicht mehr so angreifbar ist wie das alte Framework, aber das ist ja echt kacke. Na, guck mal, die Nächsten. Ja, das ist spannend, ich weiß nicht. Ich glaube, wir sollten hier warten. Tschö, Jimmy. Jimmy, pack nur nix an. Ja, das ist ja. Ja, guck mal erst mal, wie lange das jetzt läuft. Ich werde jetzt mal ein bisschen Überblick behalten. Und dann schauen wir mal. Dann werde ich das nachbestreamen, werde ich das nochmal gucken. Weil viele können das nicht sein. Das Gute ist, dass wir vorhin ja alles gelockt hatten. Wer alles reingejoint ist. Es ist nicht viel Auswahl da, wer das sein kann. Jo, schau mal halt, ne. Anders geht das nicht. Müssen wir halt durch, durch die Kacke. Müssen wir halt durch. So wie früher. Im schlimmsten Fall, wenn wir heute was anders streamen. Wenn es ganz schlimm kommt. Aber guck mal, wie lang es läuft. Gerade, obwohl du nicht drauf warst. Obwohl ich nicht drauf war. Ja, wir downloaden eh die komplette Log. Wir gucken halt, ne. Wir gucken halt durch. Also ich vermute halt auch, dass das. Schau mal hier. Ja genau. Fakt ihn ein. Nicht gefunden. Ihr dürft machen, ihr dürft knacken. Ihr könnt knacken. Ja, ja. Ich stehe gleich wieder hier. Alter. Ich glaub, die die kurz den jetzt zufällig ist. Das will ich auch können. Punkt check. Äh, Afton. Check. 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 Also, wir wurden jetzt zum zweiten Mal zwangsschlafen gelegt. Zwangsschlafen ist gut gesehen. Jaja, ich stehe jetzt zwei Mal wozu'n ne. 17.11 Uhr, da 5.01 Uhr, warum möchte ich jetzt von 5.01 Uhr die Lok, ach so, ja gut, da ist die komplette Lok. Denk mir schon, was da los. Ich packe jetzt kein Auto mehr aus. Ich auch nicht, jetzt habe ich das zweite Mal zur Versicherung gefragt, wie das Auto angeht. Ach, nach unten ist es schon, ja. 10k, hit oder her? Ja, das ist jetzt aber nur von den letzten zwei Monaten gewesen und jetzt gerade, ja. Ich habe jetzt, ich glaube, einen Lambo-Demischee, einen Maybach und einen Rappler, ich habe eine Null nach irgendeinem Schlussgang. Ähm, Agera, äh, X6 und, äh, 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 G63, ja, es ist aber scheiße, 15k wieder umsonst, ja. Ja, definitiv. Plus die 5k, die ich eben schon ausgegeben habe. Ja, ebenso. Ja, müssen wir halt gucken, geht nicht anders, ich schaue nochmal durch, aber ich komme gerade auf keinen Zweig, der mir sagen kann, was das genau ist. Wo? 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 Hier sind so viele, hier sind auch das Auto. Äh, du kannst... Hier habe ich nochmal die komplette Log, die wichtig ist, die kopiere ich nochmal schnell rüber und dann starte ich mal durch und schaue, wie lange das jetzt läuft, Leute. Bisschen mal gucke. Was ist das gerade? Das geht nicht. Aber schön, wir haben einen neuen Hauptplatz kreiert, gerade dadurch, dass das jetzt passiert ist. Schön. Hallo? Ja komm, steig doch hier mit ein. Hallo. So wer Leute dich eher ausschließen kann. Gut da. Ja, Digga, hasse ich. Will noch wenn nicht, dann wird getragen. Ja, wir müssen das vergleichen mit der Crashlog, die ich von Andel habe. Wenn ich das vergleichen kann, wer da online war, kann ich das ein bisschen aussortieren. Das wäre ganz nice. Ja, alles gut. Okay. Ja komm, dann steigt jetzt ein. Ja. 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 Da willst du mich zur Versicherung fahr? Kein Thema. Ja. Das Spiel ist doch nur Spiel. Ich will nur so ganz gechip zocken ey. So mein Geld ist erstmal resettet. Ist nicht meins. So immer das Admin Geld, das wird mir immer resettet dadurch, dass ich hier 50 Mal rauscrash. Alter ist halt echt nervig Jaja da müssen wir halt gucken Ich glaube ich verstehe was der Typ macht Aber wir werden das später mal gucken wer das ist Weil je öfter das machst desto auffälliger ist das Und wir haben jetzt insgesamt 3-4 Logs wo wir nachgucken können Und Stream das zu analysieren ist halt nicht so der Burner Will ich mal behaupten Ist jetzt nicht so geil Boah endlich Pambidi Ich hoffe dass es jetzt wenigstens klappt wenn ich jetzt mal ein Polizeiroto raushaue Aber jetzt sind halt 70 Leute sind auch wieder da passt Aber gestern bei Andel auch ne passt jetzt da war 90 Leute drauf Exakt die selbe scheiße zweimal hintereinander Verfolgungstraining muss ich noch machen Den ist vor Übung petrol fertig Absicherung Straßesperrgebiet noch Oh ich hab mich nicht on duty gemeldet Ich voll Torte Du hast vorhin 20.000 abgekommen Ah ja stimmt Ja aber das ist jetzt ja wieder auf der Bank Ah ne ist es nicht Das ist ja nicht mehr auf der Bank Das ist jetzt nicht mehr drauf Egal Egal Passt schon Ist das halt weg Mein Gott Wo mal später ein Admin der macht das Ach jetzt kann Self Admin Self Admin erstmal für ne Runde Sollen wir da hinterher gehen? Mhm Also meine ich das kann halt viel sein ne Ist halt die Frage was könnte es noch sein außer das Also ich vermute es mal dass das irgendwann mit dem Mod Menü ist Weil das hatten wir ja nie das Problem und wir haben auch nichts drauf gespielt Außer es hat irgendjemand nen Scheiß mit nem Script gebaut was ich mir nicht vorstellen kann Warum sollte wer so nen Scheiß mit nem Script zusammenkriegen? Also ich wüsste auch nicht wie man sowas zusammenkriegt Dass der ganze Server weg crashelt auf Ehre So äh ich hab meine Sachen ich muss ach ich muss meine Ich bin komplett durch den Wind ich muss noch meine Weste holen Ich hab nur Sachen nicht vorgelesen hier Hat hier wohl 119 Euro donated Alter Fabio Legenstein Es tut mir leid dass ich das jetzt vorlese Ich war grad komplett konzentriert Jere kennst du mich noch den Fabio Legenstein kenn ich noch? Der alle echte Legenstein Aber nicht vergessen das ist kein Legostein Ist der Herr Legenstein So Rüstung anwenden Das anwenden Hammer alles perfekt So wenn es jetzt hinhaut Schauen wir mal ob wir jetzt auf Streife kommen Wenn nicht dann nicht Ich will ja eigentlich nur den GTR kaufen Das Problem ist jetzt ist der vom Auto aus auch nicht mehr da Das macht es natürlich kontraproduktiv Wenn der jetzt auch nicht da ist Eieiei So Hab ich Ah ich hab ja meinen Ram hab ich ne Genau Mit dem wollte ich heute auf Streife fahren Erstmal bevor ich mir den GTR hole Das war eigentlich der Plan Jetzt ist das eh Humbug mit dem GTR Jetzt fürs Erste Jetzt kann ich das eh vergessen Das heißt ich trag mich mal ein Im CAD und Ich werde mich mal on Duty melden Diesmal ist King4 wieder mal Äh Ten eight, ten eight, ten eight Im Dienst Funkname Ah ne ich hab nen neuen Code bekommen Es äh die wurden ausgetauscht Ich weiß aber nicht mehr Scheiße Was hab ich nochmal für bekommen Jetzt Offroad bin ich Gebiet frei Besatzung Lieutenant zwei mit Herren Rumpel So was hatte ich nochmal für ne Nummer Die 70 Was war 70 Irgendwas 70, 15 irgendwas Oder 70, 10 Ich weiß es nicht mehr Scheiße Was ist meine Nummer Die haben sich die ganzen Nummern geändert Ich weiß es aber nicht mehr Ah ich frag einfach mal nach wo ich das rausfinden kann Ich wette was irgendeinem Datenblatt stehts drin Und ich bin wieder zu lost um es zu finden Ne ich weiß es wirklich nicht Ich weiß es nicht was meine Nummer ist Ich hab die einfach bekommen alter Ich hab die einfach bekommen und weiß es nicht Ja ich frags uns nach Ich frags uns nach Ich frags uns nach Ich bin mal so nett Hallo Ja ja Äh meine Frage wo werden die neuen äh Dienstnummern bekannt gegeben Ähm Soweit ich weiß müsste das unter dem ähm Na hier ähm Na äh 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 unter dem äh ähm Äh äh petrolblatt Da müsste das drinnen stehen unter der ähm Bei Dienstnummern Also hier ähm Na sagen sie schnell Ich komm nicht grad nicht drauf Ich weiß es selber nicht ist das Problem Ja warten sie ganz kurz ich kann dir das sofort sagen Ja Ich mein IC weiß ich meine neue Nummer nicht Das ist halt der Joke an der Sache ich weiß es ja nicht Hast du was passiert? Ne 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 Gerade nur Problemchen Problemchen über Problemchen Also wenn sie auf dem äh äh Das ist halt der Joke Das ist halt der Joke Personalübersicht Müsste das drinnen stehen Personalübersicht Petrol? Petrol Petrol Petrol? Äh ne doch nicht Ich hab das doch letztens erst gesehen Warten sie mal ganz kurz Ich muss nur meine Nummer wissen Welcher erinnert wir uns an? Asmoke hat mir die schon reingeschrieben Aber ich frag jetzt die Ich weiß es halt IC Weiß ich es echt nicht Es ist die 70-0-0-0-5 ist es Also 70-0-0-0-5 müsste es sein Aber ich bin mal so lieb und schrag Ah ne Schaun wir mal Also Petrol ist 1715 Zworte 7040 Und CIU ist 7050 So äh jetzt habe ich es Also unter ihrem Dienstblatt Unter Personalübersicht Da stehen die neuen ähm Ähm äh Batchnummern drinnen Ja Okay was wissen sie meine Sven Rumpf Wie heißen sie denn? Sven Rumpf Sven ähm 70-0-0-5 Also 70-0-0-0-5 Oh dankeschön Alles klar dankeschön Das weiß ich Ich hab die Form gesucht Hab es nicht gefunden Alles klar dankeschön Jo kein Problem Wie lange das gebraucht hat Ich hab es eh gewusst Aber ich weiß es Aber ey das wäre ja meta Wenn ich das ICD äh schon wüsste Ich weiß es wirklich nicht Muss ja befragen wo ich das sehen kann Ich hab immer 1 THD eingestellt Aber ich mach mich komplett fertig So äh Operations Ich hab das voll nicht gecheckt Was er gemeint hat Und das drinnen ist sicher wo ganz woanders Und ich guck hier So Criminal Investigation Units Sven Rumpf ist die 70 Das ist sie Die 70-0-0-0-5 Schön King4108 Werd ich jetzt dann gleich mal reinballern Und dann gehts los Wobei war bei Andel nicht Warte mal war bei Andel gestern Die selbe Uhrzeit das Problem Weiß das jemand? Ich muss mal fragen Kling 4108 Tag grüße Tag grüße Tag grüße Immerhin sind ein paar Leutchen jetzt da ne Ähm Grüße Okay Boah ist das schön mal wieder Offroaden zu können ne Mit dem Auto Oh die Hupe alter wie hab ich die vermisst Also los gehts Also los gehts Hätte ich gesagt Los geht die Luzi Auf geht Ach ich muss noch mal eine Playtreader und so anmachen Wartet mal Ähm wie mach ich das nochmal an? Scheiße wie mach ich das nochmal an? Ich hab's vergessen Ich hab vergessen wie ich das Fenster F5 war's ne Jetzt hab ich's So Äh Playtreader aktiv Toggle Display bitte Ich hab's nicht Ich hab's nicht Ich hab's nicht Ich hab's nicht Schal Der arme Karl Der wird sich in so einer Schal weggenommen Und dann wird Karl gegessen Weil die Kinder im Eis auf seinen Schal waren So äh Finn Rauchmal 95 Cent Tim Trollt Alle Kinder holen sich Wasser aus der Rumpe Er hängt in der Pumpe Ehm Oben Bei der Nationalbank VKU Mit einer von uns besorgen Hahaha Rumpe Er hängt in der Pumpe Äh Wunderbar Anzeigen Dankeschön fürs Hütbeeren Äh Elvin Amankyo Danke für 1 Euro und 1 Cent Danke Palmira Was bedeutet ein gelber Name in der Spielerliste? Das sind Leute die Farbcodes benutzen In der Spielerliste Warum? Ähm Weil diese Farbcodes die kannst du einstellen mit Aber das sollte man nicht nutzen Mit ähm Welle Dann zum Beispiel R für Rot Nochmal Welle Dann hast du zum Beispiel einen roten Namen Das ist ein Farbcode den man nutzen kann Aber man soll's nicht machen Wir sagen nämlich immer zu den Leuten Wenn du dir Farbcode nutzt Bitte raus machen Weil das tut echt weh Wenn du Admiral on Duty bist Und man sieht auf einmal irgendwo so einen gelben Namen Tut echt weh mit dem Schädel Äh So Äh Hatte schon mal Hacker auf dem Server Eigentlich nicht Deshalb verwundert es mich so ein bisschen 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 Äh ne, ich wollte nur runter von der Autobahn. Wollte von der Autobahn runter? Ich geb an den Führer schon bitte. Ja, es gibt ne Abfahrt da vorne. Autobahnabfahrt. Ja. Das heißt nicht umsonst Abfahrt. Alles gut. Äh, gut, ich bin gleich wieder bei Ihnen, ja? Jo. Antonio. Oh Mann, ja. Oh Mann, ja. Oh Mann, hast du die Kopflosen nicht gesehen? Im nächsten Vergehen... Flugscheinentzug, was? Rücksichtsloses Fliegen, wie schafft man sowas? Was zum Teufel? Was hat der denn angestellt? Ist er mit nem Flugzeug über dem Hauptplatz gelandet, oder was? Was ist mit dem los? Kennzeichen, geh mal ab, Whatsapp. Aber es ist angemeldet von sich hat, ne? Oh. Passt. Ist auf ihm zugelassen. Schau mal nochmal. Ah. Leco mi della popo. Strafenkatalog. Das müsste sein, ähm... Das könnte man nehmen. Oder das, äh... Wo ist es denn? Hier im Gegenverkehr, wo ist es denn? Victor Tennant informativ. Ähm... Der Täter hat gerade zugegeben, dass er gar nicht eingeklemmt war. Ähm... Der wollte nur ne weitere Fluchtmöglichkeit haben. Also sollten wir wirklich auffassen, dass sicherlich keiner kommt. Ah, das wären 4.000 Dollar fahren im Gegenverkehr. Geisterfahrer. Das machen wir. 4.000 Dollar sind das. So. Bitteschön. Das war aber fahren im Gegenverkehr. Da muss ich Ihnen eine Rechnung ausstellen. Ja, alles gut. Das wäre dann in Höhe von 4.000 Dollar, die Sie dann bitte gleich begleichen müssten. Können Sie das jetzt begleichen? Ja, klar. Passt gut. Und hier sollten Sie eher auch nicht lang fahren. Hier ist, äh... Sie sind Bahngleise, ne? Ist auch nicht so sicher. Ja, ich fahr jetzt hier vorne wieder runter. Alles gut. Alles klar. Gut. Wir wünschen Ihnen eine schöne Weiterfahrt. Fahren Sie vorsichtig. Und nächstes Mal einfach die Autobahnabfahrt nutzen, ja? Ja, ja. Schöne Abfahrt. Gut. Alles klar. Jedenfalls. Pingfort hätte die 6 beendet. Deshalb Offroad-Einheit ist doch auch immer geil, ne? Und dann mit dem GTR schön flexen. Outdoor-Verkäufer ist aber gerade keiner da. Das macht mich sehr traurig. Das macht mich schon... Ich glaube, ich kann es aber nicht so was traurig. Ich bin schon traurig in ihm genauer Art und Weise. Wie wär's statt einem Cybertruck, dass Burger-Auto im Casino gewinnen? Ach nee, ich glaube solche Autos werden wir niemals anbieten auf RLU, glaube ich. Das wär einfach too much. Das ist wirklich ein reines Admin-Mobil, wenn wir dann so zum Spaß haben. Italia Halluxion, wie geht's dir? Habe dein Merch bekommen und habe mich so gefreut auf einen guten Stream und viel Spaß. Dankeschön. Weinberg, ich kenne einen lustigen Bahnwitz. Weiß aber nicht, ob wir angucken. Der ist aber auch schon alt. Was? Also die Frage ist, sollen wir jetzt... Wir sollen eher suchen gehen, ne? Ich muss aber auch mal auftanken die Kiste. Wir fahren mal auftanken. Wir holen uns rubellose, tanken das Ding mal auf. Aber bis jetzt läuft das Server. Aber ich glaube, dass die Person jetzt das nicht mehr macht. Aus dem Grund, weil sie gemerkt hat, dass wir draufgekommen sind, was das jetzt eigentlich ist. Weil es ein bisschen auffällig ist, wenn es in einer Log steht. Wir werden nach dem Stream eigentlich die Logs durchgehen und dann gibt's ein Problem. Ich sag mal so, ich glaube, ich werde draufkommen, wer es war. Aber ich find's halt traurig, dass die Leute sowas überhaupt machen. Das ist halt... Steckt man halt lieber in ein Projekt. Es gibt immer Leute, die es einem nicht gönnen oder die einen auf den Sack gehen wollen. Ich muss dir vorstellen, es gibt Leute, die bewerben sich nur deshalb, damit sie dir auf den Sack gehen können. Das ist halt schon heftig. Nur damit sie dir fett auf den Sack gehen. Aber so ist das halt, ne? Oh, ich hab ja kein Geld dabei, da war ja was. Man kann's jedem Recht machen. Es wird immer Leute geben, die einen nicht mögen oder die das Projekt nicht mögen und dann müssen sie rein scheißen. Aber... Jo... Ist es halt so, ne? Ist es halt so. Gell? Jo... 50.000 ausbezahlt. Das ist schon viel Geld. Komm... Ich sag mir nicht so viel aus. 10.000 sollten reichen. Victor 10 für Edward 18. Ja, Sie kommen. Z-Dispatch ist für Sie. Jo, ich gucke mal rein. Ja, 10.000. So. Rubelosa holen wir uns doch mal schnell zum mitnehmen. Ich hoffe, ob wir heute Glück haben oder eher nicht. Genau. Gucken wir mal, passt dich ein bisschen ein. Passt. Dann tanken wir die Kiste mal hoch. Elias, wieder mal ein nicer Stream. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Ich hoffe, dass der restliche Stream jetzt nice bleibt. Heute wird es mir hoffen. Finn Rauch, mal danke für 90 Cent. Tim Scholes haben wir vorgelesen. Wunderbar, haben Sie ihm dank fürs Zippwerden. Elvin, Dankeschön für einen Euro. Das haben wir vorgelesen, haben wir vorgelesen. Ähm... Headward 11 nach. Erneut im KZO. Back in Funk. Und 1076 Mission Rauch. Dann war es eingefahren. So, Scholes, danke fürs Zippwerden. Manuel Rost. In ganz Deutschland sammeln Festnetze und Handynetze tot. Entweder unmöglich. Was? Echt jetzt? Bahnhof, nicht die Ruhe. Was? Achso, das meinste. Handynetze tot. Okay. Hab ich gar nicht mitbekommen. Alter, hab ich wieder erschrocken, wer da steht. Alter, ich dachte gerade, wer ist das? Haha. Ich dachte gerade, wer steht denn da? Aus nichts gespawnt. Aber wait a second, der Typ ist ja da hochgefahren. Ich glaube, der sucht dort einen Spot zum Anbauen, bin ich ehrlich jetzt gerade. Ich glaube, der sucht was zum Anbauen. Warum fährt denn der da so komisch? Also ich fahr ja sonst nie mit dem Auto irgendwo random hoch. Wisst ihr was ich meine? Da werden wir auf jeden Fall später nochmal vorbeischauen, wo der hingefahren ist. Wir werden auf jeden Fall nochmal reingucken. Niko, wie heißt der Grafikmod? Das ist, dass die Tankstellen so gut aussehen. Das ist von NettoVision die Tankstellen. Das ist NettoVision Evolved, muss man kaufen auf Patreon. Da habe ich die Tankstellen, ja. Dass die so gut aussehen. NettoVision ist nochmal 10-7 Jungs. Bis später. 10-7 Jungs. Jungs, nicht mehr. Jungs, nicht mehr. Hier wird jetzt erstmal richtig krass gejungst. Officer Jungs. Ach komm. Unter der Tempomat bitte. Wer ist lang bist du an der WM? Guten Abend. Für gar keins. Ich bin für gar keins. Boah, das ist ja dunkel. So, Andy Klub ist sehr gut. Wollte ja mal Danke sagen, dass du immer so geiles Teams machst. Schau dich schon lang. Aber das ist meine erste Spende. Bleibt gesund. Dankeschön. Ebenfalls an die Klubbüste. Schön gesund bleiben. Cookies91. Danke für deine Doni. Finn Rauchmann darüber für deine Doni. Alles. Royi, danke für 2 Euro. Royi, danke für 2 Euro. Royi, danke für 2 Euro. Jacks Official Blumen. Danke für einen 5V. Killer. Hans ist dabei mit einem Euro. Floribori auch noch mit einem Euro. Mickix nochmal mit einem Euro dabei. Joel Luger, danke für das Subwerden. Vielen, vielen Dank. Da runter scrollen wir haben. Das ist halt auch geil. Ist das hier vorgelesen? Das soll ich alles vorgelesen haben? Ja. Sascha Meurer soll ich nochmal grüßen? Ja. Ruhe geht raus und ich auf jeden Fall. Fahren wir hier hoch, hätte ich gesagt. Auf ne Runde. Hätte ich ja mal X hoch, das wir da hochfahren. Hoppala. Ups, Entschuldigung. Victor 67, rein informativ. Illegaler Waffen, da sauber. Ah, die fahren den wirklich noch ab. Ich dachte, das guckt leider mal. Ja, der X ist auch sauber. Ja. So, hier könnte man auch gut anbauten. Ne, hier ist keiner. Passt. Ja, deshalb muss man ja auch mal Offroaden. Ich bin schon so lange nicht mehr die Offroaden gefahren. Das hat mir schon ein bisschen gefehlt, hier mal zu gucken. Was auch ein sehr heißer Spot und heiß begehrt ist, ist ja dort an dem, äh, hier am Hollywood-Sign an sich. Da müssen wir auch mal hinfahren. Weil da habe ich ja letztes Mal, äh, da haben wir letztes Mal den Hopps genommen. Den habe ich zwar nicht gefunden, aber ich weiß, dass dort die Leute öfters mal anbauen. Na, guck mal hier. Boah, Alter. Hier geht's ja richtig geil hoch. Ja, das ist doch mal ein nicer Spot hier. Ui. Ja, da fangen wir wieder runter. Jetzt noch so einen zweiten Spot, wo man hochfahren kann. Den checke ich auch nur ab und dann fahre ich wieder runter. Wenn ich das hier, was wir haben am Boden ist. Welche schöne ist hier. Sehr schön. Ah, da geht der Fluss hoch. Ah, der ist eingezeichnet, der Fluss. Oder? Ist das, ist das der, oder ist das eine eingezeichnete Straße, der Fluss, oder wie? Also ist irgendwas eingezeichnet, also ein Fluss ist das irgendwie nicht. Aber eingezeichnet ist er auf jeden Fall. Soll immer das sein soll. Ist so ein Wanderweg vielleicht. Ja, Wanderweg wird das sein. Eingezeichnete Straße. Richt. Äh, Viktus 6, den Renteninformativ. Cocoa-Plantagesauber. Ich kann halt den Informativen, Geldwäsche auch sauber. Baaast. Boah, Alter, hier geht es ja richtig hoch. Ist ja Platz ohne Ende. Ja, fangen wir auf den Mount Chile, wir fahren dort wieder runter. Habe ich da hoch? Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Das Ding hat ja PS ohne Ende. Es ist der Sound, der Richtigste. Wir riskieren können wir mit der Kiste. Schau, wie das Ding hoch schabbert. Ja. Im Obenzimmer. Am Gipfel am Mount Everest. Ja, Robert. Ja. Boah, der Mond sieht ja... Ach stimmt, soll ich gefixt an meiner Grafikmod? Informativ. Hand, Feld, sauber. Ich muss euch jetzt mal zeigen, auch in der Grafikmod. Wisst ihr noch? Mir ist aufgefallen, es gab keinen Mond mehr. Der war weg bei mir. Ich habe keinen Mond mehr bei mir in der Grafikmod gehabt. Jetzt habe ich die letzten Tage ein bisschen in der Grafikmod gefeilt, seitdem habe ich einen Mond da. Macht mich richtig happy, dass der Mond einfach jetzt da ist. Der war einfach nicht vorhanden. Nicht vorhanden. Was steht denn eigentlich unter Info? Haben wir jetzt... Freitag steht. Okay. Uiuiuiui. It's Friday. Ist doch... Donnerstag ist doch gerade, ne? Ja, Donnerstag ist. Hä, warum sagt er Freitag? Oder nimmt er US-Time? Das kann... Ach, der nimmt sich ja US-Time. Jetzt komme ich ja nicht mal runter. Jetzt komme ich ja nicht runter. Perfekt. Gut gemacht, Kevin. Ganz toll. Und eigentlich auf der anderen Seite mal runterfahren. So viel dazu. Uuh. Was fahre ich denn für ein Dreck zusammen, sag mal. So. Oh! Nie runterfallen. Boah, Alter. Stell dir mal vor, ich werde jetzt alles hunde gewuppelt. So. Wo ist... Runder geht's? Runder geht's. Es ist ja einmal festhalten. US sind minus 6 Stunden, ne? Gut, aber hat das auch keinen Sinn. Beste Berechnung. Jawoll. Ich dachte, plus 6 Stunden sind USA. Ich dachte, das wäre Plus gewesen, nicht Minus. Ach, links auf der Karte Minus, rechts Plus. Stimmt. In... In... In Asien feiern sie zu allererst, ähm, Dings hier, ähm... Wie heißt's? Ach, die feiern ja alles zuerst, bevor es bei uns ankommt. Das macht eigentlich Sinn, dass dann Minus Richtung Amerika geht. Ich bin mal wieder komplett lost. Geografie 5. Was hatte ich denn Geo? Ich glaube eine 4 habe ich gehabt. In Geo. Ich war nicht so gut. Ich war nicht so gut. Aber ey... Wäre ich... Ah! Boah, Alter. Wäre ich in Amerika, hätte ich eine 1. Kennt ihr diese ganzen Videos, wo Leute gefragt werden, wo ist das und das Land? Und die haben einfach keine Ahnung. E-20 ist jetzt 10-8. Schönen guten Abend, Kollegen. Guten Abend. Guten Abend. Na moin Sir. Zeichne mir Deutschland ein. Oder... Sag mir... Sag mir... Drei... Europäische... Äh... Länder. Die wissen das teilweise nicht dort drüben. Also nicht alle, aber es gibt... Also diese Umfragen. Ich weiß nicht, ob das... Alles wirklich so real ist. Aber ey, komm. Ich könnte glaube ich von jedem Kontinent, äh... der Lende sagen. Genügend. Oh, jetzt bin ich wieder falsch gefahren, ne? Ja, natürlich bin ich falsch gefahren. Ja, das ist... Hier die Schanze fahre ich nicht mehr runter. Da hab ich gar keinen Bock drauf. So. Ist der gerade der Geo leer? Perfekt. Ach so. Haben wir das auch geschafft. Also hier sieht's mir nicht so aus, als wär was. Aber... Abchecken müssen wir's. Autohaus hat immer noch geschlossen. Ich bin sehr mad gerade. Ich hätte fast mal den GTR heute gekauft. Ich bin sehr mad. An dieser Stelle. Weil der... Der war ja vorhin da. Ich bin hingefahren. Server. Zack. Weg war er. Weg war der Server. Schau 97 Leute online. Jetzt wird's dann langs wieder Zeit, dass wer reinschallert eigentlich, ne? Jetzt wird's mal wieder Zeit. Alter. Pfff. Alter, jedes Mal schreck ich mir an dem Scheißding. Mein Herz. Hahaha. Vergiss das immer, dass da was steht. Ich vergesse es jedes Mal. Mein Gott, ey. Wo ist Mr. Mod-Menü? Komm jetzt, jetzt... Es sind... 97 Leute online. Wenn du jetzt rein schallert, wär's doch perfekt. Mr. Mod-Menü. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Jetzt wird's ja langs wieder Zeit, dass hier wieder alles wegcrashed. Und jetzt sind ja 6000 Zuschauer im Stream, ey. Also wenn's jetzt passieren würde, das wär jetzt ein massive Loss für mich jetzt. Das würde mich jetzt ganz hart hitten. Oh, also hier fahren wir mal lang. Ey, mir fällt ja auf, hier guckst du ja nie, ob er was anpflanzt eigentlich. Also, hab hier noch nie reingeguckt in den Wald. Viktor, Sixteen, rein informativ, Handverarbeiter, sauber. Die Information bringt halt nix, weil du fährst halt dann wieder lang und dann... ...nach zwei Sekunden kann ja jeder kommen, so direkt. Der Funkspruch macht's sogar keinen Sinn an sich. Kann ja nicht irgendwo vorbeifahren, sag ich's sauber und nach zwei Minuten kommt's halt wer und macht halt seine Sachen. Dann fährt dort keiner mehr vorbei und, joa... So, ist halt auch... Ist halt auch problematisch. Ah, Stein im Weg. Hab auch wieder die perfekte Zeit gesucht, um da durchzugucken, ne. Genau dann, wenn's wieder dunkel ist. Was war das? Das war Bigfoot im Wald. Der streicht dich an, wenn du vorbeifährst. Dann kommt Bigfoot raus. Wo ist jetzt Mr. Server-Crasher? Es ist jetzt 19.31 Uhr und mich wundern's grad wirklich, dass es nicht nochmal rauscrashet hier. Vor allem bei so vielen Spielern. Es sind fast wieder 100 Spieler unten. Jetzt wird's aber langsam wieder Zeit, mein Lieber. Jetzt wird's Zeit, den Server wieder weg zu crashen, hätte ich gesagt. Bei 100 Spielern, wenn wir das erreicht haben hier. Wird's wieder Zeit, Leute. Es wird Zeit. Auf Klo muss ich. Auf Klo muss ich jetzt echt mal. Ich konnte ja nicht mal meinen Schiss ablassen, als ich im Haus war. Ich wurde vor die Tür gesetzt. Beim Scheißen. So hat der Streamy mich angefangen. Beim Kacken erstmal rausgeschickt. Meine Frau hat mich rausgeschickt. Ich konnte nicht mal kacken gehen. So. Ja. Gucken wir mal hier lang. Aber ich fahr mal dorthin, wo dieser eine Typ war. Weil ich glaub, dass der dort angebaut hat. Das lädt ein, um anzubauen. Das lädt aber richtig ein, hier anzubauen. Guck mal das an hier. Das ist ja mal ein geiler Spot. Guck. Weit und breit nichts hier. Perfekter Spot, um sein Lager aufzubauen. Um sein Lager anzubauen. Ich halt hier mal ein bisschen Ausschau. Wir müssen hier mal auf den Berg gehen und mal Ausschau halten. Wir hier vielleicht auch irgendeinen Kocher oder so sehen. Guck mal, der Mond. Es sieht jetzt so geil aus. Ach ja, und eine Sache, die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Da müssen wir... Wir müssen wohin, Leute? Ja, warte, wir machen das schnell. Wir müssen da ganz schnell hin. Ich muss euch was so geiles zeigen jetzt. Das ist richtig geil. So, jetzt muss er mal gecrashed werden. Also, 101 Leute sind drauf. Der 101 Leute muss doch einen Typen geben, der jetzt hier reinkommt und uns wieder backcrashet. Aber hallo. Bitte tun sie mir den Gefallen. Nee, aber hier ist alles... Alter, warum rennt ihr mir auch immer ins Auto? Ich fahre hier. Ich habe Licht an. Soll ich mir die ganze Zeit hupen, dass mir nichts entgegenkommt? Nee, hier ist nichts, oder? Was sagt ihr? Kein Rauch, keine Sichtung, kein gar nichts. Es sieht hier relativ clean aus. Aber ich fahre jetzt wohl hin. Ich muss euch was zeigen. Jetzt muss das wirklich schnell gemacht werden. Passt auf. Einer im Chat weiß es schon. Ach nee, warum? Ey, warum wissen die Leute das im Chat? Wie oft habe ich das angesprochen? Wie oft habe ich das mit euch schon angesprochen, dass der ganze Chat schon weiß, um was es geht in der Grafik? Alter. Weil ich gesagt habe, ich habe was neu gemacht. Schau. Ganze Chat weiß Bescheid. Ey, muss das sein? Ey, jetzt ist das wirklich unglaublich. Link über den Fortnite TV. Am Hauptplatz fahrt Richtung Süden. Ich glaube ein schwarzer P1 jetzt Richtung Abschlepphof. Schwarzer P1. Am Ammonation wieder Richtung Hauptplatz. Das ist das schwarze P1, Jungs. Am Hauptplatz Nordwärts Richtung Pillbox. Haben wir die Highspiel im Deans bis vorne? Ja, genau. So, Korrektur ist ein schwarzer Nissan GTR. Ja, ich häng mich noch was hinten dran. Vielleicht verkauft er mir den, ja. Wie viel am Hauptplatz. Es ist die Sounder bespäde. Wie viel Hardfire, den wir verkaufen können. Link 24, 186 am Hauptplatz mit dem Kettbeirchen. Ja. Es ist die Sounder bespäde. Das ist die Sounder bespäde. Nice. Oh, da komm ich jetzt aber nicht, äh, scheiße, da komm ich nicht runter. Und hier, hier eine, eine Straße, äh, paar Dings. Vielleicht find ich hier sogar was. Hier bauen sie doch auch öfters mal an, hier am Strand, ne? Link 9, 10, 6 Oceans mit einem Theater. Glaubt man oft gar nicht, ist aber so. Victor 10, 1097. Das ist die Sounder bespäde. Schon so offen gefunden, der da angebaut hat. Passt auf Leute, jetzt macht euch ready. Ihr seid genug, oder? Ja, defo, defo. Macht euch ready Leute. Ich zieh mich aus, zuerst. Passt auf. Äh, King26 steht ja auch mal auf der vorne Stelle noch ein BMW. Meine wunderschönen Schuhe, meine Hose. Ab geht's. Ab geht's Leute, ich zeig's euch. Ich zeig's euch. Es ist endlich soweit. Es ist endlich soweit. Seid ihr ready Leute, um es zu sehen? Ob ihr ready seid, um es zu sehen? Ich muss ein bisschen weiter rausschwimmen. Gibt euch das. Das Wasser ist gefixt. Es funktioniert endlich. Und vor allem, guckt mal wie weit man sehen kann. Glasklares Wasser in der neuen Grafikmod. Und das Geile ist, sobald die Sonne drauf scheint. Oh, da ist sogar der Mond gerade. Oh, das sieht so geil jetzt aus. Wenn die Sonne jetzt drauf scheint, dann kommen hier diese Rays richtig geil runter. Und du siehst die Sonne auch von ganz unten. Dass sie noch durchballert. Gibt euch das wie das Spiegel hier oben. Guckt. Das sieht so geil aus. Ich liebe es. Glasklar. Ja. Ja, also was Neues. Wasser. Es ist gefixt. Ich sehe endlich wieder was. Endlich. Finally. I did it. Nach Jahren. Nach Jahren kann ich wieder nur weiter rauchen gehen. Sogar besser als jemals davor. Guckt mal wie clean das ist. Cleaner geht es nicht. Komplett klares Wasser. Nach zwei Jahren. Nach zwei Jahren. Ich glaube der Bug war echt. Ich glaube eineinhalb Jahre. Zwei Jahre drin. Ja. Ich habe auch die Grafik Mod komplett aufgebessert. Ich habe jetzt die ganzen Time Circles reingemacht. Nach den ganzen. Es gibt ja so GTA Updates. Und dann kommt. Mit jedem Update kommt irgendwie eine neue Time Circle rein. Ich habe alles neu gemacht. Also die Grafik Mod ist jetzt auf dem neuesten Stand. Es funktioniert jetzt alles wie es sein soll. Wie gesagt auch hier. Der Mond funktioniert wieder richtig. Der wird hier noch angezeigt. Der war auch weg. Und ich habe das einfach nicht mit dem Mond. Habe ich einfach nicht bemerkt. Mir ist aufgefallen als ich das Wasser gemacht habe. Habe mir gedacht warte wo ist eigentlich der Mond. Der ist einfach. Der war die ganze Zeit weg der Mond. Der hat sich nie gezeigt. Ist schon sehr sad ne. Wenn du darüber nachdenkst. Wir haben jetzt jahrelang ohne Mond gespielt. Ja ist halt so. Passiert. Jetzt kann es unter Wasser RP geben. Oh ja. Endlich geil tauchen gehen. Da macht es richtig Bock Schatzkarten zu suchen. Unter Wasser. Ein Taucheranzug holen. Ab gehts. Und wir suchen Schätze. Und da ist vielleicht eine Schatzkarte irgendwo versteckt. Das würde ich hart fühlen. Noch immer kein Verkäufer unter. Doch. Autohaus Verkäufer. Ok. Das ist zu viel. Aber. Bin gerade im Dienst. Wissen Sie was. Ich fahre noch mal ne. Ne Runde. Oder kann ich beim Autohaus. Kann ich beim Autohaus anrufen. Wartet mal. Als Autohaus der Nummer. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr schlecht. Fühlt weit weg her. Ich weiß nicht wo du meinst. Ich lebe es ab. Rookie 3. Kurz 7. 6. Gebihte. Dankstelle. Ich muss ja so viel vorlesen. Sorry about that. Leute. Cookie. 91 Dank. Für 1 Euro und 9 Cent. Vielen Dank. Andel. Die Klob. Es ist sehr gut. Das haben wir auch vorgelesen. Das habe ich noch nicht vorgelesen. Damit ich das hier alles durch habe. Das haben wir auch gelesen. Ja perfekt. Wieder komplett. Wieder komplett lost. Weinberg haben wir vorgelesen. Italia. Vorgelesen. Mark Rumpel. 1 zu 7. Boah. Das habe ich noch nicht vorgelesen. Das wüsste ich sonst. Dankeschön. 1 Cent. Der Mark Rumpel. Da rumpelt es runter. Ich brauche noch ein bisschen Essen. Und dann mache ich mir die Rumpellose auf. Verloren. Verloren. Das lassen. Verloren. Oh bitte. Ja. Nö. Verloren. Danke für nichts. So. Dann begebe ich mich mal hier in die Richtung. Hier habe ich ein bisschen absuchen gehen. Alles was hier ist, ist Hotspot fürs anbauen. Alles was hier ist. Hotspots. Fahre dann mal hin. Fahre dann mal hin. Fahre dann mal hin. Fahre dann mal hin. Ihr habt ja gesehen wie da schon einen Spot gesucht hat drüben. Da fahre dann mal hin. Und zocken mal. Ein bisschen eine Runde. Genau. Wir zocken dann eine Runde. Dann schauen wir mal. So Leute. Hauen wir mal auf den Like. Der Server läuft jetzt erstmal. Mit 105 Spielern. Ja. Schauen wir mal ob das so bleibt. Jetzt gleich crash den Server weg. .de. Hauen wir mal so einen fetten Herzring raus Leute. Lasst ein Like. Da würde mich sehr freuen. Auf die 5000 Likes sind über 6000 Leute. Hauen wir mal zusammen auf den Like Button. Würde mich sehr freuen. Hauen wir mal drauf hier. Heutens hat noch nicht viel passiert. Aber hey. So. Christian Es. Mein erster Spendenort wollte dich mal fragen. Woher du das Polizei-PAD in Funk hast. Oh. Funkgerät. Das hat vor Jahren mal irgendwo gekauft. Das. 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 Das Polizei Tablet. Das was wir haben. Das P. CAD. Das ist. Selbst gemacht hat. Es ist über. Über Google. Eingebundenes Ding. Einfach ein eingebundenes. Also es ist nicht mal ein richtiges Script an sich. Jo. Dankeschön. Kevin King für Red Bull und Zähne. Dankeschön. Dicker. Danke. Robert Kaiser. Weiß ich nicht. Wirst du mir vielleicht mal helfen. Wenn wir sagen. Wie das mit Scripts funktioniert. Leider no time for that. Ist problematisch. Ich habe jetzt schon kaum Zeit. Die letzten Tage nur in 3.0 gesessen. Und. Ähm. Auch jemand ein Script beibringen. Dann war es das komplett. Nico. Aber vielen Dank trotzdem. Robert. Für. 25 Euro mit Fies. Moin. Äh. Das haben wir auch schon vorgelesen. Hä. Ist mir aber komisch. Wir sind ins Kalender angekommen. Also Grammcard habe ich extrem gefreut. Dann kennst du mich. Grüß aus. Die Obentor von. Paulus 1 zu 7. Sagt man grad nix. Aber Gruß und Gruß geht raus. Freut mich. Wie heißt denn die Grafikwort? Diamond Vision. Zum Downloaden auf nirgendwo.de. Das ist leider. Aber wisst ihr was geil aussieht. Wenn das Wetter clear wird. Das sieht richtig nice aus. Aber das kann ich jetzt nicht einstellen. Ich bin auch von der Sonne. Sieht jetzt besser aus. Keine Ahnung. Pro D3. Back 108. Back 108 Jungs. Ja. Link 24. 1086 am Akadius Tower. Mit dem Kinnzeichen. JVDH. So. Wir Jungs mal hier rein. Hätt ich gesagt. Ne. Ich weiß nicht ob hier was anbaut. Das war ja damals. Ey wie oft hier angebaut wird. Das glaubt ihr gar nicht. Aber das ist so auffällig. Wobei es ist so auffällig unauffällig eigentlich. Wenn ich so gut nachdenke. Was so obvious wäre. Mit dem 1080V. Mit dem Königseck Richtung. Ah Königseck. Wir fahren jetzt Richtung. Harmonie. Projekten einheizen. Da kann ich irgendwie. Da fährt weiter. Harmonie entlang. Oh der ist da direkt vorne. Wo das geht. Welche Richtung fährt der? Wendet. Fährt weiter Richtung Sandy. Das ist glaub ich dieses Fahrzeug äh was Spezielles. Speziell. Fährt weiter Richtung Sandy. Ja soviel dazu ne. Komm Kaum entlang mit dem Mustang. Wo der Zugang. Von. In Sandy line. Block closing. auf die anscheinend soll er hier irgendwo sein Königweg oder was für ein Fahrzeug waren da, also Fahrzeuge vielleicht? ich glaube das war das von Halloween ja wo ist das? keine Ahnung, wir haben ihn verloren ich hab's noch nicht gesehen Leggneimapfager kann auch nicht weiter in den Oceans kommen, um einen Täter abzuholen Wieso muss das jetzt weg ist? Ist das Schwule erschwunden oder was vor dem? Hä? Was ist denn jetzt gerade passiert? Oben bei einem 200 Zimmer, warte schon werfen wir haben, ja Strang Ich hätte es wieder in Richtung hieß, wenn wir das nicht kontrollieren Wheel, I'm closing Der Offroader müsste kurz Platz machen gleich Fahr rechts Fährt jetzt hoch Palito, im Gegenverkehr Linken 9 von King 26 Fährt wieder Richtung Stadteinwert Kurs Kurs Kollege Ethan Hops Ich stehe Längelang kurz raus Das ist relativ schnell der Wagen, ne? Dafür dass das ein... 6-Lay-Made-Bag bekommen dann nicht für den Muskeln Ein Gelände Auto ist zwar nicht so super schnell, aber schneller ist schon... Ich führ mal 300, ne? Äh, ja, ja, ja Schlimmere ist Und so schlimmere Autos gefahren Fahrtrichtung Statt einwärts glaube ich Einen Nagelbinder legen Mordstation Ne, ne, der fährt Sandy wieder rein Ich sehe gerade Der steht da oben Der fährt Sandy Ja, keine Chance Äh, fährt wieder zurück Ah, negativ, der ist jetzt irgendwo abgefahren Ja, der versteckt sich Ja, ne, der fährt wieder Ich sehe den Stichkontakt Der fährt jetzt wieder Richtung Sandy rein Ah, jetzt, äh, Richtung Harmony Kein Sichtkontakt mehr Ah, doch, glaub, wieder Sichtkontakt Bei Harmony steht er jetzt vorne irgendwo An der Ecke Ne, doch nicht, doch nicht Ah, kein Sichtkontakt mehr Ja, ist hier irgendwo in Harmony Müsste er stehen Oder er ist weiter gefahren Eins und Bein Ich kann jetzt auch mit der High Speed Schrei Strange, Alter Farbe und Hersteller des gesuchten Fahrzeuges Schwarzer Bagani Ja, ten four Sichtkontakt war Harmony, richtig? Letzter Sichtkontakt, äh, Harmony, äh, an dem Shirtsdoor vorbei Ten four Ach, geh mal auftanken Hätte sich gedacht, dass ich da jetzt eine Verfolgung sage, mit einem, mit dem einzigen, mit dem einzigen Pagani kommen, den es gibt, Alter Der einzige Pagani fährt einfach rum Ah, und ich kann mit dem Verfolgung noch mit, na super Aber habt ihr gesehen, wie der OP ist, der Wagen Das ist der schnellste Auto bei uns auf dem Server, es gibt keine schnelleren Das ist der schnellste, was willst du machen? Kannst du dem höchstens Kannst du dem Nagelbänder hinlegen Das ist das Beste, was du machen kannst bei so einem Auto Ja, der würde weiter durchgezogen sein, vielleicht auf dem Osterway Ja, King-Twenty steht in der Mordstation am East Highway, dort kein Sichtkontakt gewesen Das ist ganz strange, ne? Ich glaub, dass wir nicht das letzte Mal gesehen, äh, gewesen sind für den Neusten Was ist hier rein? Nö, gar nicht Irgendwas mitgenommen Alter, was, nämlich, hab ich ne Katze mitgenommen Eine Ratte? Ich hab ne Ratte mitgenommen What? Ihr habt ne Ratte überfahren Ich überfahre heute alles mit dem Ding Ich hab grad ne Ratte überfahren So'n Scheiß Ja, passiert Passiert, Leute Passiert im Besten, oder? Ehrlich gesagt Das passiert im Allerbesten mit den Ratten Boah, Alter, wo sich das denn so runter geht? Bin ja nicht froh, dass ich aufgehört war Mein Herz Ich dachte, mich überschlägt's gleich So, guck mal hier nach ein paar Pflänzchen, die ich gesagt, ne? Hallo Hallo Guten Tag Hier drinnen ja auch Hotspot an sich, ne? Ja, bitte, wir sind durch den Ufer ab Und sind wieder Tantan und Tick Das fühl ich aber auch hier drinnen Und zwischen den Bäumen ist schon fies Fliegender Baum, wer kennt den? Aber hier ist die einfachste Möglichkeit bei den Cops abzuhauen, wenn du Offroad fährst Ist das noch einmal, wo wir das gemacht haben? War so geil Alter, ich hab die doch nicht mal berührt Was ist denn los? Die macht das mit Absicht Versicherungsbetrug Versicherungs bitte Hallo Aber das ist ein Backup-Fahrzeug abgemeldet, nicht versichert Äh, King 20, 1km Danke dir Ja dort fährst du in 1076 Academy und dann Fahrzeug Mannja, 1 zu 7, altes Anwesen durch Oh, Schweine Oh, Schweine Schweinebäuche Schick Oh ne, ja wo kommt denn der Baum jetzt her? Der ist einfach gespawnt vor mir 114 Leute sind da gerade Ja, schon strange Ich würde so schnell aufs Klo gehen Und wenn ich dann zurück kommen möchte, dass der Server gecrashed ist, ne? So netter will ich das haben Oh, 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 oh Victor 10 1019 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ach komm Kann ich auch noch hochführen Also hier unten ist alles clean und äh Ja, dann werde ich mich mal kurz auf Code P gegeben S1 CAD Ah PCAD Dann bin ich gleich wieder da King 4 Code P Wo ist Code P? Ah hier King 4, 106 Code P Bin gleich wieder da Leute Bis gleich In der Zwischenzeit ein AFK Screen So und jetzt erst mal den Server Was ist der Sound? Wie spiel ich? Ja Das ist der Sound Wer hat denn schwarzen Fagani gesucht, ne? Ich bin gerade am Hauptplatz entgegengekommen. Gerade Richtung Clucking-Bell, Richtung China-Denkmalen. Ich bin ja nicht in der High-Spy-Zeit-Loft, weil ich gar nicht hinterher fand. Das ist eine Zeitverschwendung. Ja, sich Kontakt auch wieder verloren. Ja, aber ich denke, sich Kontakt auch wieder verloren. Und erst am Fall einen irgendwie so auf die Hälschung. Die Hälschung sind immer geredet. Das ist eine CM-Loftfläche. Ja, ich hatte die Hälschung. Ich hab denbrechen. Und dann hat sie einen Morgen gehört und das alles, was mich hier nicht. Dann hab ich angenehm und CIB. Ich habe sehr gerne überall gearbeitet. Ich bleibe von dir. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Auf der südlichen Hauptplatzstraße ist mir nichts entgegengekommen. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Link in 31, to net. Entschuldigung. Das stimmt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 10-86, äh ne Kleidungs-Shop am Unicorn, mit nem Fahrzeug, wo das Kennzeichen wohl abgefallen ist. King-4, Black-10-8 Ist ins Klo gefallen, ja? Ne, Reilsdamm drückt. So, ooooh. Jetzt bin ich wieder frisch, Alter. Ah, ist das schön. Wenn man wirklich alles gibt, was geht, alles rauslässt, mehr ging nicht. Da ist das ein schönes Gefühl, wieder zurückzukommen, in aller Frische. Ah, was ist das denn? Es sah ein bisschen aus wie den Wagen, den wir vorhin verfolgt haben, aber... Ich komme sowieso nicht hinterher, aber ich schau mal. Ich schau mal wegen dem GTR jetzt, das ist mal wichtiger. Weil ich bin jetzt schon die Routen abgefahren, ich habe nichts gefunden, ich würde mal Richtung GTR umsteigen wollen, so langsam. Guck mal mal. Ja! Wann GTR kaufen? Ich werde es jetzt probieren, Leute. Bei 5000 Likes kaufen wir heute noch einen echten GTR. Ja! 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 So. Jetzt haben wir es richtig. Jetzt müssen wir doppelt und dreifach drücken, dass das wieder weg ist. Ne! Aber 5000 Likes hole ich mir einen GTR. Wir sind kurz davor. Es fehlen noch... Es fehlen noch 700 Likes circa. Also gerne liken. Für einen neuen GTR, den wir dann gleich in Zivil fahren können. Ich habe ein neues Outfit für. Ja! Ja! Dann schauen wir mal so. GTR sitzt jetzt auf dem BMW M5 mit dem Kennzeichen 61 ZLW 834. Just Zivilfahrzeug. Oh! Der war noch gelb, oder? Der war noch gelb! Hätte ich gesagt. Was von? Das ist der Kollege im BMW, oder? Vermutung. Der verspende. Jetzt muss ich alles nochmal vorlesen. Perfekt. Ähm. Oh, warte. Meine Augen hängen. Warte. Warte. So. Sonst gucke ich mich die ganze Zeit mad. Das will ich auch nicht. Ging Turn T-back-Date. Also was ist hier los? Uijuiuiuiui. Eiei. 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 Alter, der Magen ist ja mal kompletter Totalschaden. Huch. Huch. Was ist denn da passiert? Du musst hier runter, ne? Hier muss ich hin. Ich bin ja nicht im Dienst, da doch bin ich. Hier im Dienst. Da war ja was. Da muss ich mich kurz außer Dienst melden. Für eine kurze Zeit Pause. Gibt es eigentlich im Dienst eine Pause für Autokaufen? Ich will den gar nicht Probefahren. Ich kaufe den einfach. Ich gehe rein und kaufe den. Zack, zack. Da frage ich, ob er mir den noch liefern kann. Richtung PD rüber. So ein PD-Fahrzeug werden. Das wäre schon geil. Ja, so ein GT-R ist was Feines, Leute. Ein GT-R ist was Feines. Vector 10, 1015, 1076, stay prison. Ich kenne dich noch. Natürlich André. Heute meine Bestellung angekommen, muss ich sagen. Sehr geile Qualität und sehr bequem. Das freut mich. Der neue Shop, da ist die Qualität top. Da passt alles. Ich freue mich schon auf das 1 zu 7 Schild, wenn es so weit ist. Ich möchte mir dann schön wohin klatschen. Wobei, ich glaube, das ist heute... Heute ist das Mauspad angekommen. Es kommen Mauspads auch noch. Ich habe heute mein Mauspad bekommen. Ich muss mir mal ein Foto von machen. Sieht richtig geil aus. Wir machen ein kleines Mauspad und ein langes, großes. Und da ist dann auch das Design drauf von Grand Boss Store steht drauf, genau. Sieht mega aus. SivNBK, danke für einen Euro. Vielen, vielen Dank. Robert Kaiser nochmal mit 25 Euro. Alter, nicht Kaiser. Kaiser, sag ich immer. Vielen Dank fürs Backup. Ich denke, trotzdem, wenn Bewegungsweise offen ist, versuche ich reinzukommen. Dein Robert. Der Eben Robert. Guck mal mal. Linken 24 für Edward 14. Schau mal schnell. 1 PCR, äh, PCRD. Eintragen, King 4 ist jetzt kurz 10. 6, bin beschäftigt. Ich bin mit Pause. Ja, 10 vor. King 4, 10, 10. Neues Zivilfahrzeug kaufen, das freut mich. GTR. Guten Tag. Guten Tag. Ist der Autoverkäufer da? Ich glaube, irgendwer ist drin. Ich glaube, es müsste wer da sein. Alles da, vielen Dank. Ja, oben sind wir. Alles da, danke schön. Der Security ist auch da. Servus, grüßt ihr. Ich komme gleich oben. Ja, alles da, danke. Ich glaube, ich spende echt. Der Handlister. Handlister, ich glaube es nicht. Sieht ja wieder neu aus. Alter, wie oft wechselt andere seine Frisur? Oh, nee. Oh, geil. Also schnell, wenn es geht, eine Anhängekupplung irgendwie. Mit einer Anhängekupplung, da können wir jetzt lange warten. Was schnell ist mit einer Anhängekupplung. Ah, da kannst du ja lange warten. Da kannst du jetzt echt lang warten, bis der fertig ist. Es gibt nichts Schnelles mit einer Anhängekupplung. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Es gibt nichts Schnelles mit einer Anhängekupplung. Rappler hat, glaube ich, keine Anhängekupplung. So, Raffi, danke für 1,90. Philipp Kirchhoff, danke für 90 Cent. Lenny, guckte schon seit drei Jahren. Vielen Dank, Lenny. Es freut mich sehr, ehrenhaft. Manuel Rost kommt mal wieder, GTA Royale. Und das weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Zock mal im Stream. Warzone 2,0. Muss ich mal probieren. Aber es soll ja sehr verbuggt auch sein. Oh, das ist die Alarmalage. Ganz schön. Dominik, schulde. Dank fürs Sückwerden. Firebody 18 für 3 Euro. Jade 05 auf eine Ewigkeit später. Ja, ist so. Muss ich mal jetzt ein bisschen warten, bis der fertig ist. Das Ding hat, glaube ich, keine legitime Anhängekupplung, was der sucht. Der Mann. Ich glaube, André verkauft den gerade das falsche Auto. Der Rappter hat doch keine Anhängekupplung. Ich weiß nur, dass der Ford 350, glaube ich, oder 150, heißt der. Der hat eine Anhängekupplung und der Hammer. Aber der hat keine Anhängekupplung. Also, er hat schon eine, aber die funktioniert halt nicht für Anhänger, wisst ihr. Wenn er jetzt den kauft, dann will der was anhängen und das geht nicht. Wucherpreise hier. Unglaublich. Wollte gar komplett ein anderes Auto. Wurde falsch beraten. Und wuchern tut es ja auch noch. Das Ding hat doch auch keine Anhängekupplung. Oder sehe ich das falsch? Also, ich gehe da mal kurz hin. Sebastian, ich werde mich da so dezent rüberstellen. Ich bin mir so nicht aufgefallen, dass hier so. Ich weiß gar nicht, dass das hier oben so eine Aussichtsplattform gibt hier. Die 6M, das ist so richtig. Ja. Ja, also, den kann man richtig nur auf Streitbau machen. Auch Schmähl ist er. Boah, da braucht ich jetzt lange. Ich will doch nur ein GTR kaufen. Ich will doch nur ein GTR kaufen. Ich will doch nur eine Probefahrt aufmachen, wenn ich was mit euch in unseren GTR haben. Schlechtes Timing erwischt. Schlechtes Timing. Elf Crafting für Sip werden. Schuppi, danke für 20 Euro. Alter, vielen Dank, Schuppi, ey. Der haut hier so viel raus. Vielen, vielen Reiz da. Firebody, 8,5 Euro, Mastery. Ich hoffe, dir geht's gut. Ist das Setup, welches auf deiner Seite aufgerüstet ist, noch aktuell? Ja. Da hat sich nichts dran verändert. Mein Setup habe ich jetzt schon lange nicht mehr aufgerüstet, muss ich sagen. Also, seit 2021 ist es fast immer dasselbe bis jetzt. Geht's in die Richtung, oder? Nächste Aufrüstung wäre ja eine 40, 90, wenn's mal dazu kommen sollte, aber mein Setup verändere ich sehr ungerne, weil ich bin sehr zufrieden damit, wie es ist. Und man sagt hier aber, don't touch a running system. Solange es funktioniert, sollte man es auch nicht anfassen, du hast es dann ändern, ne? Ist halt so. Firebody, haben wir ja vorgelesen, genau. Hundeban, 1,7 Euro, über 90 Cent, vielen Dank. Das hat man auf dem Golfplatz, ne? Ja. Boah, Volvo. Nicht so für sie wahrscheinlich. Ich glaube, den fährt sogar, ähm, Dings hier, äh, PewDiePie hatte den Volvo, bevor er nachher abangezogen ist. Ist ja den, glaub ich, gefahren. Ist richtig anders statement, so ein Volvo. Löst halt in mir keine Gefühle aus, so ein Volvo, ne? In so einem BMW-See, boah. Das löst halt Gefühle aus. Aber Volvo ist für Leute, die halt, ähm, ähm, ja, ich sag mal, ein sicheres, relativ dezentes, schickes Auto fahren wollen. Das wollen wir gar nicht so schlecht. Und ich glaub, Volvo limitiert ja mittlerweile, ne? Du kannst gar nicht mehr so schnell damit fahren. Probefahren? Kann man machen. Dann lenken wir einfach die Hälfte der Kaution, also 5.000 her und dann können wir es damit düsen. Entschuldigung. Grüße. Ja. Ich bräuchte ein Auto. Ich will es gar nicht Probefahren, ich will es nur direkt kaufen. Ja, was haben wir denn? Äh, ich bräuchte einen Nissan GTR R35 Nismo Edition mit der Steuermupfe vorne, so wie, äh, einem KW-Gewindefahrwerk auf minus 0,5 eingestellt und er soll bitte, ähm, keine Radkappen haben. Ja, passt, mach mal, gell, das kostet... Moment, warte mal. Dann machen wir das so. Das mit den Sonderanfertigungen, das ist allerdings, wir haben ihn so ab Werk nicht, gell, also das müssten wir dann noch einmal extra machen. Ja, das würde ich ja extra machen, ja. Ja, passt, gell, das... Ich kann Ihnen jetzt einmal den Kaufpreis verrechnen und den Rest muss ich Ihnen dann später verrechnen, da müssen wir nämlich noch einmal durchschauen. Soll er auch schon das umfassende Motorpaket alles drin haben? Äh, er sollte das... Super Deluxe Sport Package Plus mit Turbo- und, äh, Otto-Motorantrieb haben, also Otto-Verbrenner-Motor, also jetzt kein Diesel-GT-R, wenn möglich. Haben Sie schon mal einen Diesel gesehen, einen GT-R? Natürlich, ich habe schon alles gesehen beim Leben. Das habe ich noch nicht gesehen, das muss ich mir noch einmal anschauen. Ich habe auch schon mal einen Tesla gesehen mit Wasserantrieb und dann war da Benzin drin und dann ging das Ding hoch, also man sieht alles im Leben. Ja, nein, das... Die Geschichten können Sie mir nachher erzählen dann noch. Möchten Sie einmal, das machen wir, 143.000 kostet einmal blank, das machen wir mal unten. Machen wir das blanko. Machen wir den her, den nehmen wir gleich mit. Auf Weiß. Heißt das eigentlich... Auf den Zug, da kommen wir uns gleich mit. Ja. Ja, wir gehen jetzt beide Autos kaufen. Ja, ja. Was kaufen Sie für ein Auto? Eins mit Anhängekupplung habe ich gehört. Ja. Raptor wahrscheinlich. Aber der Raptor, da können Sie hinten, glaube ich, keinen Anhänger dranhängen, ne? Doch, der kann das. Echt? Kann der das? Ja, der kann das. Achso, okay. Der Ram kann es nicht, aber der Raptor kann. Achso, okay. Ja, ja, macht Sinn. Ja, wissen wir eh. So, warte mal. Zuerst brauche ich noch Paares. Dann haben wir das gleich. Wie viel haben Sie gesagt? 95.000? 143 sind wir. 144, ja. 144, ja. 143 Dollar. So, die ziehen wir uns jetzt ab. Auszahlen. 143.000. Das ist wirklich ein Schnäppchen. Gleich das Tune ich auch nochmal voll bezahlen. Das ist ja ein Schnäppchen, Leute. Wenn Sie fertig sind, kommen Sie einfach wieder her. Jo, mache ich. Soll ich es hier einzahlen? Wenn Sie nicht, dann versenken Sie nicht im Meer. Da bitte, bei der Kasse. Warte, stelle ich mich gleich. Oder meine ich? Sollte einbezahlt sein. Da ist ja immer Windows XP oben auf dem Scheißhaus da. Das ist ja unglaublich. Ich bin schon wieder am Ahren. Dankeschön. Habt ihr das schon wieder gesehen. So. Lassen Sie mich mal schauen. Bestellung. Haben Sie einen Farb? Was ist das? Ich spende. Magenta Blau, bitte. Magenta. Magenta Blau? Haben Sie das nicht? Ich kann Ihnen einen Blau mit einem Magenta Farbstich empfehlen. Wie wäre es denn sonst mit Braun-Weiß? Und mit einem Gelbstich? Also Braun-Weiß und dann ein Gelbstich dazu. Also so richtig kacki. Ja, das ist das, wenn so ein Baby irgendwo aufs Sofa scheißen würde, dann ist es unten braun und oben so ein bisschen gelblich. Wissen Sie, welchen Farbton ich meine? Der Ausschiss oben ist gelblich. Unten ist es braun. Aber der Restschiss ist oben gelblich. Wenn wir das hinkriegen... Ja, aber warte ich gerne mal einen Schlüssel holen. Ja, wenn wir das hinkriegen, wäre ich nicht zufrieden. 143.000 Dollar. Das ist ja so. Die piss ich! Ja, die piss ich! Die piss ich, die 143.000. So, haben Sie das gehört wieder? Boah, Angeber. Unglaubens. Dann haben wir es jetzt noch unter Kratzerlungen. Wo kratze ich hin? Ja, da bitte. Wir haben einen Stapel da, wie wir es hingelegt haben. Da müssen Sie einmal unterkratzeln, bitte. Das ist die Rechnung. Wir dürfen es nicht weghauen, weil sonst das garante ist. Nein, nein, gar halte ich. Super. Passt. Dann haben wir das noch. Frage, haben Sie auch irgendwas gegen... Bisschen Schlüssel? Habe ich bekommen, ja. Ich bin ja hier in einer großen Apotheke. Haben Sie hier auch irgendwie... ...etwas gegen Harnröhrenansatz, dass die Harnröhre ausgespült wird? Ja, habe ich tatsächlich. Sag mal, ich habe da natürlich was Richtiges für Sie da. Ich glaube, in meiner Harnröhre, da brennt es ein bisschen seit heute. Und ich glaube, ich habe mir da irgendwas eingefangen. Moment. Schau uns her da. Ich habe da... Nämlich... Die betrinken Sie das schnell auf X. Und dann, ich schwöre Ihnen, Ihre Blase ist rein. Ja, kann ich leider gerade nicht. Ich bin im Dienst. Rein wie der Fluss. Also, Sie sind... Wo sanzen Sie oder was? Nein, ich hatte nämlich... Ich hatte nämlich gestern ein Date und... Sanzen Sie vom Gericht oder was? Nein, Polizei. Ich hatte gestern ein Date und seitdem tut es echt weh. Da ist Ihr neues Auto auf jeden Fall. Ja, das ist... Die Frage ist halt, ich weiß halt echt nicht, was ich tun soll. Ich habe seit gestern Schmerzen, das ist unfassbare Schmerzen beim Klogehen. Ja. Den Wagen müssen Sie dann auf jeden Fall nochmal einpacken, bitte. Und dann noch zur Versicherung... Und wenn ich dann probiere, zum Pinkeln, dann kommen nur noch tröpfchenweise, kommt dann die Pisse unten raus, so, danach. Und das tut halt Brennern dann. Verstehen Sie? Und dann sticht es dem Popo, so. Also, bei mir zu Hause, ich muss noch, warte mal, ich habe die Wäsche vergessen, aufhängen irgendwo. Okay, danke schön. Ich danke Ihnen trotzdem sehr. Ich gehe einfach zu einer anderen Apotheke und fange dort nach. Dankeschön. Haben Sie ein Kennzeichen für mich? Mein Gott, der Wäschetrockner, den habe ich auch noch vergessen. Also, ich habe, ich habe, achso, haben Sie, Sie haben jetzt nicht so fehligerweise für mich ein Kennzeichen, oder? Natürlich, warten Sie mal, ich schaue noch kurz in der Jackendasche. Ich habe auch vorhin gegoogelt, es stand irgendwas von Harnröhrenkrebs drin. Kann das stimmen, dass ich sowas kriege, weil ich einmal mit jemandem zusammen... Bei mir ist zu Hause noch der Spinat, habe ich noch vergessen. Ich meine, den Herd habe ich vergessen. Mein Gott, der Mann. Ich habe euch einen Tipp, Leute, wenn ihr irgendwas habt, googelt es nicht. Ihr habt immer Krebs im Endstadium, das ist immer so. Das ist ganz schlimm, du googelst etwas. Ich habe Kopfschmerzen. Woran kann das liegen? Tumor. Hier ein Tumor. Direkt. Erste Empfehlung. Ja, könnte schon Tumor sein. Ich habe Schmerzen im Rücken. Rückenkrebs. Ne, wie sagt man das, dieses Ding? Also, googelt ganz schlimm. Googelt niemals, wenn ihr irgendwo Probleme habt. Ihr habt immer Krebs oder irgendwas ganz Schlimmes. Irgendeine unheilbare Krankheit kriegt ihr dann euch eingepfährt. Ganz schlimm. Aber kennt ihr, dass ihr googelt was? Und dann sagt ihr, ihr habt das und das und das und macht euch Sorgen. Das ist so beschissen. Das ist halt wirklich hartbeschissen. Das ist halt wirklich so. Also, googelt euer Freund und Helfer. Geht einfach, geht einfach zu Andel ins Autohaus. Der hilft euch. Der hat mir jetzt ein Tequila gegeben. Das passt. Entschuldigen Sie. Ja. Können Sie mir ein Kennzeichen verkaufen oder so? Warum? Ich bin kein Verkäufer. Ach so. Da müssen Sie reingehen und fragen. Ich arbeite hier nicht. Ach so. Ja. Sorry. Ich hätte aber was, um Ihren Urin wieder richtig hinzukriegen. Wie bitte? Ja, wenn Sie in der Harnröhre, wenn es da brennt, hätte ich was. Ähm, nee, du. Wollen Sie nicht? Nee. Okay. Alles gut. Wenn mir geht alles. Ja. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, also Leute, wenn ihr euch irgendwo mal scheiße geht, geht zum Arzt. Googelt es nicht. Doktor Google, euer Freund und Helfer. Was könnte das sein? Ich habe Arschkrebs. Ist aber nicht zu Spaß. Aber ich finde das immer so krass, wenn du was googelst. Und du hast immer direkt das Schlimmste. Die Leute gehen immer direkt vom Schlimmsten aus. Deshalb tut das einfach nicht. Weg der Lärm wechselt, Funkin 2.06. King 4 wieder back to Nate. So, meine Damen und Herren, ich bin wieder zurück. GTR eingekauft. Jetzt heißt das Ding einparken, tunen gehen, Blaulicht anbauen. Und dann gehen wir auf die Pyrschlemmel, hätte ich gesagt. Also GTR ist erfolgreich gekauft, Leute. Ich freue mich drüber. Hundebande. Hey, ihr habt mir heute Mitglied geholt. Ja, wäre schlecht ohne Glied. Ne, danke schön. Hundebande zu sehen, vielen Dank für 2.40. Kuss geht raus. Und fürs Mitglied holen. Pinky. Hier haben wir eine RTX 4090 auf RLO. Immer wieder kurze Standbilder, aber nur mit dem neuesten Grafiktreiber. Dann einfach zurück updaten. Also backdaten. Wie sagt man? Backup laden vom Grafikkartendriver. Ich gebe euch den Tipp, Grafikkartendriver. Aber wenn ihr Probleme habt, dann liegt es halt auch daran. Ich hatte das aber auch mal. Ich hatte mal einen Grafikkarten. Und dann hat mir alles zerschallert im Spiel. Ich musste den auch zurück upgraden. Es war sehr selten, dass mir das mal passiert. Aber passiert, ne? Vor allem bei den neuen Grafikkarten ist das oft der Fall. Wenn du eine neue hast, wie die 4090, wenn die gerade neu rausgekommen ist. Dann ist die Wahrscheinlichkeit halt hoch, dass das mal passieren kann. Einfach zurück updaten und dann downgraden. Jetzt habe ich das Wort. Downgraden. Auf das alte Update. Dann klappt das oft meistens schon. Oder mein Tipp, PC neu aufsetzen. Boah, Alter. Ich muss meinen PC mal neu aufsetzen. Wisst ihr, was bei mir ist? Jedes Mal, wenn ich meinen PC starte, ne? Müsst ihr euch vorstellen, das ist wie so ein altes Auto. Oft geht es nicht mehr an das Ding. Dann komme ich oft nicht mal. Ich kriege einen Black Screen, ne? Ich komme nicht ins Windows. Bios, schon alles umgestellt. Es funktioniert trotzdem nicht. Das ist auch, wenn ich übelst lange meinen PC nicht anhabe, dann startet er oft nicht. Dann muss ich oft drei, zweimal auf den Knopf Neustarten drücken, dass er dann über Windows reinlädt. Das heißt, ich muss ihn mal neu aufsetzen. Weil mir ist aufgefallen, das ist mir erst seit ein paar Monaten aufgefallen, ich habe Windows auf zwei SSDs gesplittet. Und ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe. Windows läuft nicht auf einer Festplatte, es läuft auf zwei gesplittet. Aber die laufen nicht im RAID. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe. Ich weiß es nicht. Windows ist auf zwei unterschiedliche Festplatten aufgeteilt. Ich schwöre euch, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber irgendwas stimmt da nicht. Weil ich dachte mir so, vielleicht RAID, das ist ja eine Festplatte, aber nee. Die laufen nicht im RAID. Das heißt, Windows greift derzeit dauerhaft auf zwei unterschiedliche Festplatten zu, wenn es was braucht. Und das macht sowas von gar keinen Sinn. Also, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, aber das läuft jetzt schon seit Jahren so. Der PC läuft ja an sich, ne? Halt auf zwei Festplatten. Feier ich. Dann kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Aber das wird mit dem Starten wie so ein altes Auto, weil so das geht einfach nicht an. Also, der fährt Aventador. Cooler. So, GTR ist da. Muss das eintragen, das Ding. Erstmals Kennzeichen umändern, hätte ich gesagt. Ach, komm, steig ein. So, Kennzeichen. Oh, ich habe ein gutes Kennzeichen. Wisst ihr, was wir machen? Ne, Luce feist sich und ist schon vergeben, ne? Am Morningstar gesehen auch nicht. Morningstar können wir nehmen. Oh, oh, das kann man falsch verstehen. Tauscht das M nicht aus. Nicht Morningstar. Nein, nein, nein. Ähm, das kommt, äh, die lachen mich aus, wenn die mich sehen damit. Äh, was, was kann ich denn nehmen für ein Kennzeichen? Ähm, heute Luce fahren Morningstar. Ähm, L.M. Ne, L.M. Oh, gibt's nicht diese eine Firma, diese L.M., die, die auf den Autos überall L.M. drauf haben oder so? So ein, ähm, Schneeballsystem? Ja, sagen wir, ja, durch L.M. Marketing fahre ich jetzt ein geiles Auto. Ja, komm in die Gruppe. Ähm, was können wir für ein Kennzeichen nehmen? Hup, 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 hup. Oh, können wir, können wir Huibu nehmen und das Ding einfach weiß machen? Da habe ich vielleicht ein Geister-Auto. Ich denke, nein, wir sind ja nicht auf Schreif. Ähm. Ich, ich nimm's Huibu. Wirklich, jemand hat das Kennzeichen Huibu auf R-L-O? Was ein Stück Kacki hat das Kennzeichen Huibu genommen. Wirklich? LR ist das. Ah, LR war das. Genau, LR. Verstehe ich nicht. Huibu hat schon wer. Das wäre so ein geiles Kennzeichen gewesen. Ich könnte jetzt... Huibu könnte ich machen, aber das ist doch auch kacke. Ubraum, Uwu. Uwu ist doch auch schon vergeben. Arara, arara. Warte, das muss ich anders machen. Warte, das... Arara, arara. Nee, ist gut. Ähm. Bianco, ist das jetzt richtig geschrieben? Das ist ja weiß, ne? Bianco ist 100 pro Aufvergeben. Ich wette was mit euch. Wenn ich das jetzt... Okay, schon die Sticks im Funk. Und eine kurze Frage. Welcher Kollege war das vorhin, der an der Nationalbank vor ca. einer Stunde einen Verkehrsunfall beobachtet hat? Ich weiß nicht. Bianco ist noch. Geil, Bianco geht noch. Bianco. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Habe ich Bianco richtig geschrieben? Also weiß. Der wird negativ. Roberto, ne? Bianco ist doch geil. So, dann tue ich das schnell eintragen. GTR. Im PCAD. Sind wir jetzt nicht mehr... Wir können den Investigation Unit mit Offroad, sondern wir sind mit einer... Sind wir High Speed? Ne. Sind wir nicht. Wir sind Straßenwagen. King for... Zack, zack, zack. Und dann schreiben wir hier oben hin. So, King for... Wollte schon schreiben, BMW. GTR. Bianco. Blanco ist weiß. Hä? Nicht Blanco. Bianco. Es ist Italienisch, nicht Blanco. Bianco. Link in 32, bitte nicht. Bianco heißt weiß. Blanco heißt, äh, 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 ich glaube, Blanco heißt leer. Aber Bianco ist, äh, soll weiß heißen, weil ich den Wagen weiß lackieren werde. Nicht Blanco. Äh, komplett lost der Chat wieder. Ach so, weil ich vor dem Auto aus der ganze Zeit was von Blanco gesagt habe. Ne, 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 das war noch nicht gemeint. Ich meinte Bianco jetzt hier. Weil ich den Wagen werde ich weiß lackieren und dann passt das auf den Wagen drauf. King for mit einem zivilen Fahrzeug, GTR, in, äh, mit dem Kennzeichen Bianco jetzt unterwegs. Zett vor. Bianco, wie ein weißer Lambo. Oh, jetzt kann ich keinen weißen Lambo mehr machen. Kacke. Kennt ihr das Lied von, ähm, Rin, Bianco? Geiles Lied. Auf Spanisch. Äh, Italienisch und Spanisch, äh, tut sich tatsächlich viel gemeinsam, äh, scheren, was ich weiß, ne? Zum Beispiel C müsste auch Italienisch und Spanisch gleich sein. Also Italienisch und Spanisch hat, äh, teilweise dieselben Wörter für etwas. Bianco ist Italienisch und Blanco ist Spanisch. Das muss ich mal googeln. Ich kenne halt nur Bianco als weiß. Blanco wüsste ich nur, ähm, Blanco auf Spanisch. Soll das auf Spanisch weiß heißen? Ich muss das mal googeln. Wie gesagt, ich kenne nur das Bianco. Und das weiß ich aufgrund deshalb, weil, äh, ich das Lied von Rin kenne, Bianco. Aber sollte man wissen. Sollte man kennen das Lied. Bianco, wie ein weißer Lambo. Das würde das Lied gar keinen Sinn ergeben. Der Scheiß ist weiß. Bianco, Bianco. Boah, wie, wie gern würde ich das jetzt hier, hier droppen, ne? Warte, ich mach's mal kurz an. Mal kurz gucken, äh, sind zwar gerade im Einsatz, aber wir pumpen das mal schnell. Wäre ich jetzt auf Twitch, könnten wir das jetzt dauerhaft hören, das Lied. Ah, da. Aber ich kann's, ich kann's da nicht hören, das ist das Problem. Also wir warten auf die Hook. Ah, das ist aber so ein geiles Lied, ne? Aber ich kann ihr nicht vorspulen, das ist das Problemchen. Der Scheiß ist fess. Bianco. Das ist ein Orbo. Ja, ich kann's leider nicht, ich kann's leider nicht abspielen, leider. Sonst haut mir YouTube erstmal einen fetten, fetten Copyright Claim in die Fresse. Das wollen wir auch nicht. Und auf mit dem Streamer Mode. Ja, so. Dann bauen wir mal das Ding mal schön zusammen, hätte ich gesagt. Jetzt für den. Für den Moment. Schwarz. Boah, das nervt das Menü hier oben. Ich hab gar nichts gemacht. Perlack, braucht man nicht. Oh, du kannst ja in. Oh, können wir den innen auch weiß. Oh, geil. Ich mein, eigentlich mach ich das nicht, aber irgendwie sieht das grad geil aus, oder? Hat was, ich mach das einfach. Aber ich zieh durch. So, Kennzeichen bleibt auch weiß, natürlich. Wir lassen ja Bianco. Felgen. Tuning. Oder Sport. Was würdet ihr von weißen Felgen halten? Wär kacke, ne? Überleg's euch, die lassen die Felgen sind eigentlich gar geil, ne? Sogar fast gelassen. Ah, wobei. Ah. Mit dem GTR kannst du so viele Sachen machen. Ich hab euch den ganzen Platz für mich beantragt. Bruchtau. Ne Bianco. Ne Bianco, Bianco, Reda. Kommt der da nicht rein wegen mir? Sie steigt da so in der Mitte. Oh, guck mal. Weißt du das schon? Äh, schau. Bin ich schuld? Ich hoffe, dass ich schuld bin. Oder ne, ich hab Rupertrat eingebaut. Könnt auch sein. Ein Standard sieht schon gut aus, muss ich sagen. Das sieht gar nicht so schlecht aus für so Standardfelgen. Ich mein, hallo? Es ist AGDR. Oh, das sieht schon geil aus. Ich, ich nehm die. Passt euch. Ich nehm die. Äh, wenn wir die jetzt weiß machen, ist es too much weiß, ne? Äh, King26 mit einer kurzen Nachfrage. Hat das so seine Richtigkeit, dass irgendwie die Aktennummern so verdreht sind? Wie meine? Äh, weil laut dem System kommt die Endung 88, dann 89, dann die 65, dann die 91, dann die 67 und dann die 68. Also total in der falschen Zahlenfolge. Das musst du. Alle leise, keiner im Plan. Ich kann dir das nicht sagen. Wieso kann ich dir nicht sagen? Äh, okay, Trüfer. Boah, das wird schon ballern, der Spoiler hinten drauf. Boah, ich weiß nicht. Boah, das ist zu viel. Ne, ist zu viel. Ich find das hier so schön, passt schon. Gut, dann bauen wir den mal um, den Wagen. Eine freie X-Ray-Einheit für Linken, die vorkommen. So. Dann bauen wir den mal zum Polizeiauto jetzt um. Boah, ist das geil. Ah, ich hab den noch gar nicht getuht, hoppala. Ich will den noch getuht. Oh, ich muss was trinken, ich stirb es sonst noch weg. Ich will den noch gar nicht mit Turbo und so eingebaut, ne? Ich trotte. Boah, kostet ja nicht viel. Zehn Optiker. Linken 6. Ich hab ja gar nicht mal so viel bezahlt dafür. Heftig. Boah. Das, das, neues Polizeiauto, Alter. Geil. Feier ich voll. Jetzt muss ich das Ding nur noch schnell, ähm, linksenbumsen. Mein Geld einzahlen. Vor allem die weißen Sitze haben was. Das Kennzeichen ist auf jeden Fall. Oh, wo ist das Auto? Ah, Einzahlung. Ich zahl noch mal ein bisschen ein, dass ich nur so viel dabei hab. Man weiß ja nie, was passiert, ne? Linken 24, 1015, 1076, State Prison. Komischerweise ist das Server-Crash nicht mehr gut. Oh, Frage. Ich will mal bei der R1 mitfliegen. Linken 9, du würdest uns mitfliegen. Na dann, hops, hops, aufs Dach. Hören wir mal auf die Autobahle, hätte ich gesagt. Achso, ich muss ja erstmal ausstatten. Ups, da war ja was. Aber den statte ich schon geil mit Lichtern aus. Das machen wir jetzt hier aber. So, Lightbar. Mit, ähm, jetzt erstmal die Frontblitzer auf jeden Fall rein, da vorne. Boah, ja, die müssen ja rein. Das sieht richtig geil aus. Ja, Alter. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Okay, der Frontblitzer ist drin. Dann noch, ähm, wo sind, ah, der X, der sieht ja sicher mega aus, da oben. Wie sieht man das hier durch? Nee, man sieht's auch kaum. Holy. Informativ, ein Anwalt, ein Herr Goodman ist jetzt jemand da. Ja, 10-4. Herr Goodman? Den kenn ich ja irgendwoher als Anwalt, ne? 10-4, dann komm mal vor. 10-4. So, gut, man. Boah, okay, das ist schon geil. Es sieht echt gut aus. Und man sieht's gar nicht durch die Tönung. Warte, ich fahr ein bisschen wieder zurück. Alter, das sieht ja mega aus. Boah, ho, 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 ho. Feier ich voll. So, und hinten auch nochmal, äh, den Heckblitzer so einmal und vielleicht. Schauen wir mal, oder wie machen wir hinten? Hinten die Ion-Blitzer reinballern? Am Spoiler könnte man die hinhauen, ne? Die könnten wir am Spoiler hinhauen. Oder ist das, ist das zu auffällig hier am Spoiler? Ich muss mal gucken. Wie könnten die, ja, das, da ist das Bremslicht halt, ne? Oh, warte, aber so könnte man die so einbringen. Am Bremslicht. Schauen wir mal so, so ein bisschen nach hinten. Nee, dann sieht man es oben raus. Oh, das ist kacke. Man könnte es hier einbauen, theoretisch, am Spoiler. Ist halt, ist halt auffällig, ne? Aber wäre geil, beim Bremslicht am Spoiler. Was sagt ihr? Ich würde es fühlen irgendwie, es hätte was. Oder unten an der Kennzeichenhalterung. Wäre auch möglich. Also ich mache mal nach unten. Aber ich, ich, hier ist so ein Gitter, ne? An's Gitter vielleicht, hier hinten. Ich glaube, das sieht besser aus, so auffällig. Ja, finde ich auch. Hinterm Gitter? Also hinterm oder vor dem Gitter? Ich finde sogar vor dem Gitter geiler, aber... So, ich baue das sonst hier rein. Ja, das sieht doch nice aus. Da fällt es nicht so auf, guck. Das sieht, das sieht nice aus. Schauen wir doch, soll man noch im Innenraum einmal irgendwo einen Blitzer setzen? Hm, da überlege ich ja. Also von vorne finde ich ihn perfekt, da würde ich nichts mehr ändern. Von vorne sieht das richtig geil aus. Aber hinten würde ich vielleicht noch hinter die Scheibe, ne? Hinter die Scheibe nochmal den, äh, XLPR-Scheiß da rein. So, wenn wir... Oder... Das Ding am Spoiler! Bisschen auffällig, ne? Ja, das können wir hier easy hin tun. Das passt sogar rein, glaube ich. Mal hinten gucken. Ja, es passt sogar rein. Ja, passt, Alter. Geil! Fertig ist er. Boah, mega. Das Ding ist wirklich mega geworden. Jetzt weiß ich, warum ich den... Oh, ich muss tanken. Jetzt weiß ich, warum ich den auch gekauft habe. Das Polizeiauto kann es dann echt gut ausstatten, weil der hat gute, äh, Points, wo du was anbauen kannst. Echt gute Points. Anbaupunkte auf jeden Fall 10 von 10 Punkten. Ah, geil! Oh, nee, ich hab den noch nicht angemeldet. Ach nee, ich bin am Trottel, Alter. Ich fahr damit schon rum. Wenn du das in den Kopf ziehst, bin ich gearscht. Ich darf Polizist im echten GTR. Ja! Dankeschön, äh, KevTV Gaming. Äh, Justin, danke für den Euro auch. Warst du beim Bundesheer oder beim Zivildienst? Kein zum Bein war ich tatsächlich hier, Stimmi. It's, it's, no shit. So lustig, wie es sich anhört. Ich war untaugig. Weißt du, warum? Wegen Reizdarm. Es ist jetzt kein, es ist kein Scheiß, Leute. Ich musste nicht zum Bundesheer, ich musste auch nicht Zivildienst machen, weil ich Reizdarm hatte. Also in dem Moment war ganz schlimm. Mittlerweile, es geht jetzt ja, ne? Ich hab ja dieses, dieses Reizdarmsyndrom, wo du auf einmal richtig, äh, fett Magenprobleme hast. Ich mein, jetzt muss ich ehrlich sagen, es geht jetzt. Ich hab's ab und zu mal, dass es mir scheiße geht, so, aber hat ja jeder mal. Aber ich hab jetzt nicht mehr so diese Schmerzen, ich hatte damals so extreme Schmerzen, Alter. Ich hab's zerschallert. Jeden Tag, das war echt nicht schön. Aber ich musste, also da, wo ich so, da war ich ja 18, da ging's mir ganz beschissen. Da hatte ich echt Probleme. Da ging's mir echt nicht gut. Und deshalb war ich, äh, dann untaugig zu der Zeit. Also ich war dann direkt Reizdarmsyndrom. Ich musste nicht mal, äh, zur Stellung. Ähm, die Stellung, ich hab ja einen Brief bekommen. Bei uns in Österreich ist ja so, wir haben Wehrpflicht. Und als ich diese, äh, Ding bekommen habe, hat der Arzt auch direkt mir gesagt, ne, du musst da gar nicht mehr hingehen, äh, hat das schon gemacht, so. Und dann war das fertig, ne? Dann war das durch den Wind. Aber ich glaub, ich hätte, also, wäre ich zu diesem Zeitpunkt, wo es mir wirklich so krank scheiße ging, wäre ich da zum Bundesheer gegangen. Ich glaube, da hätte ich nicht lange ausgehalten, wenn das so gewesen wäre. Es war gut, dass ich Gott sei Dank nicht war. Also, äh, da hätte ich auch, ich hätte in dem Moment auch, glaube ich, ja, nicht mal richtig was machen können, so an sich. Hast du schon mal erzählt? Habe ich schon mal erzählt. Aber das durch die Bundesheer habe ich doch nicht erzählt, oder? Dass ich deshalb nicht beim, beim Bundesheer war. Aber ich glaube, hätte ich die Wahl gehabt, also wäre ich gesund gewesen und hätte die Wahl gehabt, ich wäre, glaube ich, zum Bundesheer gegangen. Hätte mich mehr interessiert. Ich bin so ein, so ein Waffentyp eher. Also mich interessiert das so. Ich mag Waffen, ihr kennt ja meine Airsoft-Sammlung so. Aber, ähm, ja. Ich hätte nicht die Wahl gehabt, wenn ich Bundesheer gegangen bin. Aber ich glaube, man hat dann, ja, nicht viel verpasst, wenn man es nicht erlebt hat. Ja, kommt immer drauf an, wo du halt bist, ne? Habe ich erzählt? Ne, das, äh, ich habe, ich habe das erzählt mit Reiztame, aber das mit dem, mit dem Bundesheer habe ich, glaube ich, nie erzählt. Außer ich bin wieder komplett lost gewesen, eins von beiden. Wahrscheinlich auch wieder mega lost. Und kann mich nicht mehr daran erinnern, Jungs. Ne, Bundesheer habe ich nicht erwähnt, sage ich doch. Wir sind aber lustig. In Deutschland sagt man Bundeswehr, in Österreich heißt es Bundesheer. Also, das Heer geht zum Heer, oder? Ich meine zum Bundesheer. Geht zum Bund. So, Bianco wird angemeldet. Passt euch irgendwas, was nicht angemeldet ist? Ne. Alles angemeldet, perfekt. Bei den paar Autos. Passt du schon. Weißer Anzug wäre noch was, ne? Angemeldet ist er. Boah, das Sound auch so geil. Sind wir vor, da kommt ein GTR mit Blaulicht entgegen. Geil. So, jetzt aber, ähm, ich weiß, wobei Anzug, ne, ich brauche jetzt keinen weißen Anzug. Scheiß drauf. Ich fahre auf die Autobahn, geh, bis sie Blitzi, Blitzi machen und schauen, was die Leute tun. Dann schauen wir mal los, was da los ist. Wie ist das eigentlich mit den Waffen gesetzt, in Österreich soll ich da sein? Ja, ein Besseres ist das in Deutschland. Das kann ich sagen. Jetzt dürfen wir keine vollautomatischen Waffen haben, außer das irgendwie so eine Genehmigung. Aber jeder hat zum Beispiel in Österreich das Recht, eine Waffe zu Hause zu haben. Also du kannst, äh, ja, schon mit einem Waffenschein, ne? Also du musst einen Waffenschein machen. Und du darfst beim Waffenschein sogar angeben. Weshalb willst du einen Waffenschein haben, kannst du sogar anhaken. Äh, für zu Hause, dass du dich verteidigen kannst. Falls ein Einbrecher oder so kommt, kannst du verteidigen eingeben. Ähm, das ist tatsächlich bei uns in Österreich ein Grund, warum du eine Waffe beantragen kannst. Also Waffenschein, wenn du sagst, du wirst für Selbstverteidigung für zuhause eine Waffe haben. Das ist bei uns das Recht, dass, äh, du einen Schein bekommst. Und das andere Ding ist aber in Österreich, was ich bis heute nicht ganz nachvollziehen kann. Ja, wenn du 18 bist, kannst du Schrotflinten kaufen. Und, ähm, ich glaube, kleinkalibrige, ähm, Gewehre kannst du hier auch kaufen. Also mit 18 ohne Waffenschein. Du hast so einen Cooldown, glaub ich, für zwei Tage. Dass, wenn's, dass du halt, äh, keine Scheiße mitbauen kannst, unter Anführungsstrichen halt, ne? Dass du nicht auf, auf Hass oder so, wenn's dir grad Scheiße geht, so dass du dir eine Waffe kaufst, so. Also einen Cooldown hast du. Und dann wird auch nochmal gecheckt, ob du ein Waffenverbot hast. Und dann kriegst du mit 18 frei eine Schrotflinte oder, oder halt ein Waffeleisen, kleinkalibrige, ähm, kleinkalibriges Gewehr halt. Also die Sachen sind bei uns frei tatsächlich, ab 18. Genauso wie, ähm, Butterflymesser dürfen wir haben, wir dürfen Springmesser haben. Das Einzige, was halt auch nicht erlaubt ist, sind hier so diese, wie heißt die Dinger? Schau mal, die Schlagkringe dürfen wir ja auch nicht haben, verstehe ich aber auch nicht so ganz. Messer darfst du haben, aber kein Schlagkring. Achso, ja gut, Schlagkring ist, macht Sinn, warum du wirklich haben darfst, weil explizit zum Schlagen gedacht ist. Messer nicht, dann kannst du dir Brot schmieren. Ne, aber das mit, mit den Waffengesetzen, das ist aber, ich find ich irgendwie krass, dass du hier eine Schrotflinte haben darfst. Du durftest zum Beispiel auch, das fand ich auch so krass, ähm, ne, ne, ne Pumpgun durftest du haben. Bis es einen Vorfall gab, da hat jemand seine Familie, seine ganze Familie umgebracht mit einer Schrotflinte. War eine Pumpgun, also wo du halt zurückziehen musst. Und die wurde dann in Österreich verboten nach dem Vorfall. Fand ich sehr komisch. Also, sehr komisch in dem Fall, dass man sagt, okay, die Pumpgun, die tun wir jetzt weg, aber die normalen Schrotflinten darfst du trotzdem nachzukaufen. Wissen Sie, was ich meine? Der Sinn dahinter so. Nur weil du die halt schneller aufladen kannst, aber trotzdem. Das musst du auch verstehen. Also, Waffengesetze bei uns sind etwas lockerer als in Deutschland, aber... Ja, perfekt ist es auch nicht. Logik dahinter, muss ich mich nicht verstehen, ob ich eine 9mm habe oder so ein Gewehr. Ach, da hatte ich ja auch mal eine Diskussion drüber. Wenn du so ein kleinkalibriges Gewehr dir holst, kannst du ja trotzdem jemanden mit umbringen. Und ich stelle dir mal vor, du haust da so einen Aufsatz drauf, ne? Kannst halt dir einen Sniper dort austereotisch bauen. Du hast einen Sniper und eine Schrotflinte. Und damit, finde ich, kannst du sogar mehr Schaden anstellen, dass du mit einer 9mm in der Schrotflinte die Fresse kriegst du bist weg. Du musst ja nicht mal zielen. Du schießt damit und du bist weg. Oh, den halten wir mal an. Oh, scheiße, oh nee! Was macht der denn? Das hat den nur gemessen. Auf einmal bremst der ab, mitten auf der Autobahn. Front, away, front, away, front, away. Führerscheinabnahme. King 4, hab hier einen flüchtigen BMW M8. Bin gerade mit ihm verunfallt in Sandy. Fahren gerade auf der... fahren gerade auf der Hauptstraße von Sandy Richtung alte Biker. Ja, 1 respondet. King 4, respawned. Sind jetzt gleich bei dem Grenzübergang von den Bikern. Jetzt gleich in Harmonie an der Kreuzung bei der Tankstelle. Fährt weiter Richtung Altes 1 zu 7. Äh, biegt ab. Gerade kein Sichtkontakt mehr. Ist gerade irgendwo abgebogen. 1 zu 7 Richtung Stadt einwärts. Ich bin gerade verloren, bitte. Ich komme jetzt gleich die Auffahrt East Tileway Casino raus. Geht weiter vorbei Richtung Nationalbank. Am Winewood PD weiter Richtung Pillbox. Untere Straße Richtung Rockfahrt Blaser. 1 übernimmt von uns, fahren weiter in West-West Richtung Eclipse Hauer. Nördlich von Rockfahrt Blaser durch. Der Raster. Richtung Golfplatz unterwegs. Leicht von Fallschwäden. Das ist nicht so schnell der Wagen. Das ist nicht so schnell der Wagen. Das ist nicht so schnell der Wagen. Aber keine Parallelstraße weiter unten. Und der Kopfschmerzen. Versütert. Sitzende Mechanik. Ah, deshalb ist der vorhin da rechts abgebogen, weil er Kopfschmerzen hatte. Ich denke, den habe ich doch gesehen, wie er rechts abgebogen ist. 1.18.10.15.10.76. Das ist bei mir wieder rechts abgebogen. Ich schwöre auf alles, ich sehe ihn die ganze Zeit abbiegen irgendwo. Fährt jetzt Richtung Nationalbank, gleich McDonalds vorbei, weiter Richtung Bank. Südwärts unterwegs, wieder Richtung Rockfahrt Blaser. Aber schön, dass wir heute doch auch streamen können irgendwie. Fährt links Richtung Ammunition unter deiner Nationalbank, wieder rechts, weiter Richtung Rockfahrt Blaser runter. Links am Kleiderladen, nochmal rechts, wieder südwärts. Fährt wieder nordwärts, in der Seitengasse rein, hinterm Kleiderladen. Kommt da auf dem Kleiderladen, Seite wieder raus, südwärts. Oh, nee. Fährt jetzt Richtung Rockfahrt Blaser. In den Rockfahrt Blaser rein. Er war kein Sichtkontakt, als well. Er ist bei den Mechanikern rausgekommen, am Supreme Court jetzt wieder südwärts. Rockfahrt Blaser gleich hoch, Arcade Tower. Fährt um das Haus, wieder in der Seitengasse. Wie viele Units sind dran? 3, 8, 8. Für nur die R1. Nee, die, die, die Dings, er ist hinter dir, hinter dir, der gerade beim Rockfahrt Blaser wieder zurück. Und dann rechts vor dem, ähm, kommt es im Oval, Gebäude rein, genau, hier rechts rein. Entfände ich. So, einmal aussteigen und Hände hoch. Alles gut, ich steck aus. Oh, ist hier noch eine Schlüssel? Hände hoch, einmal umdrehen ans Garagentor bitte. Und gerade kamen drei Units, dann keine. Was ist denn jetzt? Ja, wir haben eine Festnahme, festgenommen, Person festgenommen. Ja, gott vor. Ja, ten vor. Super. Er war bei den Tab. Möchtest du da nehmen? Du hast ja auch aufgegabelt, ne? Äh, ja. Sie gucken, wie ich den da jetzt rein krieg, ins Auto. Ich hab ja einen Zweisitzer. Ja, ich kann ihn nur mit uns auffahren, oder? Ja, wie ist es. Aber, schau mal gleich. Ich greife mir mal ein bisschen unter die Arme her. Oh. Ich check mal, ob ich das Auto habe. R1, richtig gute Calls gewesen. Nichts dabei. Gut. Hola. Ja, gute Arbeit. Schon wieder einen Abschlepper geholt? Kann ich machen. Ah, perfekt, danke. Wird nicht lang dauern, bis der da ist. So. Du sucht, wurde er schon? Nein, war er noch nicht. Alles klar, dann suche ich ihn. So, haben sie irgendwas dabei? Irgendwo, wo ich mich dran verletzen könnte? Ich bin mir nicht sicher, also. Hat dem ja schon die Rechte vorgelesen? Er kennt seine Rechte, hat er gesagt. Er kennt seine Rechte? Ah, alles gut. Ich kann sie. Perfekt. Ich suche sie jetzt, ja? Okay. Haben sie einen Waffenschein? Ähm, nein. Keinen Waffenschein. Gut. Schlecht. Das ist sehr schlecht zu schreiben. Das ist nicht dabei. LAPD, grüttzi. Moin. Gut, dann nehme ich immer die Glock 17, äh, die Tomsen und die doppelläufige Shotgun ab. Ja, ist direkt auf die Ecke, genau. Ja, ist direkt auf die Ecke, genau. Ja, ist direkt auf die Ecke, genau. Die doppelläufige Shotgun ist doch die Abgesächte, ne? Ja, ja. Jawohl. Auch noch eine illegale Waffe. Auch illegal, ja. Und die, äh, Excess Card, die, äh, mich natürlich auch ab. Gut. Schauen wir mal, ich glaube, in mein Auto kriege ich sie ja nicht rein. Mal bitte Backup. Ja, ich frage mal einen Kollegen. Bei dir würde der auch reinpassen. Oder der bei dir? Irgendein für die Tür. Ja, Kollege? Ja. Magst du den rüberbringen für mich? Ich komme dann gleich rüber. Ja, klar kann ich machen. Perfekt. Ähm, so. Ausweis müsste man dann gleich gucken, vor Ort. Hat sich erledigt. Oh, schön. Schöne Arbeit gemacht, Jungs und Mädels. Richtig gute Arbeit. Der hat sich da unten jetzt versteckt, der Arme. Richtig geil. Guck dir mal die Zivil-Unite an im Evo. Oh, nice. Aber, ey, solche Catches liebe ich, ne? Das sind so Catches, die machen Spaß. Wenn er sich versteckt und denkt, er ist raus aus der Sache und dann kriegst du ihn trotzdem. Das ist geil. Dafür leben wir, Leute. Dafür leben wir. Dafür sind wir da. Das ist LAPD. Kommt denn in Zivil? Hab ich gesehen, wie der gerast ist auf der Autobahn? Das macht es halt aus, wenn du zivil fährst. Das ist halt wirklich so. Du fährst zivil, du findest den Raser, er fährt durch. Das ist eine Führerscheinabnahme, aber sowas von. 200 geblitzt, Führerschein weg. Werden wir mal alles durchgucken, was wir dem jetzt alles an den Sack legen können. Aber Führerschein ist weg bei dem, das zeige ich euch. Der ist weg. Er wird ihm direkt gezogen. Im PD. Boah, mein schönes Auto, komplett zerkratzt vorne. Und was der für eine Abbremsung gemacht hat. Ich glaube fast, als dem ist aufgefallen, dass ich ein Cock bin oder so. Weil er dann die Lämpchen gesehen hat und sich dann gedacht hat, oh shit, nein. Ich muss da jetzt weg oder so. Das ist jetzt mal meine Vermutung, was ich denke, was der Typ sich gedacht hat. Da dachte ich so, oh, jetzt muss ich mal gar nicht da weg. Punkt.de. So, ich lese es doch gleich vor. Bin seit heute Mitglied. Grüße aus der Schweiz. Dankeschön. Hier an, was, Lukisamad, VZK. Oh, ich kann es nicht vorlesen. Dankeschön. So, Monkey Ellie, der Pilzkopf, Internetkurt und Kurzsalat. So, Martin Berger sind Glück geworden. Vielen Dank. Gut, schönen Screenshot noch gemacht von seinen Sachen. Also, haben wir insgesamt zwei Waffen gefunden und eine illegale Waffe. So auch eine Access Card, die er natürlich nicht haben darf. Simmkarte ist schon raus. Oh, da ist er schon raus, ne? Hallo. Ich hoffe schon, ja. Ah, sonst, ich sehe da keine Simmkarte drin, die hat der Kollege schon rausgeholt. Immerhin anzugmäßig hat er wenigstens Geschmack. Sieht gut aus, ja. So, und dann dürfen sie einmal in die erste Zelle hier, bitte. Dann mache ich noch einmal die Hand fesseln gleich los, sobald sie drin sind. Genau. Kommen sie einmal hier hin. Nach vorne, dann drehen sie sich einmal um am besten. Abla. Öppah. So, dann erst macht der Kollege mit ihnen dann. Okay. Brauchst du mich noch? Äh, ne. Passt alles. Alles klar. Ciao, ciao. Tschüss. So. Folgendes Problem, ich wollte es ja nicht nur anhalten. Sie sind ein bisschen schnell gefahren auf der Autobahn vorhin. Das haben sie auch weggekommen, ne? Auf der Autobahn? Ja. Ja, ja, ja. Gab es einen Grund, warum sie da direkt komplett volle Karte abgebremst haben, auch mitten auf der Autobahn? Ich bin hier reingefahren hinten. Ein Zeck. Das habe ich nicht ganz gesehen, also. Ja, sie haben da mitten auf der Autobahn eine Vollbremsung hingelegt und dann sind sie. Ach so. Ja, ich wollte nach links. Ich habe die Ausfahrt verpasst. Ah, die haben sie verpasst und das haben sie eine volle Abbremsung gemacht. Ich bin nämlich deshalb hinterher, weil sie zu schnell waren. Und dann habe ich gesehen, dann sind sie nochmal geblitzt worden. Von mir dann sind sie abgehauen, so ein bisschen. Da sind sie über 200 gefahren in der 100er Zone. Das ist Führerscheinabnahme direkte. Ach so. Okay. Dazu kommt nochmal die verbrecherische Flucht. Bitte? Wie schnell ich ungefähr war? Mit über 200. Waren sie auf der 100er Zone über 200 geblitzt. Auf der Autobahn geblitzt mit 249 circa. Also sie waren schon sehr schön unterwegs. Das ist dann doch keine Führerscheinabnahme oder nicht? Also das, wo ich sie geblitzt habe mit der 100er Zone bei der Bikerbar vorbei, da sind sie ja im 100er mit über 200 gefahren. Das ist eine Führerscheinabnahme. Beim anderen. Also wären sie vorhin stehen geblieben, wo ich das Blaulicht angemacht hätte, dann ja, gut. Ich schau mal. Also da hätten wir die verbrecherische Flucht, die sie angetreten haben. Und Führerschein nehmen wir ihn ab. Ich rechne das gleich aus für sie. Bin gleich wieder da, ja? Alles klar. Ah ja, Personalrausweis bräuchte ich mal von ihnen. Könnte ich dir mal sehen. Ja, kann ich nicht gleich gehen. So. Das ist schön. Genau, dann haben wir noch der illegale Waffenbesitz, der war auch noch dabei, ne? Sechs. Okay. Alles klar. Dankeschön, kriegen sie gleich wieder. Ich gehe wieder bei Ihnen. So, äh, Gio Mektau. Mektau. Wer ist denn doll los? Der Mektau. Schauen wir mal. Führerschein-Sperre bis zum 23.9. Wir haben jetzt den 17., ja gut, 23.9. Wo er der Führerschein entzogen. Rechnung wegen Schwarzgeldbesitz. Innerhalb von noch mal zu schnell. Also das tun wir, das tun wir mal weg. Das ist alt. So, jetzt haben wir nur die Führerscheine. Also Führerschein wurde schon erneut oft entzogen. Ähm, dann machen wir gleich den Inhalt fertig später. Passt, das ist auf jeden Fall, ne? Ja, Gio Mektau. Dann schaue ich noch mal schnell rein ins Tablet. Wer das jetzt am besten angeht mit dem Herrn. Nämlich haben wir da einmal im Überstrafenkatalog. Die verbrecherische Flucht muss immer suchen. Äh, wo waren Fisch? Fisch von Bedrohten? Ne, ähm. Äh, wo wart ihr schon überall? Kaut, die sind immer ziemlich alles abgeflogen. Gut, die Geschwindigkeitsübertretung, das machen wir nicht. Das ist ab hier alles zum Stacken, ne? Scheint aber alles ruhig zu sein. Versuch der Fahrerste-Diebstahl, oder? Ja, den fordere ich bitte. Wo ist denn das denn hier? Entziehung einer Amtshandlung. Flucht das eine offizielle Amtshandlung, zum Beispiel eine Verkehrsunter? Ja, das ist... Aber verbrecherisches Flüchtnis ist es eigentlich. Er hat ja eine Straftat begangen, aber zu schnell. Eine Amtshandlung hatten wir doch gar nicht. Entziehung einer Amtshandlung war es doch nicht. Eigentlich. Irgendwas so, Entziehung einer Amtshandlung. Er hat ja nicht angehalten, als ich... ...eine Verkehrsunterhöhung da zogen. Warte, ich frag mal. Das... ...klingt vor hier mit einer Frage. ...zuer folgen, dass die Person, die gerade von mir abgehauen ist, das hat keine Amtshandlung stattgefunden. Dann ist es ja eine verbrecherische Flucht. Stimmt das so? Positiv. Wenn ich mit der in Kontakt gekommen bin, dann ist es verbrecherisches. 10.000 Dollar. 10.000, danke. Bevor ich dem jetzt was Falsches eintrage, sonst ist das eine verbrecherische... Weil das ist schon der Unterschied. Stell dir mal vor. Entziehung einer Amtshandlung. Du hältst an. Dieser Unterschied. Du hältst an. Haust ab. 40 Stunden Sozialstunden. 6.000 Dollar. Machst du verbrecherisches Flüchten wiederum. Das ist dann direktes Wegfahren. 60 Monate Knast, also eine Stunde wegsperren. Was? Und 10.000 Dollar. Das ist heftig viel. Verbrecherisches Flüchten. Ja, das ist 10.000 Dollar, 60 Monate Knast jetzt für ihn. Führerschein wird abgenommen. Und da müssen wir nochmal gucken hier wegen der... ...wegen den Waffen, was wir da jetzt noch machen. Verwand in 7 gelandet. 1-1-4-0-4. Ich kann das ja reinschreiben, ne? Aber ich weiß nicht, Waffen können wir dann, glaube ich, nicht mehr stacken. Er kriegt dann das, was das Höchste ist. Aber ich glaube, Waffen kommt aufs selbe raus. Äh, Fischerwesen, Jagdwesen müssen hier der Waffen scheinen. Jagdwesen, zivile Angelegenheiten. Klingt vor, ich habe dir nochmal die genaue Definition vom Chief geschickt. Klingt vor. Solltet ihr ab zum Beispiel bei 10-86 Kontakt... Ja, das ist ja kein Entziehen der Anziehung. Fahrzeugerhalte, Zeichner, Ergänzungen... Ja gut, dann habe ich eh logisch gedacht. Gut, dann habe ich das... ...habe ich logisch gedacht. Gut. Oft ist logisch denken, aber Nachfragen ist besser, als wenn ich da wieder was falsch mache. Ähm, Widerstand ging fest. Damit er nicht, äh... Der sitzt einer illegalen Schusswaffe. Wenn 80 Sozialstunden... Na gut, dann kriegt er das nicht. Ähm, passt. Illegales Trang von Schutzwaffen, wenn nun mal 40 Monate, 2000 pro Waffe. Das ist halt die Sache, ne? 40 Monate. Eigentumsstraftaten. Ja, er kriegt 60 Monate, kriegt er. Waffeln, ich lasse das jetzt einfach mal. Das mit den Waffen lasse ich jetzt mal aus. Er sitzt lang genug dafür. 60 Monate und, äh, wie gesagt, den Führerschein nehme ich ihn ab. Er ist weg. Rutschi Gokl, um die 10.000 Dollar zu stunden, ins Rechenhaus. So. Folgendes kommt auf sie zu. Ja. Äh, ich trage das natürlich ein, dass sie, äh, keinen Waffenschein besessen haben, illegale Hörfungen getragen haben. Folgendes, äh, sie werden jetzt dann gleich überführt. Sie kriegen 60 Monate. Aufgrund der verbrecherischen Flucht hätten sie angehalten, weil das ein bisschen anders gewesen. Und 10.000 Dollar Strafe, muss ich ihnen ausstellen. Oh. 10.000 Dollar Strafe, ja. Abfahrt Richtung Casino mit einem Lamborghini mit dem Kennzeichen I-L-U-E-V-A. Hier bitte einmal bezahlen. Bitte, was haben Sie gerade gesagt? Ich, ich höre Sie gar nicht schlecht. Flüstern Sie gerade? Nein, ich glaube nicht, dass ich flüstere. Okay, weil ich höre Sie gerade sehr schlecht. Ich habe gefragt, ob man da was machen kann. Nee, da kann man nichts machen, das ist so festgesetzt. Und ich bin auch ehrlich, ich habe ihn schon, äh, weil ich gesehen habe, dass sie jetzt ein bisschen länger sitzen werden, habe ich jetzt schon mal, äh, aufgrund der Tatsache, dass sie auch noch die Waffen dabei hatten, habe ich jetzt ein bisschen drüber hinweg gesehen. Ähm, müsste ich nicht machen, mache ich aber, weil sie auch angehalten haben dann und sich ergeben haben. Das hätte ich jetzt, dass sie auch nochmal dazustecken können. Äh, ich hole noch schnell meinen Kollegen und schaue, ob er da ist, der sie abholen könnte, ja, alles klar. Alles klar. Ist jemand da von den Marschals? Äh, King4, ich bräuchte mal einen, äh, Prison Transport. Ambition Row. Ja, Link24 sind in der Nähe, ich komme. Jawohl, kommt gleich jemand vorbei, der sie gleich abholen wird. Ähm, ich warte noch ein bisschen, bis der da ist, ja. Okay. Gut, dann mache ich nochmal hier ihre Sachen fertig. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. So, machen wir das mal fertig. Ähm. Und zwar, auf den Gehen hinzufügen. Okay. 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 Da sind wir wieder. Ich bin in David, hier ist die Exend. Egaler Waffenbesitz. Oh, warte, ich habe noch vergessen, Führerschein abnehmen. Upsi, upsi, upsi. Äh, so, warte, Führerschein brauche ich nochmal von Ihnen, den nehme ich Ihnen jetzt schnell ab. Der Führerschein? Ja, den habe ich noch vergessen, weil, äh, das tue ich noch. Der muss auf jeden Fall weg. Ähm. Müssen sie auch nochmal neu machen. Was vergessen. So. Waffenbesitz. Edward 18, 1086 Ns und Edward 18 Hertz. 10.000 Dollar. Wo blitzt du mal auf dem East Airway? 60. Höhe State Prison. King 4. Ich blitze, äh, nicht weit von dir. Das, äh, Datum steht nicht dabei, ne? Nee, Bike Cover. Muss man einfach zuschreiben. King 4, um, äh, äh, richtig ab Punkt. Ja, 10 vor. Äh, wie viel Uhr haben wir es? Äh, 21 Uhr 9. 21 Uhr 9. King 4. So, sollte eingetragen sein, dann haben wir jetzt. Zack. Verbrecherische Flucht. Illegaler Waffenbesitz. 17.11. 22, um 21 Uhr 9. King 4. Passt. So. Gut, äh. Bin ich mal fertig mit dem. Alles klar, was kriegt er? Ähm. Der kriegt, äh, 60 Monate. Alles klärchen. Alles klar. Hast du schon alles fertig gemacht? Egal, ob wir ihn haben oder nicht. Sollte alles fertig sein. Eintrack ist alles. Jo, passt alles. Okidoki. Perfekt. Ja, dann. Jawohl. So. Dann. Komm, sag mal hierher. Dann mach ich noch einmal Kabelbinder ran. Also ich hätte, ich hätte, ich hätte fast vergessen, den Führer schon abzunehmen. Ist mir aber dieses Mal Gott sei Dank nicht passiert. So, aber die Waffeln, die tue ich direkt, ach, die tue ich gleich in die, äh, Asservatenkammer. Die tue ich in die Asservatenkammer. Nur 10 Dollar Strafe, ne, 10.000. Steht das jetzt so drin oder was? Sag nicht, ich bin schon wieder so lost und hab das so reingeschrieben. Das ist PCAD. Äh. Bitte gesagt nicht, ich hab das so reingeschrieben. Ich hab aber 10.000 reingeschrieben. Wird nicht blöd? Ach komm, leck mich. Ja, das bessere ich schnell aus. Scheiß mal auf Backseat Gaming. Ich hab's doch gesehen. Ich hab doch, ich hab 10.000 reingeschrieben. Wird nicht blöd, oder? Da, 10.000. Da steht's doch. 10, also der war der Punkt nicht mit dem. Ach komm, leck mich. Ich mach immer einen Punkt nach dem Tausender. Deshalb, oh mein Gott, Alter. Und ich denk mir, ich hab doch 10.000 geschrieben, denk ich mir. Ich denk mir, warum, warum steht da ein Zehner jetzt? Also eigentlich ist es ein Bug. Es ist ein Bug, okay. Belasten wir es dabei, dass es ein Bug war. Ich hab 10.000 eigentlich reingeschrieben. Ich hab, ich war also nicht lost. Ja. Bitte danke. Ich war dieses Mal nicht lost. Wie den Eintypen, die... Ah, danke, Andel. Wie auch immer das ist. Ja, sicher, Andel. Irgendwer hat mich grad betrunken gemacht. Ganz random. Ähm. Ja, Andel, das taugt da, gell? Jo. Taugt da das? Das taugt da, gell? Du hast jetzt einen Spaß damit, gell? Jo. Na, hoffentlich hält's lang an. Ah, das ist, weil ich in dieser Drogen... Das war vielleicht gar nicht Andel. Vielleicht war ich hier drinnen, war und hier alles nach Drogen und Alt. Stinkt. Bitte, Andel, lass mich in Ruhe. Danke, schau. Ist das die Asservatenkammer? Ich geh nochmal zurück. Ich geh jetzt wieder. Ah, das stinkt. Okay, ich geh mal wieder raus. Das hat sich ja da... Aber der Zeitpunkt war gut. Der Zeitpunkt war gut. Ein Zehner, Digga. So, jetzt sind wir wieder zurück. Äh, ich hab gar nicht gesagt, dass ich hier 10-6 bin. Ah, gut. Los geht die Reise, Leute. Äh, mein Auto repariert? Ne, dachte schon. Mein Herr Bianco. Äh, Kid B. Ich kann der Damen nicht aussprechen. Ich kann keine russischen Zeichen. Äh. Dankeschön für 2 Euro und... ... wollte nur einfach Hallo sagen. Hallo. Robert Kaiser, danke fürs Reis haben. Vielen, vielen Dank. Edward, 18, respawning. Mit der Highspeed 1,6. Und ich muss wieder was essen, sehe ich gerade. Okay, ess mal schnell eine Runde. Eine Runde, ess mal ein Burger. Ein Burger. Red Dosh, Red Dosh, Red Dosh. Alter, ich hab so einen Hunger, ne. Ich hab noch nichts gegessen eigentlich so richtig. Warte, niemals einen Stream, wenn du hungrig bist. Du kriegst einfach Hunger, wenn du die ganzen Sachen siehst. Die ganzen Icons. Die Access Card. Ah, die hab ich jetzt liegen lassen. Ja, Leute, vergessen. Alles gut passiert. Da geh ich jetzt nicht zurück. Das wäre sonst, das wäre sonst Betrug. Das wäre sonst Betrug. Die behalte ich mir jetzt. Äh, für dich, da stehen 2 Fahrzeuge. Mast du den 10 AD6 beim Gurus. Der war definitiv 30 kmh zu schnell. Und bei dem Fahrzeug performaure ich den 10 AD6. Äh, 10 Fahrzeuge. Du hast den 30. Coat gehört. Äh, URUS 30 kmh zu schnell korrekt. Habt ihr gerade Coat gehört? Coat. 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 Ich sehe uns Rachen, wie geht's dir? Und was hab ich verpasst? Der Rachendrachen. Mir geht's gut. Schafft ihr auch? Und du hast alles verpasst? Du hast den ganzen Anfangs-Stream verpasst. Wunder scheiß, oder? 16.19 Mission Repriez. Die ist ein Mast. Lukezermatt. Lukezermatt. Willst du danke für 5,05€? Lukezermatt. Zermatt ist ein Ortschaft von der Schweiz. Da auf der Smarterhorn steht. Topperauneberg. Ach so. Der Lukezermatt. Ich kann das nicht aussprechen. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Aber danke schön für 5,05€. Vielen Dank an die Schweizer. Vivi, danke fürs Subwerden. Ja, Sub steht hier. Wie seid ihr heute Mitglied? Grüße aus der Schweiz. Mal vorgelesen, genau. Soll ich mich hier irgendwo hinstellen? Eigentlich das Beste ist, hier mit 130 zu cruisen. Und einfach gucken, ob er vorbeifährt mit Überholtergeschwindigkeit. Das macht am meisten Spaß, finde ich. Pack mal auf. Oder wir stellen uns wieder dorthin, wo der 100er erst vorne wieder aufhört. Wo ich dann wieder blitzen kann. Die Leute mit 200 durchfahren und sich dann fragen, warum ihr Führerischer abgenommen wird. Das ist auch lustig. Ich muss runterscrollen. Sorry, Leute. So. Till, joa. Bei mir sind es 10,5 Grad, weil die Heizung nicht an soll. Perfekt. Okay, ich bin sehr mad. Danke nochmal für 2,02€. Und nochmal für 2,02€. Ort hier raus. Yonte. 5,31€. Justin Lamp für 5,00€. KevTV Gaming. Echt, die Polizisten. Echt, die geht eher mal vorgelesen, ne? So, hier steht mir mal vorgelesen. Liquid Viper. Bin zur Zeit voll krank. Hoffe, es ist nicht wieder Corona. Guck mal, der Stream muntert mich ein bisschen auf. Dann auf jeden Fall gute Besserung, was auch immer du hast. Guck mal, dieses Cut Nippe. Ich kann das nicht vorlesen. Ich weiß nicht, was das ist. Heißt KGB. Achso. Warte, KGB sagt mir grad, was doch dieser, äh, der KGB ist doch ein, ähm, ach, was heißt das nochmal, ist eine Abkürzung für etwas? Oh, Pinky da vorne. Boah, der fährt hinter mir lang heute. Ist das nicht, ist das nicht ein, ist das nicht ein Geheimdienst, KGB? War das nicht ein russischer Geheimdienst oder so? Warte, das probiere ich jetzt mal. Das war nochmal KGB. Ja, Sowjetunion, eine Security Agency. Das war so ein, äh, Geheimdienst, sag ich doch. Ja, immerhin, äh, Bildung noch ein bisschen im Schädel gehabt, der KGB. Den hatte ich noch im Schädel, komischerweise. Nicht meine Zeit. Edward, fährt sich in dem Fall als 10-E6-Fanat. Ja. Ist auch was hängen geblieben in Geschichte. Im Geschichte total ist doch irgendwo was hängen geblieben. Der KGB war das, äh. Geheimdienst, ja doch, das ist hängen geblieben. Schön. Äh, warte, das muss ich jetzt mal angucken hier. Das gucke ich mir jetzt an. Da fahren zwei Leute mit dem Traktor. Ich bin jetzt die 1-Informativ, der McDonalds-Event. Schade. Ohne Kindzeichen, perfekt. Kein Happy Meal für dich. Warum habe ich das Gefühl, dass das Andel ist? Ey, wobei, ist das Andel? Ich weiß es nicht. Äh, King 4, ich bin gerade vom Walmart, da fahren gerade zwei Traktoren rum, halten gerade nicht an. Okay, halten jetzt an, am Walmart alles gut. Ich höre direkt neben dir. Guten Tag, die zwei Herren. Guten Tag. Eine Frage an Sie, warum keine Kennzeichen an den Fahrzeugen? Ey, das ist nicht vorhanden. Gibt es kein Kennzeichen für die Fahrzeuge? Nee, nee. Für die Fahrzeugehändler. Nee, das hat der Fahrzeugehändler nicht angeboten. Wieso auch immer. Hm. Du bist aber angemeldet. Weil ohne Kennzeichen dürfen Sie eigentlich nicht fahren, auch wenn es blöd klingt, aber. Okay. Kennzeichen ist schwer, ne? Jetzt musst du schon eins haben. Licht haben Sie auch keins, ne? Ja, ist halt ein Trigger, ne? Da müssen Sie eigentlich damit auf, ich sag mal, Privatgelände fahren oder da, wo keine Straße ist, theoretisch. Ja, ist aber schlecht, ne? Ja, damit können Sie auch im Feld fahren, sagt ja auch keiner was, aber hier auf der Straße und dann nebeneinander sind Sie in einer anderen Spur gefahren. Ich geh mal von beiden Führerscheinen, bitte. Oder Kollege, du könntest auch einen machen. Also mal, ich steh'n hier. Wo sind wir mal in den Führerschein? Haben wir einen Führerschein, bitte. Das war der Ausweis. Wollt ihr den Führerschein? So, ja. Ich bin hier in Delta E6 mit einem LaFerrari in der Nähe von Mark. Klang, Kennzeichen, Gehleert, holen, bräuchte beim nächsten, wenn wir die einmal Backups jetzt Führerschein haben. Länge, nein, für der Mann. Das passt so weit, geb ich ihn nochmal wieder zurück. Aber, ich bin da. Wurde heute schon der Führerschein abgenommen, oder? Ja. Klingen so wieder, haben sie neu gemacht, sehe gerade aber keine Sperre ausgestellt. Okay. Hm, ist ja die Frage, was sollst du da machen am besten? Weil, wenn sie sagen, das ist kein Kennzeichen anbaubar, dann... Problem, ich mein, ich könnte es mal probieren, ob das ein Kennzeichen zum Anbauen hat. Können sie machen, ja. Können sie mal runtergehen vom Trecker, ich schau mal. Ja. Ach gut, das Ding ist beschädigt, dann wird es schwer, ne? Schauen sie mal bei dem anderen. Können sie mal bei ihm gucken. Können sie vielleicht gehen, einen Moment. Schauen wir mal, wenn man eröffnet. Schauen wir mal, wenn man eröffnet. Schauen wir mal, wenn man eröffnet. So. Das haben wir zumindest gekauft. Oder wir holen jemanden her, der vielleicht das Kennzeichen anbauen kann. Das wäre auch, das wäre auch ne Möglichkeit. Warum sagt man, man klatscht das hier drauf. Haben sie überhaupt ein Kennzeichen dabei? Ich mach mal das Kennzeichen. Ja. Aber ohne Kennzeichen geht halt gar nicht. Schauen wir mal ganz schnell Mechaniker an. Und wenn wir ins Gelände weiterfahren? Das Problem ist, sie kommen hier nicht mehr runter, ohne dass sie hier, äh, verstehen sie? Es ist hier, sie sind jetzt, wenn sie hier runterfahren, da ist vorne auch wieder keine Versicherung. Da hinten nicht, das ist halt alles, ja. Warum, wo, wo, wo wollen sie hinfahren damit ist die Frage, wo wollen sie dann hin? Sie müssen ja irgendwie weiterkommen. Äh, wir wollten gerade zu Muhammad tatsächlich. Ja gut, dann gehen sie mal einkaufen. Wie gesagt, dann ruf ich mal hier, äh, Mechaniker. Können sie ja in der Zwischenzeit einkaufen gehen. Ja. Lassen sie sich Zeit, kommen sie dann wieder. Was ist der alles? Von einem Oldtimer, Easterway-Stadt einwärts. Nicht nur die Höhe. Wir könnten Höhe, Wollmarkt, Nagelbänder werfen, falls mir das hat jetzt sicher. Oh Gott. Oh Gott, Mama. Führerschein haben wir hier. Oh, das hab ich halt auch noch nicht gesehen, ne? Ohne Kennzeichen fahren die mit diesem Trucker da rum. Oh nein. Und ich mach jetzt Strich durch die Rechnung. Oh, ich kann das Kennzeichen so angucken, indem ich einmal drauf zugreife, aber das darf ich jetzt halt nicht. Darf ja nicht zu suchen ins Kofferraum. Ist ja die Frage, ob ich dann den Kofferraum dazu kann, ne? Dann könnte ich gucken. So darf ich gar nicht. Eieieieiei. So. Aber der hat hier auch viele offene Rechnung. Das wollen wir nochmal gucken. Dann kann ich das nämlich hier. Führerscheinentzug. Ne, kann ich nicht raustun. Führerscheinentzug. Führerscheinentzug. Neutert euch hier bei euch das Tüch raus. Dann hören die von euch. Wissen sie? Ja. Ich hab eigentlich gar nicht Zeit für diese Spirenzchen hier. Ich muss noch ein paar Pflanzen pflegen. Ja. Wie gesagt, das tut mir leid, aber ich muss jetzt leider, müssen sie da bleiben, bis der Abschlepper da ist, ne? Hm. Ähm. Ich muss auch ganz schnell bei ihnen gucken. Sie haben sehr viele Rechnungen offen. Ja. Ja. Wann können sie die bezahlen? Ähm. Wenn ich, ähm, meine Pflanzen verkauft hab. Okay. Das Getreide und so. Ja. Äh. Das... Wüssten sie mich echt schnell machen. Ich muss das nämlich sonst auch eintragen lassen da drin. Ja. Dann haben sie ab jetzt eine Woche Zeit, das zu machen. Hm. Äh. Dann hab ich noch ne Frage. Ähm. Könnten sie auch direkt die Strafe bezahlen oder wer möchte das bezahlen von ihnen? Das geht nämlich darum, zweimal ohne Kennzeichen fahren. Das gibt ne Strafe, ne? Mhm. Müssen wir mal schauen, die Höhe davon. Ja, das sind zweimal tausend fünfhundert Dollar. Da stelle ich immer ne Rechnung aus. Naja. Ja. So. Ja. So. Hoppala. Na her mit so. Okay. So was gibt. Perfekt. Gehen wir uns bitte ein bisschen... bisschen herüber. So. Kein Problem. Können sie direkt begleichen? Ja. Geht das? Ja. Das ist ja super, wenn sie das machen können. Sonst bleibt ihr euch noch lange erhalten. Perfekt. Und von dem Kollegen bräuchte ich das nochmal. Guck mal. Äh, sie sind jetzt aber der Herr, äh, Shelby, ne? Adrian. Hm. Perfekt. Gut. Dann muss ich das spielen. Eigentlich müssen wir sie jetzt hier theoretisch abschleppen. Sollten sie das Kennzeichen halt nicht drankriegen, haben wir halt dann immer noch das Problem, dass sie kein Kennzeichen haben. Ja, ich kenne von ihr auch nochmal 1500 außer Kollege stellt ihnen das aus. Ja, das ist gut. Ja. Müssen wir schauen, ey? So. Da auch mal begleichen die Rechnung, wenn es geht. Und dann, äh, ja passt das. Ja. Gut. Dann für sie nochmal, äh, Herr Adrian Shelby, für sie schreibe ich das nochmal auf. Sie haben ab heute eine Woche Zeit Rechnung zu begleichen. Ansonsten, äh, wird das Konsequenzen haben. Sonst müssen sie Sozialstunden ableisten. Jetzt werde ich aber die Woche nochmal eintragen. So. So, ich lass mal um. X-Ray 13 zurück von Geil. Wissen Sie, das ist ja nicht so einfach, ne? So Geld zu verdienen als Bauer. Das ist schon... Was fahren die Traktoren? Hm? 50. 50. Äh, nein 70. 70. Ne, 70, wenn es Back-Up geht. Eigentlich schon ein bisschen langsam für den Highway, gell? Geht. Naja. Alles machbar. Naja, es... Ich mein, es gab auch schon Fälle, da haben wir die Weiterfahrt untersagt auf dem Highway, weil sie einfach schlichtweg zu langsam sind. Ich muss schon auch darauf achten, weil in gewisser Weise das ist schon halber so eine Gefahr. Hallo. Guten Tag, Wächter hier von Mechanikern. Guten Tag. Äh, bezüglich der zwei Traktoren würde ich mich jetzt auf den Weg machen. Entschönen Tag. Jawohl, perfekt. Ähm, die kommen dann in den Abschlepphof oder? Ja, zum Abschlepphof oder? Ja, zum Abschlepphof oder, ich musste mal fragen, warten Sie ganz kurz. Entschuldigung, sollen wir die zwei zum Abschlepphof bringen oder sollen wir die dort umbauen lassen? Das ist jetzt eine Frage an Sie, an Sie zwei. An mich? Hm. Kann man mal überlegen. Ja, bitte schnell, weil ich habe jemanden am Telefon. Ich glaube, meinen würde ich einfach abschleppen lassen und dann einfach. Dann würdest du es abschleppen lassen? Ja. Ja, dann tun wir es abschleppen. Ja, dann zweimal, die kommen beide abgeschleppt. Ja, perfekt. Äh, und ich habe mal eine Frage an Sie als Mechaniker. Können Sie mir bestätigen? Dieser alter Traktor, ne? Kennen Sie den? Ähm. Das sind solche rostigen Traktoren, so alte, ohne Reifen. Ja, was ist mit denen? Können die? Können die, oder? Ja, ja, die können, das sind, so zwei müssen wir abholen. Können die ein Kennzeichen dran bekommen oder ist das nicht möglich? Weil das ist jetzt die Frage, weil ich habe die jetzt angehalten, ich bin vom LEPD, äh, aufgrund dessen, dass die kein Kennzeichen hatten. Aber es ist schon möglich, dann es dran zu bauen, ne? Oh, pff. Also ich sag mal so, ich bin der Meinung, dass wenn sie von Werk an schon kein Kennzeichen haben, äh, wird es vermutlich auch grundsätzlich nicht möglich sein. Okay, alles klar. Das ist meine Meinung nach, äh, meiner Meinung. Weil normalerweise, wenn du halt ein Fahrzeug kaufst, ist das Kennzeichen ja schon dran, ne? Ne, weil ich konnte es da jetzt nicht ausprobieren, weil es halt beschädigt war und die meinten, also würde es vermutlich grundsätzlich nicht gehen. Ja, sie haben auch gesagt, sie haben, sie haben gesagt, sie haben die so gekauft, aber mir ist mal vorgekommen, ich habe mal wo ein Traktor gesehen, genau so, wenn er ein Kennzeichen dran hat, der zwei halt sind verbreitet, ne? Aber gut, dann, äh, Dankeschön und dann sind sie bald da, ne? Jo, alles klar. Alles klar. Tschau. Team 2620 Code Smoke. So, äh, da kommt jetzt gleich vorbei. Jawohl. Dann hat sich die Sachen... Wir müssen ja gucken, äh, dürfte ich auf die Fahrgestellnummer zugreifen, dann müsste ich an meinen Koffer haben gucken, bei den beiden. Nein. Also, ja klar. Weil da müssen wir mal abchecken, ob die Fahrzeuge überhaupt zugelassen sind. Sonst hätten wir noch ein zweites Problem. Also da kann ich... Oh, da gucke ich rein. HVC 79 ist das. Hürtig. So, der ist schon mal nicht angemeldet, sie fahren ohne Versicherung, da kommt auch was zu auf sie. So, und hier, kann ich da auch mal gucken? Ja, müssen sie schauen, ob sie das finden, weil das ist schon ziemlich alt. Kann sein, dass es nicht mehr risch erkennbar ist, müssen sie schauen. CPZ 086. So, folgendes Problem, da kommt noch mal ein bisschen was auf sie zu, die sind beide nicht angemeldet. Linken 6, 4, 12, 18. Jo. Beide Fahrzeuge sind nicht angemeldet, das heißt, da müssen wir mal gucken. Ach, Mann. Das ist nochmal 2.000 Dollar je, ne? Oh, nee, ne? Oh, nee, ne? Ey. Doch, leider. Äh, so. Das ist besser. Das einmal dann bitte bezahlen. Den stehe ich auch nochmal eine Rechnung aus. Sowas hätte ich aber auch noch nie gehabt, muss ich ehrlich sagen. Das einmal bitte begleichen. So, passt. Hat sich das auch. Ja, die sind beide auch nicht angemeldet. Hm, ja, ja. Klar. Ja. Ja. Ob die überhaupt eine Anmeldung kriegen? Das ist die andere Frage. Ich sag mal so, am Tag können sie ja damit fahren, ohne Licht ist das ja egal. Ja. Oder irgendwo auf dem Feld können sie auch ohne Licht fahren, von mir aus. Das stimmt, ja. Aber ohne Kennzeichen ist das Problem, ne? Ja, klar. Das, 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 das muss ein Kennzeichen, ne? Aber die, die, äh, haben schon die Vorrichtung. Also, muss nicht. Das stimmt, ja. Ja, mir kommt vor, ich hab, ich hab mal so einen gesehen mit Kennzeichen dran. Ich war mir so sicher, dass ich einen gesehen hab. Ja, hab ich auch. Genau, ja. Äh, ich glaub nur, wenn du neu kaufst, hast du keine Halterung dran. Das glaub ich. Hm? Genau, vielleicht ist die Optional. Ja, ne, der Mechanik hat mir nämlich vorhin gesagt, er meinte, äh, bei ihm, er weiß es nicht ganz genau, ob die so ausgeliefert wurden. Von der ist der andere Meinung, aber. Mir kommt vor, ich hab den mal gesehen. Ich glaub nämlich, dass das hier unten an dem, hier an dem innen kam, bevor es das mal gewesen. Schau mal hier. Hm. Wenn du da unten guckst, da ist so eine kleine, kleine Halterung hier unten, ne? Und ich glaube, dass hier das Kennzeichen dran war. Ich glaube, das gesehen zu haben. Das kann sein. Hm? An diesen zwei. Ah, das sind mich an die Bischof. Gut, die zwei fahren aber nicht mehr mit jetzt heute, ne? Bis das Ding angemeldet ist und ein Kennzeichen dran hat. Jawohl. Nee, ja. Jawohl. Jawohl. Wir sind ja abgeschlägt. So macht man richtig Polizeiarbeit, Alter. Genauso, nicht anders. Ah, ist das schön. Liquid Viper kenn ich noch. War lange nicht mehr da. Obwohl wir eigentlich am Start kuss noch mal. Bezüglich der Kennzeichen noch mal. Es ist nicht möglich, an den Traktoren ein Kennzeichen ran. Haben sie es ausprobiert. Haben sie es gerade ausprobiert. Nein, probiert habe ich es nicht. Aber ich habe die Kollegen gefragt. Mir wurde sofort mit negativ geantwortet. Können sie uns das mal reparieren probieren, dass ich mal gucken kann? Oder haben sie eine Werkzeugkasten dabei? Werkzeugkasten habe ich ja. Ich war mir sowas von der Auffassung, dass man da ein Kennzeichen dran bauen kann. Hundertprozentig. Ich war mir so sicher. Weil sonst müssen wir da was anderes, eine andere Lösung finden. Aber abgeschleppt können sie trotzdem. Die fahren ohne Versicherung rum. Also abschleppen müssen wir die so. Also wenn sie mal gucken könnten, ob man es anbauen könnte, wäre das echt super. Batzwerk hält nicht angeblitzt mit 272 auf dem Easterway. Hält sie jetzt an. Bin unterwegs. Er hat den vor. Kennzeichen ist MFLeaBS. Der andere Traktor sieht ausgebrannt aus. Versichert zugelassen auf Miles Davis. Nee. Lass ich mal probieren? Scheint nichts zu ändern. Können sie das gerne machen. Doch, da. Da ist es doch. Oh. 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 Ich sag doch, ich hab's doch gesehen mal an dem Traktor. Ich bin doch nicht blöd. Guck hier. Sorry, tut mir leid. Ich wusste es halt nicht. Ich hab's halt selbst irgendwie nie wirklich so weit nach unten geguckt. Das ist ne gute Info. Das war doch doch eingeklappt. Jetzt haben wir hier wenigstens die Info. Jetzt wissen wir, dass wir ein Kennzeichen sind. Das ist ne gute Info. Wäre aber auch irgendwie komisch gewesen, wenn es nicht so wäre, wa? Ja, sonst dürften die das gar nicht anbieten, wenn sie das ohne Kennzeichen verkaufen würden. Ja, richtig. Wir haben den halt so gekauft, ne? Ja, ja. Aber sie müssen... Ja, passen sie auf. Aber für jedes Fazio muss es ein Kennzeichen geben irgendwo. Da müssen sie halt gucken, müssen sie sich halt informieren und dann dran schrauben das Ding. Oh Mann. Aber sehen sie? Geht doch. Aber angemeldet ist es trotzdem nicht. Müssen wir so oder so abschleppen lassen. Ja, okay. Alles klar. Gut, dann werde ich mich mal ranwerfen. Jawohl. Dann sagen sie aber den Kollegen bei den Mechanikern auch, dass das klappt, ne? Ja, natürlich. Ja. Ich hab's doch gesagt. Das geht. Ja. Ich war mir so sicher, dass das klappt. Weil ich dachte, ich hab das schon geträumt. Ich hab mich grad voll verarscht gefühlt. Ich dachte, hab ich das geträumt, dass das da geht? Weil genau an dieser Location hab ich mir vorgestellt, dass das hängt. Wo ist das an? Oh, der arme Traktor. So. Haben sie mal einen festen Ausweis eben? Damit ich weiß, mit wem was zu tun ist. So. LR 376. Alles klar. Ja, bestimmt. Ben Marshall. Trichtig ausgesprochen. Was ist? Ben Marshall? Äh. Wissen sie denn von wem sie überfallen wurden? Er hat 141086 direkt am Hauptplatz Parkplatz. Ich hab grad kurz gedacht. Das ist HGS leer 313. Wie viel hast du denn geblitzt? Ja, 110 glaub ich. Kann man schon abnehmen. Wir müssen uns gleich an der Strasse festkleben. Kleben wir uns an der Strasse genau. Demonstrieren die Bauern der Klinik. Los geht's. So tankt man sich das Ding. Hat er ganz schön lang gedauert ne? Aber ich wollte das jetzt noch wissen mit dem anbauen oder nicht. Und Johnny an zu sieben danke nochmal für eine Eurone. Und äh. Pinky Problem ist Modern Warfare will immer den neuesten Treiber. Achso. Aber eh. Ganz ehrlich. Wenn dich ein Spiel zwingt den neuesten Treiber zu zwingen. Was spinnt denn bei denen? Du wirst gezwungen dazu oder wie? Bei Modern Warfare. Ist ja Dreck. Hab nur gesehen bei. Bei Butti im Stream. Modern Warfare. Hat sich einfach aufgehangen. Und du konntest das über den Taskmanager nicht äh. Ausmachen. Es ging nicht. Er musste seinen PC neu starten. Der hat ja als Administrator gesagt. Du hast nicht die Berechtigung dazu. Also. Du hast auf deinem eigenen PC. Wie du Modern Warfare startest. Keine Berechtigung. Das Spiel zu schließen. Es geht nicht. Im Dustmanager. Es klappt einfach nicht. Das ist. Also das ist so ne Sache wo ich mir so denke. Vielleicht ein Sicherheitsfeature. Maybe gegen Cheater oder so. Man weiß ja nicht. Aber. Das sollte eigentlich nicht sein. Das sollte. Oh da war gar keine Straße. Das sollte eigentlich nicht vorkommen. Dass du dein Spiel nicht mehr schließen kannst. Das sollte niemals passieren. Wenn mal was sich aufhängt. Oder wenn sich ein Gamer aufhängt. Und du weißt das. Dann bitte mach das schließbar. Also sowas hab ich halt auch nicht verstanden. Wenn man sowas macht. Ob da. Senzen sind. Zu Sicherheit. Mal gucken. Boah. Da steht ein Auto. Schau mal schnell rüber. Hupflos. Whoopflos. ensorskopf. Würde ich ein Relap auch machen. Auf dem GTR draufsteigen. Voll geil. So Eleven Crafting. Danke fürs Wippeln. Schnuppi nochmal. Äää schnuppi, schuppi. Was a schnuppi. Danke immer für ein Zwanny. Und äää. Die Liebe geht raus mein Lieber. Vor ner Stunde. Feier Abartier 18. Danke für deine 5 Euro. Und äääh. Das hab ich euch alles glaub ich unten vorgelesen. Genau. Äh. wie nennt man eine arabische Hexer, Bibi Blocksberg. Bibi Blocksberg. Marco Roth, so für etwas Hundefutter. Dankeschön, brauche ich hier immer. Ein bisschen Pedigree muss sein. Robert, das wird alles in Pedigree gesteckt, ja. Alle Donations werden in Hundefutter reingesteckt. Ja, Alter, kopflos da vorne, bitte, fahr doch Bescheid. Oh, Alter, was in die Säule. So, Stefan Köble, danke zu Euro, gerade ein Hoodie aus dem Shop bestellt, Ehre. Ja, Leute, der Shop macht ja bald diese Aktion da, die Black Friday Aktion. Also ich schau mal, wie lange es noch dauert, würde mich interessieren. 2,18. Dann vor, wir hängen hinter dir. Ah, das ist, in sieben Tagen fängt es an, in der Woche, da haben wir, ne, Black Weekend heißt das, nicht Black Friday, Black Weekend. Kann ich schon mal anpriesen, gibt es ein paar Sachen gratis im Shop. Ich kann heute Messung mit 2,64. Die nächste Messung 2,78. Check. Und wieder eine mit 2,87. Geh, das ist richtig. Braucht ihr da Backup? Also nicht zu zweit. Ah, Street Funk, bitte. Ja, ist in der Mitte. Fährt jetzt hoch wieder Richtung Hauptstraße. BOOM! Fehler. Alles gut, geht weiter. Fahren jetzt wieder East Highway, also Palito auswärts. Eine weitere Einheit wäre gut, ist eine Black Series. Wir fahren wieder nach Palito rein. Diesmal hinten die Straße durch. Ja, kein Vorsitzender X. Wir sind jetzt hinten durch. Am PD. Die West Highway. Boah, ist aber weit weg. Mein Gott. Ja. Ich komme mit, ja? Geht's dir gut? Ja. Gut, Verfolgung läuft weiter West Highway. Ich bin der T-T7 schon an durchmachen. Schau, schau. Jo, schönen Abend. Länge nach der T-T7 schon noch durch. Wir sind jetzt am Bootsanleger vorbei. Wollt ihr noch eine Highspeed? Die andere heißt bitte, jetzt ist der T-T50. Wir sind jetzt totes Schikane. Hält an, hält an. Erdreht um. Ich bin der T-T50. Äh, Kennzeichen ist montiert. Kennzeichen ist 2-8-Z-L-Z. Ich glaube 1-2-4 war's. Derzeitiger 10-20. Am West Highway gleich im Army Base Tunnel. Stadt einwärts. Der T-T50 fährt, äh, Mautstelle. Achtung, Süd, ich fahre links. Ja, der ist gut. Was ist von der Grenzübergang passiert? Auf dem West Highway. Nichts Abbruch vom Tanke. Auf die Tanke drauf. Oh, ja. Ja, genau. Aber du mich auch, ne? Backwards in die Tanke. Du mich aber auch, Prinzessin. Hub die mich an. Ich mit Blaulicht. Also Route 68, richtig? Spinnt doch. Ja, ja, positiv. Ich wendet wieder Route 68. Ja, wendet wieder. Route 68 jetzt, ähm, wieder Richtung Harmony. Check, ich komme in den Gegend. Wir fahren weiter, sind gleich an der Army Base Brücke. Wir fahren hoch in die Hild. Auf dem Abgebogen links, Richtung Orangen Fahrarbeiter. Ganz Casino Jungs. Beziehungsweise Richtung Mine. Wir müssen es funken. Ich komme euch nicht hinterher. Check. Wegen rechts, Abbreiter. Wir fahren hinter Trend in die Richtung Steine waschen. Alter, wie lange braucht man sich da mal hinten dran denn, Bruder? Boah, jetzt zählt es mich ja auch nur ein auf der Kreuzung. Eieieieieiei. Eieieieiei. Fahr runter in die Hild. Ey Leute, lasst mal einen fettn' Like da. Auf die 6.000. Schauen zeig mal drauf, Leute. auf die 6000 auf die 6000 Plans also stand einwärts oh alter was machen die Kollegen dahinten nur die kuscheln die kuscheln die und soviel kuscheln du hinst da unten da oben eigentlich Achtung Kollege ich wohne links oh alles gut alles gut was eine Einsatzfahrt alter wie viele da sind oh ich liebe sie schon einsetze I love it I love it and it's good because I love it oh jetzt habe ich noch mal das fahrt auf der exterior solche Farbe ja schwarz schwarz verloren hat er sie schau mal gleich mal letzter 1020 in der hier in der Umgebung Schatzi 20 Bergerade bestimmt Nationalbank weiter in Richtung Nacho rechts abgebogen und äh nach links Achtung Kollege ich bin dran zwei der Check am heißt mit die Tank der BMW kann ich auch mal brauchen wert link nu lang äh jetzt wieder runter Hauptplatz jetzt rechts Mechaniker charniker link schwarz also Richtung Hauptplatz wieder Ja, das ist ein Check. Wettel links, weite Richtung Hauptfluss. Wende Richtung AK. Roter Parkhaus. Roter Parkhaus rein. Das ist Lambo. Runter Richtung Weasel hier. Links Richtung Kinesisches Denkmal. Leicht vor Unfall. Fährt Richtung Fahrschule. Oh, war es knapp, Alter. Wer ist da weiter? Aber gerade noch angehalten. Gerade den Wagen noch gebremst bekommen. Nicht gesichert, der Fahrschule. Jetzt doch noch. Das war abgebogen. Wieder rechts Richtung Hafen. Jetzt beim Bennys Reihe. Fährt Gassen, fährt wieder zu. Rechts, rechts, rechts. Hauptfluss hoch. Das ist egal, dass man sich damit gar in die Kurven driften kann. Ja. Anderen, willst du eins? Alles gut fahren mit vorne. Fährt in der Gasse rechts. Fährt in der Gasse rechts. Fährt in der Gasse rechts. Dreh um, wieder Richtung Bennys. Fährt in der Gasse rechts. Wie war das Kennzeichen? Wir weiter Richtung Rowe Street. X-Ray 6 für King 20 Ja bitte Anderu 1020 Guten Tag Mahlzeit? Sie hatten vorhin kein Kennzeichen dran Äh ne ich hab Kennzeichen schon die ganze Zeit dran Also vor haben Sie keinen Kennzeichen Ich kann doch mal gucken Haben Sie nen Führerschein für mich? Warten Sie mal ich hab die Scheibe da aufgemacht So ich mach die Scheiben mal auf So jetzt hat er Kommt mir wieder entgegen Ne weil da vorhin kein Kennzeichen dran war Also als ich vorbeigefahren bin war da auch keins dran Ich kann doch mal auf die Dashcam gucken ob das so ist Ja nur vorne ist keins dran Ne ne hinten meinte ich hinten Jetzt hätte ich es jetzt nicht angehalten Kriegen Sie wieder? Ich bin gleich nochmal bei Ihnen Schauen wir uns ja an Ah aktuell keine Sicht Ist das denn ein Kennzeichen dran oder nicht? Also mir kam vorher da keins dran Können wir das nochmal angucken Ja ist der Tango Da hau ich mich gleich wieder ran Aber nicht dass der als Abholer da ist Weißt du was ich mein? X-Ray 19 für King 20 KC Einmal hier genauer Standort Hab ihn hab ihn Gerade beim Mission Road PD Ja 10-4 einmal dort verbleiben wir kommen mal dazu Ne der hat er uns dran Ja sehr klein So ich habe es jetzt nicht erkennen können Äh sah aber so aus als wäre es schon dran gewesen Nur sehr klein gewesen Ähm Kommen wir den Führerstand wieder? Richtig eine schöne Weiterfahrt ja Auf Platzverlust Dankeschön Gute Sicherheit weil er so komisch stand Auf Platzverlust Flickerbank Gasse Fahre wieder links Hinten wieder rum Hinten wieder rum Hier Fährt ihr auf dem Parkplatz runden? Jo kommt hier Ist dann links rum Ist dann wieder rechts rum Beim Werttransport Unterführung Ja fährt die Unterführung Ähm sozusagen vorne Pillbox Hill Ah Aber oben Uiuiuiuiui Hier oben Fahren Pillbox Hill Links Richtung Arcadius Tower Ja geil Oben auf den Arcadius Tower lang Ich erfahrte ich will überholen Im Arbeitsamt Rechts runter Richtung Gebrauchmann Händler Geht recht ab Richtung Haushaus und Führerstand Wow Rechts weiter Richtung Wieseln Wieseln ist links rein Du musst ja so aufpassen Runter Richtung Laser-Tacker-Rinner Hinsicht rechts ab Richtung Filmstudio Klamottenladen Äh, mit dem Klamottenladen da vorne. Boah, wo ist der jetzt? Ach. Was ist das? Eine Lampe ist auf dem Boden geflogen. Jetzt haben wir wieder einmal eingefangen. Ja, kopflos, auffressen. Ja, freigegeben. Und ein Kopfloser, der nächste. Perfekt. Feier ich, fühl ich. Richtung Jorge. Bei uns war der Einheitsprobleme. Am Supreme Court vorbei. Am Supreme Court war der gerade raus, Richtung Mechaniker. Oh, Alter. Engst Richtung Kriegerbank. Weiter Richtung Erfüßung. Ich stehe doch auf dem Sportfahrzeug. Hoch Richtung Nation. Links ab, Richtung McDonalds. McDonalds rechts hoch, wieder Richtung Hill. fliegt. Und jetzt gibt es jetzt auch sehr wirklich stark. Noch kurz. Fliegt wieder rechts ab, wieder runter Richtung Nationalbank. Links Richtung Tankstellenhaft. Parkplatz Hier rechts zur Nationalbank Kassen Ausdampf Uh! Alles gut? Ja, fahr weiter Wieder runter Richtung ab Upp! Hier ist es noch fest Weiter runter Richtung Akadius Wie klingt es ab? Unterführung Die AX wird 12.50 Ich bin weiter gerade auf Richtung Richtung oben Uiuiuiuiuiui Da kommt er mir entgegen Da kommt er mir entgegen Dann sichtkontaktisch verloren Hier letzte Sicht Ich 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 habe ihn Beim Mechaniker Was Jannecke Hinten wieder raus Rechts Richtung Ähm Ähm Wieder Richtung Osten Ähm Ähm Er ist dann Er ist dann rechts rumgefahren Äh Auf das Parkdeck auf Auf das Parkdeck auf Fährt nach unten rein Fährt ganz schön was zu haben Da hat er Sicht Ja King 4 muss tanken Ja Ja ich denke er auch Weil er da zielstrebig hingefahren ist Bei den Mechanikern Viel Sprit kann er nicht mehr haben Äh Ich meinte Ich gehe tanken King 4 Aber er wird nicht mehr viel Sprit haben Wäre mit der Kollege jetzt nicht reingefahren Hätte ich wenigstens noch Sichtkontakt gehabt Na Kollege Was ist da los Da fährt grad ein schwarzer Ram äh Richtung Assi Viertel rein Richtung Grove Street Schauen wir mal Shufflefire Kann man dein Merch auch auf Amazon kaufen? Von meinem alten Shop gab es das X797 auf Amazon Ich glaube das ist immer noch drin Aber das sollte demnächst mal rauskommen Das ist noch von meinem alten Shop Da gab es das eine X797 Shirt von Shirty Das ist original damals gewesen aus dem Shop was es gegeben hat von mir Tatsächlich also ein Shirt offiziell von mir gab es auf Amazon ja Ich glaube das ist immer noch drin Aber Druckqualität ist da halt bei weit nicht so gut wie im neuen Shop Das ist halt der Unterschied ne Am neuen Shop ist die Druckqualität 1A Mit Sternchen Da geht auch nichts mehr ab oder so Boah das liegt mir jetzt grad auf den Sack Gibt's noch irgendwo Sichtkontakt äh zu der Verfolgung? Gibt's noch nicht mehr Negativ von Q26 und keine Sichtung zu irgendeinem Raptor in der Grove Umliegenden Tankstellen scheinen und so weiter auch alles klar Auf Platz dann ist jetzt schneller auch sauer Auf Platz dann ist jetzt schneller auch sauer Auf Platz dann ist jetzt schneller auch sauer Hab ihr wieder ne Black Series Das ist ja Wir fahren Richtung Stadium Wir fahren jetzt rechts rum Wieder Richtung Osten Über Richtung Industriegebiet Eindeutig die Black Series die wir gesucht haben Wir fahren jetzt hoch Richtung ähm Gruppe 6 weiter Richtung Gruppe 6 Gruppe 6 vorbei Boah alter Wir fahren weiter auf der Straße Ich denke er will Richtung Easterway Ne wir fahren rechts rum Auf den innerstädtischen Highway auf Innerstädtische Highway Innerstädtische Highway Ja noch mit dazu Wir fahren hoch Richtung äh Murrow Park Murrow Park wieder oben lang Boah Wir fahren runter Richtung Hauptstraße Murrow Park Wir fahren rechts Richtung Murrow Park äh Einkaufsland Wir fahren links in den Murrow Park rein Ah wieder rechts Richtung Taxicap Ah fahren dann zur Kirmes runter An der Kirmes runter Wir fahren rechts Fahren auf den innerstädtischen Highway Auf Alter was die Verfolgung ja Richtig zum Westen Hier auch ist an mir vorbei Zieh durch Wir fahren innerstädtischen Highway Fahren jetzt rüber auf die richtige Fahrbahn Fahren innerstädtischen Highway wieder ab Boah Gleich wieder rechts auf den innerstädtischen Highway Was das so flott ist Boah Alter fahren immer noch in der städtischen Highway 1020 Hier Fahrt Richtung Westen Wir fahren runter Beim Bennys Ah bei der Tankstelle Rechts Richtung Autowaschanlage Wieder rechts abgebogen Habe ich so bei Bennys lang gefahren Dann rechts Richtung Norden wieder Habe ich so bei Bennys lang gefahren Ja Also 1020 Hier auf der Straße in der Umgebung steht auch Maibach rum Da ist er Richtung Arbeitsamt hochgerast Ja aber auch Richtung Arbeitsamt genau richtig Und vor Dann wird er wieder Richtung ich denke mal Hills gefahren sein Jaa Linken 6 ist raus Die Karre ist jetzt schrott Schat Sollen wir die abholen? Oh weißt du was ich glaube ich glaube der braucht unbedingt Tank Der ist 100% bei Mechanikern 100% Also wenn der nicht da ist dann weiß ich auch nicht Der muss bei Mechanikern sein Der will irgendwo tanken gehen wo er seine Ruhe hat Oder? Ne Schatze Oh ne ey Ich geb noch nicht auf Und vielleicht Tankstelle oben Oder war der zwischenzeit nicht tankt Ich weiß es nicht Wir kommen vor der Black Series ist wieder hier bei mir Oh geil Black Series fährt wieder Richtung Ähm Waschanlager Einheit ist hinten dran Ich kann leider nicht weiter Kennzeichen 2 8 Z L Z 7 8 4 Ich glaube der war's er Kennzeichen montiert Schwarzes Kennzeichen Gelbe Schrift Na ja sehe ich Kontakt wieder verloren Wo ungefähr? Ungefähr Grove Street King 4 ist hinter uns lang gefahren Genau jetzt geradeaus Das gibt's doch nicht Das kann doch nicht wahr Steiner Oberletzter Sicht Ja ungefähr Ikea Das kann doch nicht wahr Steiner oder? Der ist ja wieder weg Der ist ja schon das vierte Mal weggekommen Und den kriegen wir halt immer wieder in den Fokus Das kann doch nicht sein Das ist der Kollege der da vor den rein gefahren ist Der fällt ein bisschen komisch gell der Kollege Der fällt ein bisschen brutal Das Gefühl Das Gefühl ich fahr schon brutal alter Der ist ja Victor 11 und Rookie1 bilden Victor 11, zu Ted 8 in der Stadt In der Stadt Whose sein ist der weg ist Es ist ja weg Nämlich dreimal haben wir den verloren Drei oder vier mal Das ist vierte Mal oder so Der immer wieder, der gepackt er aus Das ist der Sound. Hast du den Black Series noch gesehen? Nein. Einer am Hauptplatz gerade lang gefahren. Wahrscheinlich macht schwarz, so wie die Farbe aussah. In welche Richtung? Ja, könnte passen. Da ist bei uns beim Cent 55 Kollege Richtung Hauptplatz gebogen. Das war danke. Das ist krass. Gegen vor warst du unten drin. Bist du oben wieder rausgefahren? Ja, positiv. Warte und vor. Ich hab sie, Hauptplatz, Flieserbank. Ende sie ist. Nie auf. Positiv. Fahrt Richtung Mission Row. Jetzt wieder Richtung Hauptplatz. Jetzt Richtung Mission Row. Dann fährt wieder Richtung Hauptplatz. Ja, fährt wieder Richtung Hauptplatz. fährt jetzt am arbeitsamt vorbei richtung süden liegt am parkplatz ein arbeitsamt jetzt vorne wieder raus fand ich wahrscheinlich beim parkplatz arbeitsamt fährt ins rote parkhaus ist er vorne wieder rausgekommen hallo ist er vorne wieder rausgekommen ja positiv der ist vorne rausgekommen und in richtung mechanik abgefahren aber danach keine ahnung er ist hier diese unterführung reingefahren auf der anderen seite wieder rauskommen ist jetzt an der baustelle beim arkadius tower biegt dann wieder da beim arkadius tower eindreht fährt zurück in richtung hauptplatz biegt dann links rum abrichtung unterführung wehrtransport ist unterführung wehrtransport durch rechts rum pillbox tunnel eingebogen biegt danach rechts rum raus richtung hauptplatz wieder danach links komplett die brücke der unfall mit der high speed wir wollen fatterall von den gebächt auf den airbruch fährt auf dem parkplatz auf kommt hinterm biet schon wieder raus fährt richtung pd und dann hinter pd links ab hinter pd links positiv wo dann richtung g6 rüber und pd ab der pd er fährt richtung g6 anscheinend sorry high speed alles gut falsche location ja sich kontakt verloren ja mal wieder aber auch weil ich weiß nicht also irgendwie das ist der sound auf der spende edward fährt ihn kurz auserbung er ist eingebogen auf die brücke hinterm pd richtung g6 rüber hinterm pd gibt es eine brücke fährt wieder die brücke richtung hauptplatz fährt nur die brücke hinter da auf die brücke ist er hochgefahren auf die hier ich bin so hart verwirrt alter weiter richtung abschleppung ich weiß nicht was aber der funk ist heute gerade ganz schlimm mit den location durchgaben fährt gerade richtung tankstelle fahrstelle 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 jetzt gerade am pd gleich vorbei ne fährt beim innerstädtischen highway vorbei unten fährt jetzt unter die unterführung durch wieder zur tankstelle hauptplatz fährt jetzt wieder nicht entgegen kommen doch der fährt er ich sehe den nicht ist jetzt richtung industrie gebiet gehauen ist gefahren ich hab keinen sich kontakt mehr da so schnell Ne, der muss hinten noch irgendwo sein. Hauptplatz-Hankstelle Richtung Flughafen. Bestätigung, in Richtung Benis. Weiter Richtung Fahrschule. Links links noch Kostwasserfunk. Jetzt an der Fahrschule. Weiter Richtung Guesenius. Inzwischen hat er gewonnen. Der hat ja auf den Sack. Der richtig hat auf den Sack, oder? Es scheint gerade beim chinesischen Neckmann vorbeigefahren zu sein. Kein Sichtkontakt mehr. Wo war denn deine letzte Sicht? Kurz vor dem chinesischen Denkmal, wenn man von Richtung Hauptplatz kommt. Welche Fahrtrichtung? Richtung Autos. Der Wegthelire bunte Nachfrage, was für ein Fahrzeug wird verfolgt. F*** serious. Kennt ihr euch? Warbisch schwarz. So n Dreck, ey. Das war. Aber die Highspeed, ich weiß nicht, was die macht. Die kommt nicht hinterher. Also irgendwie kommt keiner der Black Sears hinterher. Ist die so schnell? Die war doch nie so schnell, Alter. Du kannst ja nicht hinterher. Grüß bitte Harry. Harry Potter grüße ich. Jawohl. Von Florian Adam. In Darkshider ultra spannende Verfolgung. Starke Leistung beider Parteien. Ja. Aber ich habe das Gefühl, der möchte verfolgt werden. Der ploppte die ganze Zeit wieder auf. An seiner Stelle hätte er schon längst Fahrzeug gewechselt. Aber der Tank geht bei dem auch nicht leer. Oder ich weiß nicht, tankt der irgendwie während dem Fahrrad? Was macht der Typ? Ich sehe nie, der die ganze Zeit fährt. Fährt, 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 fährt. Also no parking, ne? Eigentlich hier. Ist kein Parkplatz. Also wie das hier steht, das Ding. Und die Scheinwerfer sind kaputt. Das war es mit mir. Also in der Nacht muss ich das Ding reparieren lassen. Ich habe ein Auto aus. Wie wird's children da irgendwie? Ich habe die 3-10-8 und mit Frage, mit Name möglich. Inhert, FZ-Z-Z-Erfolg. Dann follow geschnitten. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist weg. Jetzt ist es, glaube ich, final weg. Ich glaube, das war das grande finale. Er ist ja zusammengefahren. Ich muss sagen, er ist gut gefahren. Er ist gut gefahren. Der hatte Schmackes drauf, zwar, ne? Aber er ist links so krass wo reingefahren. Das einzige, wo er sich mal verunfallt hat, ist, wenn wir halt entgegengekommen sind oder so und uns halt reingefahren ist. Aber das kannst du halt, es passiert halt, ne? Aber der ist sonst echt gut gefahren, muss ich sagen. Also, top. Top Leistung. Mechaniker. Hat abgeliefert. Ah, not for real. Steht er dort? Er wollte gerade tanken und ist jetzt vor mir. Ich habe ja Cardio so gemacht. Aber er tankt nicht, oder? Ne, ne, wollte er. Er ist gerade angefahren. So wie ich auch. Mein Tank ist fast leer. Ja, dann denke ich mal, dass wir ihn jetzt am besten kriegen können. Jemand ohne Sichtkontakt direkt? Ja, Arkadius unterhalb, Richtung Hauptplatz. Ne, Arkadius oberhalb. Ja, endlich geht der Tank leer. Haben wir ihn nochmal. War doch kein grande Finale. Links Richtung Nationalbahn, Arkadius oberhalb. Negativ ist der Rät, Fert, Arkadius runter Richtung, gebraucht von Händler. Links Richtung Hauptplatz, Flieger, aber kein Sichtkontakt mehr. Hauptplatz Fliegerbank, äh, an der Fliegerbank, dann rechts abgewogen für die Tankstelle. Äh, Hauptplatztankstelle weiter, ausfahren Richtung, äh, Fotostudio-Kurbe-Richtung. Äh, an, ja, fährt in Richtung Arena. Setzen rechts, jetzt wieder links, äh, Industriegebiet, beziehungsweise Fahrschule. Ja, aktuell ist, äh, jetzt rechts Richtung Fahrschule. Fiegt dann links rum ab, ist jetzt, äh, innerstädtischer Highway gleich aufgefahren Richtung Flughafen. Negativ ist aber nicht innerstädtischer. Ja, aber wir sind jetzt gleich am, äh, Bennys am Flughafen unten. Da ist weitergefahren Richtung Nutzfahrzeughändler. Sichtkontakt sehr dünn. Ist da Richtung, ja, viel Flughafen, Flughafen Richtung, äh, jetzt auch von Innerstädtchen drauf. Fährt rechts ab, Richtung Industriegebiet in Grove. Äh, 10-50. Geht's dir gut? Nicht so groß. Ja, so. Fick mal ein 10-20. Der arme Kollege, alter. Ja, kein Sichtkontakt mehr. Letzter Sichtkontakt, er war Richtung, äh, Grove Street unterwegs. Äh, 13-Darren, 10-20. Am besten, rundherum um Grove Street, jede Tankstelle mal, abfahren. Ja, so positiv. 14-Darren, meine Frage, was liegt an? Äh, seit ungefähr 30 Minuten Verfolgung einer Black Series. Ablexius gesichtet, Grove Street an der zweiten Tankstelle vorbei. Wieder Richtung, äh, Hauptplatz. Negativ, wieder Richtung Grove Street runter. Fährt jetzt in eine Gasse. Ich geh mal 10-20 durch. Fährt bei der Gasse Richtung Hauptplatz. Uiuiuiui. Hallo. Was hört's her? Geht's weiter? Der steht, der steht gerade vor mir. Ja, hast du das auch nicht gesehen, dass da die Treppe ist, oder? Nein, ich hab, ich hab die Treppe nicht gesehen, nein, deswegen frage ich gerade, ob's weitergeht. Ja, gut, dann geht's weiter. Machen wir weiter? Ja, geht's weiter. Es ist an, leck mich am Arsch! Du Stück Scheiße! Es ist Antel! So, jetzt wieder aufgenommen. 10-20. So, jetzt gleich, äh, beim Korelenshop vorbei. Beim Newsgebäude, Weasel News immer gerade. Richtung. Ah. 10-50. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Und dann dieser scheiß Dreck. Noch eine Warte rein, halt da hinter. Leck mich am Arsch, Alter, wirklich. Leck mich fett am Arsch und dann fahr ich in einen dreckigen, 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 dreckigen Wasserspender, äh, äh, Wasserdings rein, Alter. Ich, Hydranten, leck mich am Arsch, Alter. Wirklich, lecko mio. Können ausrasten, Alter. Das ist so eine Scheiße ist das hier. Morgen, noch ein zweiter Highspeed besetzen oder irgendwie was. Das ist Antel, Alter. Es ist Antel. Und direkt, wenn ich weiß, dass das Antel ist, fahr ich einen Scheiß zusammen. Das kann doch nicht sein, Bruder. Ja, aktuell, keine Ahnung, wo er ist. Richtung Supreme Court war die letzte Ansage. Der muss auf jeden Fall jetzt zunächst tanken. Fahrt mal Mechaniker-Tankstelle ab und sonst alle Umliegenden. Kotzen, Alter. Ich könnte auch kotzen, gerade. Ich könnte auch kotzen, Alter. Jetzt erst mal Krankenhaus RP für 50.000. Also, es gibt keine Leute beim Krankenhaus. Passt schon. 1050, Alter. Wie geht's dir? Ich hab schon Feuerwehr gerufen. Geht, mich hat es überschlagen beim Hydranten. Hallo? XR19 für X36. Guten Tag, mich hat es überschlagen am Hydranten. 10-4, perfekt. Ja, alles klar, wir kommen. Danke. Ja, positiv. Bist du schon da? Bei ihm? Ja, es kommt jemand. FD ist auch schon auf dem Weg. Und sperre ich schon mal ein bisschen ab. Das ist doch ein Stück Scheiß, ey. Der Fluch des Andels. Alter, ich denke, wer fährt denn da so gut? Natürlich ist das Andel. Wer sonst? Es ist Andel, wer sonst? Es ist Atme, ich glaube... Wie lange verfolgt ihr den jetzt schon? Halbe, drei, vier, sechs Stunden. Ich glaube, Andel ist, äh, Andel ist als Autosverkäufer heute in der AP. Du hast auch, nee, ich hab King-15 umgetroffen. Okay, das, das let me fix, das wäre sonst asozial. Warf ich wirklich? Hä? King-15? Wirklich? Oh, oppala. Pff, Entschuldigung, der 50. Ich bin schon so lost, ich tue schon die falschen Leute umstellen. Äh, Kick-Fall, ich bin hier oben. Es gibt doch die... Kick-50, ich hab, Kick-50, ich hab'n Verkehrsunfall. So, jetzt haben wir's aber. Kein, ob ich das grad wieder geschafft hab, Alter. Ich weiß aber warum. Ich glaub, meine davorige Zahl war ja, ähm, 15 hinten dran, ne? Die 40 irgendwas. Äh, unten bleibt stecken. Ich kick. Boah, ich muss so dringend pissen, Alter. Ich muss so hart dringend pissen gehen. Ey, Leute, lass mal dafür einen fetten Herzring im Chat und lass ein Like da, Leute. Ballert den Like-Button aufs allerletzte durch. Ich hab gerade mein, ein, ein Mauspad runtergeschmissen. Voll lauter. Matt. Lasst einen Herzring da, Leute. Da wird sich anders später nach hast du wieder richtig ein Ablachen nach der Aktion. Aber das mit der Treppe war schon, also, Annel, das mit der Treppe war grenzwertig. Ich bin ihm ja hinterhergefahren. Das war schon hart grenzwertig, an der Grenze. Weil, ähm, es war nicht langsam. Mich hat sie auch drüber geschebert, also, da wär aus gewesen eigentlich. Aber eben gesagt, komm, mach mal weiter passiert. Erwartet, hab ich mit Absicht gemacht. Aber, Alter, mein, ich hab mein Mauspad runtergeschmissen. Äh, warte. Äh, komm her zum Papa. Komm her, unser Mauspad. Ach, jetzt muss ich AP machen. Ach, Mauspad, warte. Hallo. Aua. Aua. Ey, was passiert? Äh, Hydrant gefahren. Äh. Schon wieder unsere, unsere mobilen Hydranten, die vor's Auto springen? Ja, so in etwa. Drecksäure. Aber passen Sie auf, dass Sie Bianco nicht wehtun. Kennzeichen ECR8. Mein Auto. Oh Gott. Ich glaub, das hat sich schon, ähm, gut selber wehgetan. Mit der hässlichsten Musik des Tages. Kriegen wir die Scheibe noch runter? Ach, ich schau dann zum Glück nicht. Probier mir runterzufahren. Ja, wenn nicht, dann muss ich sein. Äh, äh, EASTERWAY. Sie müssen mal wehtun. Ja, ging auf. Ach, wunderbar. Wir fahren jetzt EASTERWAY, Fahrt Richtung Sandy Shaws. Vorerst. Jetzt. Äh, ich hab hier schon mal ne, ne Halskrause für Sie in stiff neck. Äh, halten Sie den Kopf mal still. Äh, und die Kollegen sind auch schon da. Äh, wo tut's dann am meisten weh? Um nacken. Nacken. Wie ist denn der Name? Äh, Rumpa. Ach, alles klar. Jetzt fahren wir's. Ich glaub, er wär's, welcher Rumpa, ich bin nicht seitdem. Aber der, der PD, der PD, der Police Officer Rumpa, ja. Warum's Rumpa? Brauch ich doch. Ja, natürlich, warum? Okay, naja, es gibt ja noch einen anderen Herrn Rumpa. Das hab ich auch schon gehört, den hab ich auch nie getroffen. Okay. Ist ja auch blond, Sie sind ja nicht blond. Nee, nee. Wie war der Vorname, Herr Rumpa? Sven. Sven Rumpa. Ja. Gut. Ähm, der ist auch immer noch offen. Ja. Einmal, der Herr Sven Rumpa verunfallt, äh, Hydrant. Dieser dreckige Hydrant, ähm, ich kenn's so kurz. Liegt um. Peter? Peter? Bitte sei vorsichtig mit dem Auto namens Bianco, äh, sehr viel Wert anscheinend. Okay. Wir haben sich erst mal gegen Weckrollen gesichert. Okay. Vielleicht kriegst du ja die Tür mit der Brechstange auf, bevor wir sie abschneiden müssen. Okay, dann sag ich jetzt nicht, was mein Plan war. Okay. Ich dachte nämlich, ich wollte das ab. Aber, aber, nee. Mach nur eine Zeitung, ich mach. Alles gut. Je nachdem, sind sie mit den Beinen eingeklemmt herum, oder? Ich, ich bin, ich bin komplett eingeklemmt, keine Ahnung, ich hab das Lenkrad, das hat sich nach hinten geschoben und jetzt komm ich da nicht raus. Aber mein Nacken tut halt am meisten leer. Ja, Rumpo wollten sie ein Cabrio schon mal haben. Und Cabrio, nee. Heute kriegen sie eins. Oh, nee. Nicht beim Bianco. Peter, einmal Dach ab, einmal Tür ab. Ja. Und, vielleicht muss man sogar Lenksäule lösen, muss man gucken. Ja. Ich hab mal kurz Zeit, um die Scheiben rauszusprengen. Ja. Ich guck mal kurz in den Dispatcher und guck, was da reinkommt. Das ist richtig leid, was? Die muss ich dann ausbauen, bevor er kommt. Muss ich den ausbauen. Machst du schon, Jack? Nicole im Krankenhaus Rhythmus und die große Chastin dann gechastet. Sehr lieb. Tag, Los Angeles Fire Department feiert sie wahlen. Wie kann man helfen? Ich habe starke Nackenschmerzen. Ich habe starke Nackenschmerzen. starke Nackenschmerzen. Ja, mein Nacken tut übelst lauer. Ach. Kerl, das ist klar. Ich guck noch mal die Scheiben ab. Ach. Ach, geil, ausgefunden. Haben sie sonst noch irgendwo Schmerzen? Ja, Bauch. Weil ich das Lenk gerade in den Bauch bekommen habe, weil sie das nach hinten geschoben hat. Bauch und Nacken. Ich glaube, mein Rhythmus und mein Burger kommen wieder hoch. Ich habe vorhin drei Chicken Burger gegessen und drei Rhythmus. Oh Gott. Soll ich eine Brechtüte reingeben? Ja, ich gebe sie. Wenn nicht, gib es ihnen nur gleich mal einen Wombex. So, ich werde ihnen einmal eine Brechtüte hier schon mal hinlegen. Wenn sie brechen müssen, können sie da dann direkt nachgreifen. Ansonsten gib es ihnen mal 10 oder 15 Milliliter Wombex. Ja, ich werde ihnen gleich drücken, dass wir einen Zugang nehmen. So, die restlichen Scheiben sind dann abgeklippt. Marc, ich bin hier noch Decke im Kopf. Das ist das Krankenhaus, Rp. So, ich würde dann einmal beim linken Arm die Erbebeklemmt halten. Ich würde schon mal einen Kai reinhauen, dass wir ein bisschen anheißen können mit dem Spreizer. Dann können wir ihnen gleich Schmerzmittel geben und auch etwas in die Möglichkeit geben. Das wird dann jetzt einmal kurz pieksen. Deckkopfhörder stehen da. Ja. Ein Pyramedic hat er da drauf. Cool. So. Ich wollte sich den zweiten und schreiten wir gleich alle beide. Jo, ich mache nur gleich noch die Scheiben weggenommen und da sind wir die Decke weg. So. Willst du erstmal nur Tür raus oder willst du AB-Säule durch und rüberklappen? In der Tür auf jeden Fall auch raus. Erstmal Tür raus und dann können wir gucken wegen der Lenksäule, was wir damals müssen, weil er sagt das Lenkrad ist ihm hingekommen. Marc, gib mir kurz eine große Rettungsöffnung oder eine normale? Groß. Groß. Er sagt er selber, dass er überall klemmt. Können Sie noch normal atmen oder auch die Atmung? Bei der großen machen wir die A und die B-Säule hinten durch. Dann schneiden wir vorne das Dach ein und dann klappen wir das nach rechts rüber. Ja, aber Tür müssen wir trotzdem rausnehmen. Das ist die Voraussetzung. Ich habe auch von mir eine etwas höhere Dosis an Dolantin. Ich würde jetzt auch gerne mal auf die Beine gucken. Schwäche Version von Morphin. und sollte gegen die Schmerzen auf jeden Fall helfen. Nicht, dass er irgendwo eine starke Blutung hat. Sie kriegen von mir einmal eine Dosis von drei Milliliter. Falls das nicht reichen sollte, kann man auch mit dem Schmerz noch ein bisschen nachdosieren. Genau, dann kriegen sie es jetzt erst mal. Ganz halt. So, ähm. Die Vise, bist du der beste Studio? Noch weiter zu Dankeschön, die Vise, Sascha Meurer. Danke für 1,40 vorhin. Kurz der Weihnachtsman guten Abend, ich wünsche dir, aber der Familie einen schönen an der Höhe der Vorweihnachtszeit. Komm mit einem rei gefüllten Sack vorbei. Ehrtritte sollte in so 30 bis 60 Sekunden wirken. Ey, das Mann. Marc, Decke bitte, dann kann ich schon mal die Scheiben einschlagen. Jupp. Warte, ich gebe ihm kurz noch was gegen die Übelkeit und dann gebe ich ihm die Decke. Also, Folie, warte, ich kann noch Folie schneiden. Ist schon, ist schon. Ich warte nur noch zum Körnern. Das würde ich erst machen, wenn der Körs ist. Das ist die Sounder, ich bin die. Jetzt auch noch mal zwei Milliliter Paspertin, das hilft einmal gegen die Übelkeit. Ach ja, wir haben ja Paspertin, nicht mehr Womax. Womax ist die Tablettenform. Ja. Das ist die Sounder, ich bin die. Genau. So. Kette Weihnachten. Lama's Mörfer, ich sehe es, ich sage es so gern. Und dann werde ich sie jetzt einmal darauf vorbereiten, dass sie die Scheiben einschlagen können. Das heißt, sie kriegen jetzt eine Decke drüber, dass sie keine mit Glassplitte abbekommen können. Dann geht die mit B-Säule. Sie haben völlig recht. Er hat auch mit B-Säule. Ich lag falsch. Was? Womit heißt das, nicht Womix. Ach so. Aber Womit heißt doch, heißt doch übergeben. Womit ist das Übergebene. Ja. Oder das Ergebnis, was daraus folgt. Kriegen sie jetzt einmal die Decke drüber. Ich werde die auch einmal ein bisschen über den Kopf ziehen, dass sie auf jeden Fall keine Glassplitte in den Gesichtbereich bekommen. So. Nicht zu verwechseln mit Wombat. Das war, glaube ich, ein australisches Tier. Ja, ist so. Was ist die Ziesorlinden? Dann kannst du einmal weiter wagen, Captain. Ja. Nicht erschrecken, wir gleich einmal dreimal kurz knallen. Wir sprengen gleich einmal damit die Fensterscheiben, dass wir keine Spannung beim Schneiden ent... Warte, hau drauf, ich nehme das Fenster dann raus. Ja. Ja. Hab ich. Ist schon passiert. Ja, das kleine hier hinten. Warte. Das hängt ein bisschen da noch. So, jetzt. Ich hab's. Und hinten links haben wir noch das kleine. Schon mal hier. Ganz vergessen mitzuspielen. Ja. Ja. Oh, bisschen ruppen. Ach, Mensch. Schon sind alle Fenster weg. Gut, ähm, Marc, Kopfhörer hat auch schon. Ne, kriegt er denn jetzt? Ander, ich hab das ganze Petit sowas von Ops genommen. Aber ich muss sagen, die Leute in der Petit sind einen Scheiß zusammengefahren. Ander, ich schwöre den. Also. So, Herr Rupert, dann kriegen sie jetzt noch einmal Kopfhörer auf. Ich hab, die Highspeed ist nie hinten dran geblieben. Ich weiß nicht, was der gemacht hat. Ich hab keine Ahnung. Die Highspeed ist die hinten dran. Ich weiß nicht, was die die ganze Zeit gemacht hat. Es war immer der Taurus oder ich dahinter. Ich check erstmal beide Tönen raus und dann vorne. Oder der Explorer war auch noch dahinter. Aber nie die Highspeed. Die Highspeed will man nachfragen. Die Highspeed hat am Anfang gut mitgehalten. Dann gehst ich vorne rein, du gehst hinten an der Tür rein. Dann machen wir uns den gleichen Teil, dass die Tür rauskommt. Dann schneiden wir die A-Säule durch. Das kleine Stückchen beim Fenster da. Und dann hinten die B-Säule. Dann schneidest du hinten das Dach ein Stück ein. Ich vorne das Dach ein Stück ein. Und dann klappen wir das nach links rüber. Richtung Beifahrersitz. Dann haben wir eine große Rettungsöffnung. Ich mache erst vorne den Schnittenspeller. Warte. Weil sich die Highspeeds überschlagen haben. Was haben... Alter, wirklich? Dein Ernst jetzt. Gut, ich habe da jetzt echt Pech gehabt mit dem Scheiß. Das ist halt auch kacke. Aber beide Highspeeds haben sich überschlagen. Ach nee, Bruder. Es haben sich einfach beide Highspeeds. Ich denke mir die ganze Zeit die Highspeeds sind. Die können ja nicht hinterher. Das Auto ist zu langsam. Oh nee. Marc, machst du mal bitte? No. So. Ich hoffe, das sind keine... Ach, mach mich fertig. Keine Notarmen. Mario R. Danke, mir vor deiner Runde vorhin. Ja, das sieht so aus. Das Rathmaphore ist. Echt jetzt... Mach mal gleich, ich will mal erst mal das für fertig. Ich mach da A-Säule. Du gleich B-Säule. Kann... Familie Gefeuer, Strasslach, Dingart. A-Säule vorn, B-Säule hinten. Genau, komm mal bitte her, halt das Dach zwischen mich und Peter. Hältst du das Dach, dass es ihnen nicht auf den Kopf fällt? Ich dachte, dass man sich vielleicht die, wenn man nur zwei Säulen hat, A und B. Ach nee, wobei A, B, C, D gibt's. A, B, C, D müsste es geben. A vorne, B Mitte, C-Säule hinten, aber was ist, wenn du halt noch mehr hast, dann hast du auch nur eine D-Säule hinten. Aber ich hab's gar nicht gesehen, dass da die Säule noch in der Mitte war, weil da drei hinten ist eine Scheibe da vorne. Hat nicht so ausgesehen. So eine A, B gehabt. Ich dachte, das wäre einmal durchgegangen. Aber die man's ja, das ist... Wir gehen mal mit rüber, wir müssen jetzt das Dach gleich rüber drücken fahren. Also ja, wie C hat das Auto. Wir tun da einschneiden. Das muss nach links. Wir klappen um. Wir klappen nach links um. Haben du das so geschwitzt, dass jemand anderes einen Klassenbucheintrag für die Treppe bekommen hätte, gell? Weil wegen dir bin ich da volle Kanne drüber geschossen, weil ich mir gedacht hab, du fährst geradeaus weiter. Ich seh nur noch über die Treppe schießen. Jeder andere hätte in dem Moment Abbruch, Abbruch. Na, das gibt jetzt einen Eintrag. Jeder andere. Na, das gibt einen Eintrag. Bei der Verfolgungsjagd. Na, na. Aber wir haben's auf geeinigt, das geht weiter. So, dann alle mal. Aber ich hätte auch gesagt, mach weiter, auch wenn's nicht andere gewesen wär. Weil ich hab, ich bin ja gestanden und hab gefragt, was machen wir jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Hallo? So auf die Art und Weise. Auf drei, eins, zwei und rüber. Hier. Ja. Ein bisschen. Oh. Jo. Perfekt. Ja. Klausi, du hast große Öffnung. Du kannst. Ja. Klaus zwei. Mark, Öffnung ist da. Großes Dach ist auf die Seite gekübt. Sag ich doch. Die Lightbar gerade ausgebaut, dass diese abschleppen können. Die sehen halt aus wie Zwillingsbrüder. Es tut mir leid. Klaus hat einen dunkleren Taint. Taint. Sie meinen Taint. 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 Das Ballert das Zeug. Ich bin auch fast eingeschlafen gerade. Alles gut. Alles gut. Also sind die Schmerzen auf jeden Fall schon mal viel, viel angenehmer und aushaltbar. Ja, ja. Okami, guck mal, ob du jetzt bei der Öffnung vielleicht noch eben schnell an den Motoröffner rankommst, an der Motorhaube, am Motorraum. Ja. Jetzt ballert das Zeug noch mehr. Jetzt ballert das Zeug so richtig. Dann zeugst du an und ich unterstütze dich. Aber kann auch sein, dass sie gut von alles wieder weg sind. Da ist definitiv viel Resistenz hinter. Verwarnung. Aber ansonsten gucken wir gleich mal. So, der Herr, ich würde ihn dann einmal das Spineboard hinter den Rücken klemmen und dann würden wir sie gleich vorsichtig über das Spineboard aus dem Wagen holen. Sie wollen mal ein Bein hinter das Rücken klemmen, was? Spineboard. Was ist ein Beinboard? Das ist das orange Brett, das wir in der Hand halten. Genau. Bein oder Spine? Spine. Ich habe verstanden, Beinboard. Nein, Spineboard. Okay, jetzt macht es Sinn. Genau. Das ist wie mit dem Taint und dem Ton. Terror. Ich will von oben wissen, Mark. Das ist mein Terror. Das zeigt wirklich. Ja, das ist gut. Ja. Ist die Übelkeit auch schon besser geworden? Nö. Ja. Nö. Okay, perfekt. Nö. Ich ist jetzt genauso egal wie die Schmerzen. Das Spineboard ist jetzt die Position. Anzünden soll man jetzt irgendwie... Ja, auf einmal geht den Flammen auf. Das ist ja so random. Stell dir mal vor, du sitzt da drin, die Feuerwehr drüber, du gehst einfach in Flammen auf. Man kann ja... Spineboard gleich draufziehen. Guck mal hier. Anzünden. Wie ein Angriff. Wenn ich mich anzünde. Es gibt ja Leute, die sich mal selbst entflammt. So was passiert manchmal, wenn du aufgeladen bist, ganz selten, dass sich Leute selber entzünden. Das ist ein Phänomen. Einfach nach einem Unfall, weißt du, du bist auf einmal wir können soweit schon mal anfangen. Ich fahre auch immer durch Unfallstellen durch. Da fahre ich den Flammen auf, einfach so rein. Langsam hochziehen. Ich helfe dir mal. Ich helfe dir mal. Ich helfe dir mal. Jo. Ich habe mal eine Hilfenhand. Ziehen sie mich rüber. Ich glaube, ich hänge nur mit dem Gurt fest. Echt? Ich glaube, sie müssen mich abschnallen. Da hängt noch dran. Das habe ich schon. Danke. Das kriegen wir hin. Ach, danke. So. Ach, weg. Okay. So. So, von mir aus, von meiner Seite, sieht es gut aus. Beine sind auch soweit gut mitgekommen. Dann können wir ihn jetzt gleich bei drei hier aus dem Wagen holen. Hat er wenigstens noch weiter verfolgen können? Hat er das Lenkrad schon raus gemacht? Ich glaube, Klausi hat den Sitzenfall dahinter und dann haben wir noch Platz gehabt. Ja, zur Not können wir noch das Lenkrad raus schnell, ne? Dann rennst du bloß oben die Lenksäule durch. Markus, wie sieht es aus? Ja, aber es sieht soweit okay aus vom Platz her. Es sieht soweit okay aus. Beine kommen gut vorbei. Das ist alles kein Problem. Gut. Dann zähle ich an. Eins, zwei und drei. Wir haben ihn sicher auf ins Beinboard. Ja. Also vorsichtig langsam rüber. Ist noch ein bisschen was drauf auf der Trage bei mir? Ja. So. So. Und vorsichtig absetzen. Oh, komm, ich will das machen auf. So. Ja. Ich bin mal mit, oder? Ja. Jetzt müssen wir es noch machen. Ich helfe da noch ein bisschen. Oh, ja. Oh, mein Nacken. Ja. Ja, alles wird wieder gut. Gucken wir uns im Krankenhaus gleich einmal an, was zum Nacken genau passiert ist, ob da irgendwelche schlimmere Schäden sind. Sie haben aber noch normalen Gespür in Armen und Beinen oder höfeln Sie irgendwo ein kribbelndes Gefühl. Jo. Jo. Kribbeln. Kribbeln. Ja. Ist aber auch ein dickes Ding da drin, ey. Mein Bauch tut halt weh, wenn Sie erst das Kribbeln sehen. Nee. Ich meine eher, können Sie noch Ihre Zehen bewegen? Ich spüre die noch. Können Sie noch Ihre Finger bewegen? Ich spüre es noch, ja. Spüren können Sie noch, bewegen können Sie die Sachen auch noch? Ja. Perfekt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und wenn es dann von den Schmerzen ja angenehm ist und auch von der Übelkeit her okay ist, dann würden wir einmal ins Krankenhaus fahren. Alles klar, machen wir das. Gott. Dann machen wir das einmal. Ah, ganz schön. Gut Sven, Mechaniker habe ich bestellt, dann wünsche ich dir gute Besserung. Der Polizist hat den Mechaniker informiert. Perfekt. Dann geht es einmal hoch. So. Da für Sie zur Info. Gleich im Krankenwagen nichts essen, nicht trinken, nicht telefonieren, nicht funken und auch keine Position Buttons annehmen, ablehnen und auch keine Panic Buttons ablehnen. Einfach am besten nichts tun, atmen und vielleicht reden. Sind Sie in Ihren Augen im Krankenwagen drin? Ja. Sind Sie. Perfekt. Die beste Frage, sind Sie in Ihren Augen im Krankenwagen drin? 1 zu 7 forever, bist einfach super und mach weiter so wie du bist. Dankeschön. 1 zu 7 forever. Normalerweise sollten die noch Rettungsschere dabei haben. Haben sie doch gerade gehabt, ne? Bin bei der Feuerwehr. Die hat noch diese Schere dabei. Die haben nur nicht so einen Spreizer, haben sie nicht so einen richtigen. Oder war es der Spreizer? Wie sah das aus wie eine Rettungsschere? Zum Abschneiden. Das sah es für mich aus. Das Weihnachten wieder Winterdienst mit Rumpen. Oh ja, müssen wir machen. Wie wäre es? Kurz vor Weihnachten, Rumpes Winterdienst, dass wir die wieder aufmachen? Mit komplett 1 zu 7 machen wir einen ganzen kompletten Winterdienst-Stream. Stone Man, guten Abend. Guten Abend, Stone Man. Und Kevin King, krank raus. Okay, so muss das. Noch eine Frage, was ist mit Chundles Blumen? Die habe ich noch nicht gekauft. Die muss ich noch kaufen. Das ist recht. Ich muss mal einen fetten Blumenstrauß schenken. Die sind richtig schön. Habe ich ja gesagt, das muss, irgendwann muss ich das machen. Guck's mal her. So, ähm, das muss ich nicht kurz das Gute. Okay. Passt. Ähm. Die Uhr ist doch mal mit 5 Euren fies, bestes RP. Dankeschön. Freut mich. Freut mich sehr. Dankeschön. Vor allem die Feuerwehr, das war ein Spreizer, ja. Äh, wie gesagt, 1 zu 1 übernehmen ist halt immer sehr schwer. Aber, wir schauen schon, dass das, also auf 3-0 wollen wir das ja noch viel, viel mehr ausbauen für die Feuerwehr. Vor allem aber für die Rettung. Der Rettungsdienst wird sehr viel mehr kriegen als davor. Das wäre so geil komplett. Mal gleich von Ihnen einmal ein MRC mitmachen. Dann gucken wir uns einmal an, ob im Nackenbereich beziehungsweise im Magenbereich irgendeine größere Verletzung ist. Ich bin jetzt schon müde, Alter. Was ist da los bei mir? Ich bin so dringend Pissen, Leute. Die ganze Zeit. Ich versuch's. Stimmt es, dass Officer Fox wieder auf RP ist, aber kommt, vielleicht ist er sogar online. Mal gucken. Oh, scheiße, so viel dazu. Okay. Dann würde ich Ihnen einmal hier rüber helfen. Und dann würde ich Ihnen auch einmal aus den Klamotten raushelfen, da aber am MRC nichts Metallisches am Körper sein darf. Ja, das ist mit Magnetismus arbeitet. Perfekt. Sache leg ich einmal hier drauf. Mal schauen. Dann kriegen Sie einmal Kopfhörer gegen den Nern. Da ist MRC. Was haben Sie denn mit Ihrem Taser? Nee, leider nicht. Ah, ist das schön. Ist das schön. Ich war lange nicht beim Krankenhaus RP machen, vor allem das Kopf nicht. Oh, mit Karl-Heinz Hinterdienst. So ein kleines Schneemobil. Das wäre doch was Geiles. Kennt ihr diese kleinen Autos, diese Tretautos? Hatte ich, glaube ich, damals auch sowas. Und da gibt es auch so Tretautos, wo du vorne dann sowas, so Sachen dran, so Trettraktoren sind das, ne? Sowas hatte ich. Dann konntest du auch einen Anhänger und so dran ballern, wenn du dann vorne so ein Ding dran machst. Das wäre so lustig, mit Karl-Heinz sowas fahren. Würde ich voll fühlen. Damit dann den Schnee wegschippen. Würde ich richtig hart fühlen. Der kriegt auch beim RP-Gucken Gänsehaut. Wie? Ja, ich nicht. Beim Spielen aber manchmal. Das ist heftig, wenn du einen krassen Moment hast. Am krassesten finde ich es immer noch, wenn du von der Polizei flüchtest. Das ist so geil einfach. Und vor allem der beste Moment war, wo wir diesen einen Bankraub gemacht haben. Wo wir das so ein bisschen kopiert haben aus Fast and Furious mit diesen Autos, die dann aus der Garage rausgefahren kommen. Das war schon so ein Gänsehaut-Moment, wenn die da drinstehen und Polizei verfolgt dich und dann kommt auf einmal so 20 Autos raus. Das ist schon cool. Da kommt ungefähr Schnee auf Erlo. So Weihnachtszeit halt. So vor Weihnachten. Ein paar Tage vor Weihnachten, wenn wir das einführen. Ich muss so dringend pissen, Alter. Ich muss aber das RP fertig machen. Ich muss so dringend auf Klo, Leute. Cat Car, ja. Ich weiß nicht, wie man bei uns gesagt hat. In Österreich sagt man nicht Cat Car. Das ist irgendwie anders. In Österreich, was hier haben wir, also nicht diese Autos, nicht dieses Cat Car, so was du meinst, sondern da gab es wirklich so einen Traktor aus. Eher aus dem Plastik war das Ding. Also schon Metallrahmen, aber Plastik mäßig wie so ein Traktor. Cat Car Traktor. Ja, so was gibt es tatsächlich. Aber meins hat wirklich nach dem Traktor aus. Ah, hier gibt es eins aus Plastik. Cat Car und diese armen Topfhörer wieder ab. Hab gerade eins gefunden. Ah. Und dann helfe ich ihnen einmal hier wieder auf die Trage. Tretauto hat man gesagt. Bei uns. Tretauto einfach. Ich will das sagen. Irgendwann Traktor. Tretauto doch. Bei uns ist das Tretauto. Äh, Tretauto. Boah, ich weiß gar nicht mehr, was ich davon hatte. Ich weiß nur noch, ich hatte so einen ur, 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 uralten Traktor. Hat halt damit so viel Fun immer. Genau, da kannst du vorne so eine Schippe dran machen. Boah, das ist so lang her, dass ich sowas hatte. Das ist das Kindheit. Ich hab's mittlerweile schon ganz vergessen, dass ich sowas hatte. Ich hab das wirklich, hab ich schon voll vergessen gehabt, dass ich das hatte. Oh, ich glaub, ich hab so, ja, sowas. 15 Euro kannst du sowas kaufen. Das war halt echt ganz, ganz klein. Da war ich echt ein kleiner, kleiner Dulli. War ich vielleicht vier oder drei, als ich das hatte. Ach, das waren Zeiten. Damit haben wir's durch den Garten gefahren. Das waren Zeiten. Look, zermett, ich geh dann mal schlafen, bin von Anfang an da. Kuss. Hab ich den Arme aufs Brett drauf. Und dann gucken wir uns einmal die Bilder an. Sagt ja, auf 3.0 mach ich einen Script, dass man sich hinlegen kann. Das geht mir so auf dem Poppes mit dem immer Pass out, pass out, pass out. Das ist der Sound auf der Spinde. Die Schmerzen sind weiterhin aushaltbar. Ist nicht irgendwie schlimmer geworden oder so? Ja, ich bin ja zugedröhnt mit Stuff. Ja, gut. Ist halt schon, Zulantin ist halt auch schon Opiat. Und die sind halt nicht das angenehmste für den Körper, nenn ich es so. Sie helfen halt gegen Schmerzen, aber dauerhaft sollte man die Sachen halt bekämen. Ja. Also Luxiamet, dann wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Vielen Dank. Okay, ich werde dann einmal nochmal den Hals da mal ein bisschen abtasten. Vorsichtig. Es ist doch mal 20 Schweizer Franken aus und mit dir los, Bruder. Vielen Dank. Ich kann den Namen unbedingt aussprechen. Lukizamatt oder Lukizamett. Ist es möglich, dass sie sich einmal aufrichten können? Ja, ja, ja. So ein bisschen. Ich kann mich auch hinsetzen. Ja, das wäre gerade ganz gut, wenn sie sich kurz da hinsetzen. Kann ich auch nochmal mehr in die Wirbelsäule und den Rückenbereich nochmal genauer an. Das sieht da auch nochmal ein bisschen was ab. Dabei gibt es sogar richtige Schneefriesen Aufsätze für Drehtraktoren. Alter, krass. Also wäre ich jetzt ein Kind hätte ich damit mehr erfahren als mit jedem iPad, glaube ich. Ja, ich verstehe so Kinder nicht, die nur im iPad hängen. Es gibt heutzutage schon so geile Sachen, so E-Scooter für günstige Preise. Damals haben E-Scooter so viel gekostet. Mein Verdacht liegt auf ein leichtes Schleudertrauma. Die Nerven sind soweit nicht angegriffen worden. Okay. Das heißt aber trotzdem, dass der Nacken sehr stark verspannt ist. Da würde ich gleich eine wärmende Salbe drauf machen, die gegen die Verspannung entgegenwirkt. Und ich würde auch empfehlen, dass wenn sie irgendwie aus der Dienst sind oder so, auch immer mal wieder warme Lappen oder so auf den Nacken legen, das gilt auch gegen die Verspannung. Gegen die Schmerzen würde ich ihnen auch Medikamente mitnehmen. Alles klar. Ibuprofen Tabletten mit denen und auch im Magenbereich ist alles in Ordnung. Da wird wahrscheinlich die Schmerzen einfach nur wegen dem Hofbrei gewesen sein. Da sind aber keine Verletzungen. Genau, dann würde ich jetzt einmal die wärmende Salbe holen. Ja. Und dann werde ich die auftragen. Dankeschön. Kein Problem. Aber Lokizamad werde ich merken. Aber die Aussprache ist die Frage. Ich habe das noch nie gehört. Lokizamad ist das richtig? Was hast du für eine Software Sammlung? Ja, ich habe halt ein paar Software Waffen über die Jahre geholt damals. Ich habe aber nie Software gespielt. Oder Airsoft. sagt ja Airsoft. Keine Ahnung, warum kann man beides sagen. Ich habe nie gespielt in so einem Verein oder so. Wir haben einfach als Kinder damals im Garten uns immer gegenseitig abgeschossen mit so 0,5 Joule Waffen. Ich habe halt jetzt so Gaswaffen so auf. Aber schaut die Roomtour die letzte. Da zeige ich die Sachen, die ich in der Vitrine stehen habe. Einfach die letzte Roomtour angucken. Da sieht man auch meine Airsoft Waffen paar. Jetzt nicht alle, aber die ich habe in der Vitrine, die ich schön finde. Zum Letzten Mal man sieht sich. Jawohl, man sieht sich. Luki Zermatt ist auf Schweizer Ditsch Luki Zermatt Zermatt bräuchte eine Apotheke auf 3 0 Du weißt doch gar nicht was alles für 3 0 geplant ist das nicht nur in der Apotheke geplant glaube ich Da kommt also einiges Nötig Da war stärker Verletzungen ausschließen können Bin jetzt schon recht lange dabei aber trotzdem nie kapiert wer Kurt ist Bitte was Hä weißt das gerade ernst rosa panda was ist gerade quitt was heißt quitt 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 ich sag mal der quitt ist der quitt ist ein bordell geplant nein so das wärs dann danke kein Problem ich darf schön werbend ja soll es auch wie schon gesagt das hilft gegen die Verspannung wenn sie privatzeit haben können sie das auch selber machen mit warmen lappen ich würde ihnen dann jetzt einmal den zugang auch wieder raus nehmen warme lappen viele da draußen ja gut aber ich glaube die helfen nicht über schnackten schmerzen ich glaube die sorgen eher dafür ja haben sie recht ich überschläge auf drei punkte gefixt die zeit geht so schnell vorbei VIP mittel seit sieben monaten VIP sind einfach VIP und das logo so ehre du kid zermatt alter nochmal mit 20 falls der frankies brut aber schnell los sind das schwitz dann gebe ich den arm in die klamotten ach dankeschön ich bin so dringend auf toilette haben sie irgendeine toilette ja wenn sie in den eingangsbereich gehen die rechte tür dann verwenden und dann kommen sie in gang wo links die toilette ja aber ich würde ungehend ins bett machen nee das wäre auch nicht so genau dann können sie sich die sachen einmal anziehen ach kriegen sie von mir nochmal ein paar schmerzlevel mit das sind einmal ibuprofen 800 die können sie dann nehmen sobald die schmerzen wieder schlimmer werden aber jetzt gerade haben sie ja noch das opiat das sollte noch was halten hydranten auf drei punkten entfernen zweieinhalb von den tabletten pro tag und falls das nicht innerhalb von drei tagen wieder besser wird noch nicht was sollt denn alles klar vielen dank dafür noch eine ganz kleine rechnung aber was das ganz klein die wird ein ticken größer so perfekt und dann wünsche ich gute besserung und noch einen schönen tag danke schön bitte auch noch einen schönen tag und danke fürs helfen kein problem dafür super da ja ich kann nicht helfen hier hat sich einen stock im arsch ja wie ich muss ganz schnell pissen ich schwör dir ich bin ich muss auf normal ich muss so dringend pissen ich muss so dringend bin ich jetzt auf dem frauenklo ja opala upsie schon mal fast zum frauenklo ich denke mir schon wo sind die pissoirs ich bin gleich wieder da ich muss so dringend pissen das glaubt mir keiner oh ne oh ne bitte schnell ich bin gleich wieder da leute in der zwischenzeit hört ihr afk muzik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kurze Frage, weißt du, wann es wieder LED-Schilder gibt? Demnächst, also bald, ich werde mal fragen, aber die sollten bald kommen Ähm, jetzt kommt ja dann die Black Week kommt bald, in einer Woche Da gibt's ja dann, äh, coole Sachen und so Erspart ihr euch ein bisschen Kohle Ich hoffe, dass bis zur Black Week die, äh, Sachen da sind Also die neuen, vor allem auch die neuen Schlüsselanhänger und die neuen Schilder hoffe ich Weil wir produzieren jetzt auch 1 zu 7 Schilder Also ich hoffe, dass wir bis dahin das hinbekommen Ich gebe meinen Funk rein Anhege ich nicht, ich fahre rüber Und dann schauen wir, dass das Ding, äh, wieder on stock ist Weil die ja so schnell ausverkauft war, nach zwei Tagen Aber wer hätte sich gedacht, dass die Leute so krass auf Schilder sind Und auf Adventskalender Da hätte keiner gedacht Adventskalender kommen leider dieses Jahr keine mehr Ich hab nachgefragt, ob man die noch produzieren kann Haben sie gesagt, nee, das, äh Zu dem Zeitpunkt, wo ich nachgefragt habe Wäre schon der 15. November Und wer kauft am 15. November noch einen Adventskalender Wisst ihr, was ich meine? Ist doch, äh, auch blöd dann Wenn man dann am 15. November einen Adventskalender hat Oder schon der 15, da bringt sich ja nicht mehr viel Ist ja nicht der Sinn und Zweck eines Adventskalenders Aber dafür wird nächstes Jahr auf jeden Fall Äh, mehrere Adventskalender gekauft Das wird ja nächstes Jahr dann auch wieder eingeben Und wer weiß, was noch alles so kommt Hat ja, also Hat ja keiner damit gerechnet, dass 850 Adventskalender Innerhalb von einem Tag weg sind Wer hätte damit rechnen können? Die waren einfach, an einem Tag waren die weg Acht, oder, nee, Entschuldigung, zwei Tage An einem Tag waren die schon fast weg Zwei Tage hat's gedauert und dann alle weg Einfach 850 Stück Adventskalender, hallo Also ich hätte, ich hätte 500 eingekauft Und hätte gedacht, das hätte Tage gebraucht, bis die weg sind Aus meiner Sichtweise, ja Ich hätte 500 gekauft Hat gesagt, ja, schau mal, ob die überhaupt gut ankommen, weißt du Und dann hätte nicht, ich hätte niemals erwartet, dass die Leute Adventskalender kaufen So viel, wie, 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 kommst du auch auf die Idee? 500 hätte ich eingekauft, hätte gesagt, ja gut Das wird sicher jetzt ein paar Wochen dauern, bis das weg ist Aber zwei Tage 850 Adventskalender weg Ja, moin Genau, mein Ohr Er meint Dezember, ja, ich meint Dezember Habe ich was Falsches gesagt? Habe ich November gesagt? Ich meinte Dezember Also 15. Dezember wäre es fertig gewesen, das meinte ich Habe ich November gesagt? Dann tut's mir leid, verbessere ich mich mit, ne? So, können wir da mal rein So, Funkgerät nochmal an King4107, guten Abend noch Schönen Abend Schönen Feierabend Und jetzt auf dem West Highway Ich will immer eins hier, der irgendwie das triggert so hart So, King4 Is a backle the backle Ach, es war aber heute eine schöne Streife, muss ich trotzdem sagen Hat trotzdem Spaß gemacht Auch mit den Anfangsschwierigkeiten, aber so ist passiert halt Ich habe einfach eine halbe Stunde lang gefühlt Ja, gedebugged Einen Kalender würde ich noch am 30. Hälften kaufen Ne, ich meinte 15. Dezember Meinte ich Nicht November Das hat mich vertan Also wäre erst dann angekommen Das meinte ich Also 15. Dezember Das ist halt blöd Das wäre halt blöd Am 15. Dezember Oh Liebe, liebe, liebe Leute Ich würde mich Am Ende hat es noch funktioniert Das macht mich happy Das ist am Ende jetzt noch Auch wenn es am Anfang schwierig war Aber wir werden sehen die nächsten Tage, ob das weiterhin vorkommt Wenn es nicht weiter vorkommt Wenn es nicht weiter vorkommt Und immer passiert, wenn wir streamen Dann ist es halt eh auffällig Aber wir schauen uns das mal an Mir kommt Officer Fox Streaming Lizenz Würde ich feiern Wir geben Also Was ich dir sagen kann Wir geben so gut wie gar keine Streaming Lizenz noch irgendwo raus Also Wie gesagt, wir stoppen das komplett Einfach auch aus dem Grund Weil da so viel Scheiße passiert ist Und ich glaube ein Fox möchte das gar nicht Äh Und Fox streamt nicht Der macht ab und zu mal Videos Von seinem Projekt auch Ja also Ich glaube Streams macht er halt eh auch keine mehr so Ich weiß es nicht wie es jetzt bei ihm ist Aber eigentlich haben wir gesagt Streaming Lizenz gehen wir ja nie wieder raus Weil nur Scheiße damit passiert ist Also es ist wirklich nur Scheiße damit passiert Muss ich sagen Was ich sehr schade finde Äh Für andere Leute die sich vielleicht benehmen können Und das äh Richtig benutzen Sagen wir mal so wie es ist Aber ja Ne ich bin einfach mal froh dass Fox so mal da ist ne Dass er so schon mal da ist auf dem Server Aber Wie gesagt Zykling Lizenz haben wir gesagt Machen wir gar nichts mehr Egal wer es ist Es War bis jetzt immer Weiß haben wir mal Es war Es war meistens negativ Leider Ne So So Ich muss das Zickzack reinmachen Zack Nicht wundern ich Tue grad Handyhüllen testen Hab grad meine eigene Handyhülle da Von meinem Shop Geile Handyhülle So freilige Feuerwehr doch mal Straßlach Dingharting Hab meine Autogrammkarte noch nicht bekommen Ähm Meinst du jetzt vom VIP oder vom Shop Weil vom Shop da ist die dabei Wenn du sie früh bestellt hast die Sachen Also wenn du im Shop die Sachen bekommst Da ist sie dabei Weißt du VIP meinst oder so Dieses VIP äh Premium Ding Das sende ich jetzt erst weg Demnächst Das wird erst wieder versendet Das dauert halt immer ein bisschen länger Weil ich alles zusammen sammle Weil äh Das sind dann so 6 bis 10 Leute Ab und zu Und dann sende ich es weg Das kann ein bisschen dauern Damit ich das alles immer gleichzeitig wegsenden kann Würde Monte eine Lizenz bekommen? Ne Wir haben gesagt wir machen gar nichts mehr Was das betrifft Hat auch den Grund Ich muss dir ehrlich sagen Weißt du was auch den Grund ist Warum wir das gar nicht mehr wollen Weil du hast sonst echt Leute Die bewerben sich hier nur um drauf zu streamen Und das finde ich halt schade Ähm Weil wenn dann sollen die Leute hier drauf spielen Weil sie Bock auf das Projekt haben Und nicht dass sie hier streamen können Der einzige Der einzige den Ausland bekommen hat Videos zu machen War jetzt hier äh Cisco Der einzige Aber ähm Nicht mal der hat eine Streaming Lizenz hier Der hat nur äh äh Video machen dürfen Aber Streaming Lizenz hat er auch nicht Weil wir äh Da gesagt haben Das ist auch blöd Muss ich euch ehrlich sagen Je mehr Leute auf einem Server streamen Desto mehr Meter hast du auch ne Desto mehr Leute metern rein Und können gucken Was macht der Was macht der Und je mehr du hast Desto mehr macht's finde ich Das RP für alle kaputt Weil ich merk's auch bei mir Wenn ich jetzt 1 zu 7 spiel Du weißt halt nie Wo kommt die Information her Hat der das jetzt aus dem Stream oder nicht Das ist halt so hart nervig ne Und deshalb bin ich immer sehr froh Wenn man einen Server hat Wo nicht 50 Leute drauf streamen Und jeder weiß was die andere Fraktion macht Das würde mich so hart nerven Wenn ich genau weiß Der macht das und das und das Und das im Background Weil ich es im Stream gesehen habe Und je weniger du hast an Streamern Desto besser ist das RP Und würde hier gar keiner drauf streamen Dann wäre es glaube ich sogar noch besser Aber ja Gut ich würde sagen Wir machen jetzt für heute mal Schluss von VIP Ja die kommt noch Das alles gut Solange du dich da eingetragen hast In dem Dokument Dieses Docs Dokument Kommt die noch an Die werden bald wegsendet Aber ich habe auch schon auf dem Discord gesagt Dass die jetzt bald mal wieder weggesendet werden So Gut Leute Ich würde mal sagen jetzt aber wirklich Ich wünsche euch eine gute Nacht Wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich Ich wollte schon sagen wieder übermorgen Aber ja Doch übermorgen eigentlich das Trall Oder morgen eigentlich Ne morgen vielleicht sogar Könnte sein dass wir uns sogar morgen wieder sehen Am 18. Entweder morgen oder übermorgen Wir schauen mal Auf jeden Fall ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht Macht's gut bis zum nächsten Mal Haut rein Ich verabschiede mich Tschüssikowski